Sehr geehrter Herr Baumann, Vorsitzender der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, Frau Dezernentin Leu von der Beziehung habe ich zwar noch nicht gesehen, wollte aber auch oder sollte auch kommen. Sehr geehrte Fachreferentinnen und Referenten, vor allen Dingen sehr geehrte Vertreter der Museen, sehr geehrte Gäste. Ich begrüße Sie heute Morgen ganz herzlich in Vertretung von Herrn Landrat Dr. Karl Schneider zur Impulsveranstaltung Kleine Museen im Wandel, eine Veranstaltung, die übrigens direkt auch digital auf YouTube gestreamt wird. Herr Dr. Schneider, dich das Thema Museen und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements in unserer Region ganz besonders am Herzen Deshalb wäre er heute Morgen gerne dabei gewesen. Leider hat das ein unaufschiebbarer Termin auf überörtlicher Ebene verhindert. Bevor ich auf Ihr heutiges Thema eingehe, möchte ich den Gästen mit einer weiteren Anreise, ich sprach eben schon mit einem Herrn aus Emden, den Gästen mit einer weiteren Anreise eine ganz kurze Beschreibung unseres Wirtschafts- und Kulturraums Sauerland geben. Der Hochsauerlandkreis, übrigens der flächengrößte Kreis in Nordrhein-Westfalen mit knapp 2.000 Quadratkilometern, ist eine mittelständische Wachstumsregion mit einem ausgeprägten Anteil beim produzierenden Gewerbe und zahlreichen Weltmarktführern. Wir haben eine hohe Quote sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und eine sehr geringe Arbeitslosenquote. Wir sind aber nicht nur eine starke Wirtschaftsregion. Wir sind zugleich auch als Teil des Sauerlandes Tourismusregion Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen. Im kulturellen Bereich ist der Hochsauerlandkreis sehr stolz auf seine Musikschule. Mit fast 5.000 Schülerinnen und Schülern ist das die größte Kreismusikschule in Nordrhein-Westfalen. Seit über 20 Jahren, heute ist auch der Wolfgang Mayer unter uns, der das lange organisiert hat, sagt Wolfgang, seit über 20 Jahren veranstalten wir immer im Monat Oktober den Sauerlandherbst, eines der größten Blechbläser-Festivals der Welt. Nach einer langjährigen, schwierigen Planungs- und Bauphase konnten wir am 1. September 2019 das neue Sauerlandmuseum als Museums- und Kulturforum Südwestfalen wieder eröffnen. Die neu gestaltete Dauerausstellung im historischen Gebäudeteil und attraktive Sonderausstellung im Neubau laden Sie zum Besuch in das Sauerlandmuseum nach Arnsberg ein. Heute haben wir aber die kleinen Museen in Westfalen-Lippe im Fokus. In ganz Deutschland stehen diese kleinen, oft vereinsgetragene Museen vor großen Herausforderungen, die sie aus eigener Kraft meist nicht oder vielleicht in der Zukunft nicht mehr bewältigen können. In einem Kooperationsprojekt fördern die Partner LWL-Museumsamt, Westfälischer Heimatbund und die Museumslandschaft Hochsauerlandkreis, daher die Vernetzung und Neuausrichtung kleiner Museen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich ganz herzlich begrüßen die Verantwortlichen für dieses Projekt. Das sind Frau Dr. Ulrike Gielhaus, die Leiterin des LWL-Museumsamtes in Münster. Das ist Frau Dr. Silke Eilers, Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes und Frau Dr. Ulrike Schove, die Leiterin der Museumslandschaft Hochsauerlandkreis und gleichzeitig auch die stellvertretende Leiterin des Sauerlandmuseums, von dem ich eben gesprochen habe. Mir ist bekannt, mit welchem großen Engagement Sie dieses Projekt vorantreiben und auch die heutige Veranstaltung, die ja ursprünglich bereits im vergangenen Jahr geplant war, vorbereitet haben. Dafür danke ich Ihnen dreien ganz herzlich. Auch das Sauerland steht am Beginn dieses kulturellen Transformationsprozesses, von dessen aktiver Mitgestaltung insbesondere die 47 im Netzwerk Museumslandschaft Hochsauerlandkreis organisierten kleinen Museen profitieren sollen. Dieses Netzwerk gibt es übrigens bereits seit 2005. Die kleinen Häuser sind breit aufgestellt. Ihre Themen reichen von Wirtschaft über Gerichtsbarkeit bis hin zu Kunst und Geschichte. Manche Museen haben sich auch spezialisiert und schließen thematische Lücken, zum Beispiel das Westdeutsche Wintersportmuseum in Winterberg-Neu-Astenberg oder, das ist jetzt schon kein kleines Museum mehr, das Sauerländer Besucherbergwerk in Ramsbeck. Frau Iling ist auch hier, habe ich eben zumindest schon mal kurz gesehen. Hallo Frau Iling. Das Kooperationsprojekt der Partner LWL Museumsamt, Westfälischer Heimbund und Museumslandschaft Hochsauerlandkreis nimmt diese kleinen Museen in den Fokus, will aber etwas Neues erreichen, weil es unabdingbar für die Zukunftsfähigkeit dieser Orte ist. Dabei geht es nicht alleine nur um Vernetzung und Neuausrichtung von Museen des Sauerlandes, sondern um die Transformation von kleinen Museen in ganz Westfalen-Lippe. Sie stehen vor Herausforderungen in diesen Zeiten des permanenten Wandels und Umbruchs. Bevor die Existenz des ein oder anderen Hauses auf dem Spiel steht, sollte man über die Zukunftsfähigkeit nachdenken. Ein Weiter-so ist da oft nicht zielführend. Jetzt geht es um Orientierung und nicht zuletzt auch um die Zukunftssicherung der Kleinhäuser im ländlichen Raum. Bitte bringen Sie dazu Ihre Kompetenz mit ein. Aus eigener Erfahrung in der Vereinsarbeit weiß ich, dass es manchmal schwerfällt, Hilfe von außen anzunehmen. Bitte gehen Sie offen in die Diskussion. Heute erhalten Sie von den anwesenden Expertinnen und Experten eine Menge Anregungen und Impulse. Nutzen Sie dabei die Chance zum Erfahrungsaustausch. Besonders interessant sind heute Nachmittag die Berichte der Gewinner des letztjährigen Wettbewerbs Kleine Museen im Wandel. Nämlich das Museum der Stadt Maasbech. Herrn Duppelfeld hatte ich eben mal gesehen. Genau da sitzt er. Und die Pastorenscheune in Medebach-Düdinghausen. Hier arbeitet man an einer optimierten Dauerausstellung und neuen, zielgruppenorientierten Vermittlungsansätzen mit Modellcharakter. Außerdem finden Qualifizierungen statt. Sicherlich kann man aus den guten und vielleicht auch mal nicht so guten Erfahrungen dieser beiden Beispiele viel lernen. Und das ist ja der Sinn und Zweck der heutigen Tagung. Der Hoch-Sauerland-Kreis ist der festen Überzeugung, dass unsere Museen sehr wichtige Kulturträger in der Region sind. Dass sie über Qualitäten verfügen, aber auch zukunftsfest gemacht werden müssen. Dazu soll der heutige Tag einen wichtigen Beitrag leisten. Zum Ende meiner Ausführungen danke ich ausdrücklich dem Land Nordrhein-Westfalen für die Projektförderung im Rahmen der regionalen Kulturpolitik. Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank. Applaus Mir dauert es ein bisschen länger bei der Rede, deshalb schütte ich mir mal ein bisschen Wasser ein. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Lieber Herr Borg, als mich der Landesdirektor, der bin ich nicht, ich bin der Vorsitzende der Landschaftsversammlung, Matthias Löb, während meines Urlaubs fragte, ob ich heute Morgen ihn vertreten könnte, weil er heute in Bonn ist beim Haus der Geschichte. Da ist eine Gründungsgeschichte und er ist auch Mitglied vom Kuratorum. Da habe ich spontan Ja gesagt, weil mir nämlich die Entwicklung kleiner Museen auch sehr am Herzen liegt. Ich komme aus der Hansestadt Breckerfeld, ich sage mal der schuldenfreien Hansestadt Breckerfeld. Und dort habe ich als Stadtdirektor und Bürgermeister an dem Aufbau eines Heimatmuseums, heute Stadtmuseum, mitgewirkt, mitgearbeitet. Bin auch dort noch Beisitzer in dem Vorstand des Stadtmuseums und auch Beisitzer im Heimatverein Breckerfeld. Und von daher liegt mir das also auch am Herzen und die Entwicklung hier auch besonders. Und in Ihrem schönen Kreis, den Sie gerade so hervorragend dargestellt hat, auf den Sie auch stolz sein können, Herr Borg, bin ich jetzt in dieser Funktion schon zum vierten Mal. Ich weiß nicht, ob Frau Müller hier ist, die hatte sich angemeldet von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Ahrens ist hier, aber ich komme nicht aus dem Hochsauerlandkreis, sondern aus dem Kreis Soos, wie ich gerade gehört habe. Also Politik ist heute Morgen auch hier vertreten. Und ich durfte bei dem Kunsthaus Alte Mühl in Schmalenberg einen Kunstpreis überreichen. Dann habe ich einen Antrittsbesuch gemacht bei dem Vogel und bin dann anschließend auch bei der Wanderung mit dem Regionalrat. Da war ich auch mal einige Jahre Mitglied hier in Ansberg gewesen. Ich habe die Luisenhütte kennengelernt, sicherlich auch ein historisches Denkmal, was man von nationaler Bedeutung sein kann. Und insofern freue ich mich heute auch wieder bei Ihnen zu sein zu dürfen. Ja, ich darf dann auch, Sie haben das gerade schon mal gemacht, Frau Gillhaus begrüßen. Ich begrüße Frau Eilers und nicht zu vergessen unseren Geschäftsführer der Westfälisch-Lippischen Vermögensgesellschaft, Bodo Strottotte, der heute Nachmittag zu dem Zentraldepot noch was sagen wird. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Wie gesagt, Frau Müller kann ich im Moment noch nicht begrüßen. Und angekündigt war mir möglicherweise auch Werner Wolf, der auch für diesen Kreis aus der Politik zuständig ist. Meine Damen und Herren, die Wünsche der Verwaltung. Frau Gillhaus, das wissen Sie besonders, mit dem Westfälischen Heimatbund ist das vielleicht noch eine extra Situation. Die Wünsche der Verwaltung müssen natürlich dann auch von der Politik umgesetzt werden, im Rahmen von Haushaltsplanberatungen und, und, und. Aber ich glaube, da haben Sie bei uns gute Ansprechpartner. Herr Ahrens ist ja Mitbefürworter und ich werde das auch sein. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ja, kleine Museen im Wandel, das ist so die Frage heute. Zahlreiche Fragen der Neuausrichtung vom kleinen Museum in besonderen, aber auch einer zukunftsorientierten Kulturpolitik in ländlichen Räumen im Allgemeinen exemplarisch heute diskutieren. Ich war am Montag bei der Jubiläumsfeier 75 Jahre NRW. Und da hat Frau Dr. Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, auch von der Kulturlandschaft hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Da habe ich gedacht, zur Kulturlandschaft gehört natürlich auch eine Museumslandschaft dazu. Und darüber werden wir dann heute auch sprechen. Diese Fachtagung, die eigentlich Ende 2020 wenige Tage vor ihrer ursprünglichen geplanten Durchführung im Sauerlandmuseum hier in Ansberg-Pandemie bedingt abgesagt werden musste, entstand in zweijähriger Vorbereitung durch eine Kooperation des LWL-Museumsamtes für Westfalen, des Westfälischen Heimatbundes und der Museumslandschaft hier im Hochsauerlandkreis. Sie ist für die 431 in Westfalen-Lippe von Privatpersonen oder Vereinen betriebenen Museen und kleinen Sammlungen sowie die Heimatvereine weit über die Region hinaus von erheblicher Bedeutung. Leider ließ auch in diesem Jahr der angestrebte überregionale Zuspruch wegen der immer noch anhaltenden Pandemie nicht wie gewünscht umsetzen. Deshalb wird die Tagung heute auch per Livestream übertragen und die Ergebnisse der Tagung, Frau Gielhaus, werden protokolliert und online gestellt. Ich begrüße es deshalb als Vorsitzender der Landschaftsversammlung, dass wir uns physisch, also in Präsenz, heute hier mal wiedersehen. Und Sie sagten gerade so schön, dass die Kaffeetassen mal wieder klingen. Das ist also sicherlich eine schöne Gelegenheit und deshalb freue ich mich über Ihr Interesse. Ja, der Hochsauerlandkreis, Herr Borg, dient uns in der Diskussion um den dahinterstehenden Pilotprojekt als Modellregion. Er ist einer der ländlichen Räume in Westfalen-Lippe, die vom demografischen Wandel bereits erfasst sind. Und inwieweit das alles noch Gültigkeit hat, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, muss man dann schauen bei den allgemeinen Entwicklungen, die heute so stattfinden. Ein wesentlicher Impuls für die Tagung ging vom Sauerlandmuseum aus. Dieses Haus, das in der Museumslandschaft Hochsauerlandkreis mit seinen 47 Mitgliedsmuseen der zentrale Knotenpunkt ist, pflegt eine, Sie haben es angesprochen, sehr kooperative Arbeitsbeziehung zum LWL-Museumsamt, die durch die Neuausrichtung dieses Hauses mit Beratung und Förderung durch den LWL noch gestärkt wurde. Das LWL-Museumsamt für Westfalen ist als Dienstleister für die Museen in der Region bereits seit 1978 aktiv. Nach Bayern, das fällt mir immer schwer, das so ein bisschen zu sagen, aber dass die Bayern da ein Stück weit besser sind, ist es die größte Beratungsstelle für Museen aller Sparten, Größen- und Trägerschaftsformen in Deutschland. Sein Schwerpunkt liegt auf der Beratung von heute rund 680 Museen, Gedenkstätten und Sammlungen zu allen Fragen der musealen Praxis und ihrer Förderung und bietet ihnen darüber hinaus auch Serviceleistungen an, etwa die beliebten Wanderausstellungen, Frau Schove, wir haben da gerade darüber gesprochen, ferner Fortbildungen und museumspädagogische Programme und vieles mehr. Zudem nimmt das Amt die strukturelle Entwicklung der Museumslandschaft in den Blick und entwickelt Handlungsempfehlungen, Herr Ahrens, für die Politik. In diesem Zusammenhang hat Frau Dr. Ulrike Schove, die zum Vorbereitungsteam gehört und Koordinatorin der Museumslandschaft hier im Hochsau-Landkreis ist, schon seit 2014, wir haben es gerade angesprochen im persönlichen Gespräch, immer wieder mit Frau Gilhaus über die sich verschärfenden Probleme der Museumslandschaft HSK gesprochen und erheblichen Handlungsbedarf geltend gemacht. Nach dem erfolgreichen Umbau dieses Museums 2019 ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um dieses Problem anzugehen für die Arbeit. Das schließe ich mich Herrn Borg an, Frau Schove, Frau Gilhaus, die Sie bisher mit großem Engagement, ich denke mit Unterstützung Ihres Teams, Ihrer Teams geleistet haben, gebührt Ihnen Dank und Anerkennung. Und an dieser Stelle ein bisschen Bewegung heute Morgen und einen kleinen Applaus haben die Beteiligten dann auch verdient. Ja, auch für den Westfälischen Heimatbund als Dachverband für rund 570 Heimat- und Bürgervereine sowie 700 ehrenamtliche Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger, der hier mit dem Sauerländer Heimatbund einen starken regionalen Partner hat, ist die Beschäftigung mit kleinen Museen von großer Bedeutung. Der WBH, ich kürze das mal ab jetzt, das ist der Westfälische Heimatbund, vertritt rund 130.000 Menschen, das war mir auch noch nicht so bewusst, obwohl ich auch Mitglied eines Heimatvereins bin, aber die sich ehrenamtlich hier engagieren für Kultur, Natur und Heimat. Das, Frau Eilers, ist ein großartiges Netzwerk, für welches sich der WBH Service, Beratung und Sprecherfunktionen übernimmt. Die bürgerschaftlich Engagierten sind es, die sich für die Geschichte ihres Ortes auf vielfältige Weise stark machen und etwa auch jungen Menschen die Geschichten hinter den Dingen in den kleinen Museen erzählen. Ich könnte da persönlich viel zu berichten, das mache ich aber jetzt an dieser Stelle nicht. Sie sind die wirklichen Bewahrer, Lebendighalter und Wegweiser hier in den Museen, die vor Ort aktiv sind, die das kulturelle Erbe weitergeben. Sie betreiben kulturelle Daseinsvorsorge im besten Sinne und sind mit ihren Angeboten eine wichtige Stütze für die Entwicklung und Sicherung des Kulturlebens in der Fläche, mithin auch, sage ich immer, im ländlichen Raum. Mit Recht darf man sie als kulturelle Breitenbewegung bezeichnen, uns allen, besonders aber unserer Geschäftsführerin Dr. Silke Eikers, ist es deshalb ein besonderes Anliegen, kleine Museen mit ihren vielfältigen Potenzialen, aber auch Sorgen und Problemlagen einen guten Weg in die Zukunft zu ermöglichen. Deshalb kooperieren, meine Damen und Herren, WBH und LWL Museumsamt bereits seit vielen Tagungen in Fortbildung zu musealen Themen. Mit dem Projekt Kleine Museen im Wandel wird diese Zusammenarbeit noch vertieft. Das finde ich persönlich, Frau Dr. Eilers, sehr gut. Auch dafür Ihnen meinen persönlichen und unseren aller Dank dafür. Und Applaus, bitte kräftig. Ja, ländliche Räume stehen auch unter dem Heimatgedanken inzwischen stark im Fokus der Politik auf allen Ebenen. Auch dazu hat unser Ministerpräsident Armin Laschet am Montag bei dem Jubiläumsempfang zum 75 Jahre NRW Ausführungen gemacht, aber auch natürlich in wissenschaftlichen Diskursen. Häufig werden sie vor allem unter dem Negativparadigma der Schrumpfung diskutiert. Das ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Längst ist die Zeit, das wissen wir alle, der Dorfschule in den Städten passé. Wenn aber nun auch, und das ist aktuell, als Finanzler weiß das auch, die Sparkassenfiliale schließt, die Filialen der Volksbank. Ich habe gestern hier im Radio gehört, dass es eine Fusion geben soll. Länderstadt und Olpe, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, und der letzte kleine Supermarkt, so wie die einzige Gaststätte im Dorf schließen und der Allgemeinmediziner keinen Nachfolger findet. Auch da sind ja Bestrebungen im Gange, wie ich heute Morgen im Radio hörte, dass man da versucht, durch die Kreise Allgemeinmediziner zu gewinnen. Ich habe das selber in meiner Stadt praktiziert. Das ist nicht einfach, aber es kann gelingen mit vernünftigen Gesprächen und vernünftigen Angeboten. Ja, dann führt das dazu, dass die Räume, dass die Attraktivität dieser Räume dazu führen, dass sie verlieren an der Attraktivität. Und das Jüngere möglicherweise abwandern. Wobei der Trend sicherlich inzwischen ein anderer ist. Aufgrund der Pandemiegeschichte, glaube ich, fühlen sich wieder viele am Land wohl. Ich bin auch am Land, wohne am Land und merke das an den Spaziergängern, die den Wald aufsuchen und, und, und. Ja, und wir haben ja dann die Möglichkeit, in Form von Tälerarbeitsplätzen, diese Dinge dann auch zu realisieren. Also vielleicht ist die Entwicklung nicht ganz so drastisch, wie man das möglicherweise befürchtet. Da ändern sich ja auch die Auffassungen der Bertelsmann Stiftung. Das muss man sehen, wie sich das dann darstellt. Ja, gut, meine Damen und Herren, Kultur im ländlichen Raum. Und da spreche ich es aus. Eine Erfahrung ist vor allem durch das Ehrenamt charakterisiert, das zunehmend von der Generation Ü65 geleistet wird. Dies zeigt sich gerade im Museumsbereich. Von den gegenwärtig 47, komme ich noch mal darauf zurück, Herr Borg, im HSK, werden nur drei hauptamtlich geführt. Hier ist der HSK in Westfalen-Lippe sogar Spitzenleiter mit diesen drei Stellen. Die Zahl der aktiven Vereinsmitgliedern geht vielfach dramatisch zurück. In etlichen Vereinen lastet die Arbeit inzwischen auf wenigen Schultern und die ungeklärte Nachfolge der Vereinsvorstände bereiten etliche schlaflose Nächte. Das gilt nicht nur für Museumsvereine, das gilt auch für Spattvereine und, und, und. Wenn Sie das mal so ein bisschen in den Städten mitverfolgen, ist das so. Meine Damen und Herren, die heutige Fachtagung kann und wird nicht all diese strukturellen Probleme lösen. Das will ich ausdrücklich sagen. Sie kann aber modellhaft Wege zu einer zukunftsorientierten Museumsarbeit in Westfalen aufzeigen und nachgelagert durch eine Kombination von Qualifizierungen und Förderung durch das LWL-Museumsamt und den WHB Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Ebenso will der LWL den Hochseilenkreis bei der Modernisierung seiner kulturellen Infrastruktur unterstützen. Das ist jetzt ein Stück weit eine Zusage, die ich als Politik dann auch mittrage. Und Herr Ahrens wird mich unterstützen dabei. Lassen Sie mich schlagartig einige Aspekte des geplanten Modellverfahrens ansprechen. Wir sehen insgesamt müssen stärker als bisher Ihre Arbeit auf die Bedarfe der Gesellschaft ausrichten. Sie können eine Schlüsselrolle bei der Zukunftsfähigkeit des Gemeinwesens spielen und die Sozialgemeinschaft ihrer Städte und Dörfer, damit aber auch den Gesamtraum des HSK unterstützen. Auch bei der Gewinnung und Bindung neuer sozialer Gruppen in diesem Raum denken wir nur an, das ist ja ein aktuelles Thema, Migrantinnen und Migranten oder andere Neubürgerinnen und Neubürger, die, wie bereits erwähnt, im Falle der Pandemie nun dank moderner Tellerarbeit wieder aufs Land ziehen. Dafür ist es wichtig, dass die Museen ihre Stärken und Schwächen besser kennen. Heute haben wir dazu Expertinnen und Experten aus anderen Bundesländern, wir haben gerade angesprochen, aus Emden, vor allem aus Niedersachsen eingeladen. Gerne werden wir aus Ihren Erfahrungen lernen, meine Damen und Herren. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihre Beiträge und begrüße es ausdrücklich, dass auch schwierige Themen angefasst werden. Mein Credo lautet immer, Probleme sind da, um gelöst zu werden und das sollten wir auch dann so angehen. Die Museen im Hochsauerlandkreis werden, ich sagte es schon, ganz überwiegend von Ehrenamtlichen geführt. Die 47 Häuser gehören fast alle zur Gruppe der kleinen Museen mit forkskundlichen und historischen Sammlungen zur jeweiligen Ortsgeschichte. Diese entstanden fast alle ohne Sammlungskonzept. In den Ausstellungen fehlen häufig eine zugespitzte Erzählung und eine Botschaft an Nicht-Einheimische und Nicht-Experten. In der Modernisierung dieser Ausstellungen, der Qualifizierung der Sammlung, auch ihrer Begrenzung und optimierten Lagerung wird ein Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit dieser Häuser liegen. Stärker als bisher müssen sich auch im Hochsauerlandkreis regionale Verantwortungsgemeinschaften entwickeln, die sich über ihre Sammlungen abstimmen und ihre Objekte gemeinsam in Zentraldepots einlagern. Jetzt kommt so ein Werbeblock, Bodo Strottorte, für die WLV. Hier stehen wir nur am Anfang. Auch dazu kann der LWL bzw. seine Tochter WLV der Region ein gutes Angebot machen. Das werden Sie nachher noch in einem Arbeitskreis dann auch hören. Das LWL-Museumsamt bietet inzwischen auch kleinen Museen, ich sagte es bereits, beliebte Wanderausstellungen an, um ihre Attraktivität zu verbessern. Neben der pandemiebedingten Absage, meine Damen und Herren der Tagung, im Oktober 2020 haben die drei Veranstaltungspartner alles getan, um einen Projektstillstand zu verhindern. Ich denke, das macht Mut. Eine Fachjury ermittelte schon im Dezember 2020 auf diesem digitalen Wege zwei kleine Museen als Sieger des Wettbewerbes, der eigentlich live im Rahmen der Tagung stattfinden sollte. Aus insgesamt elf Bewerbungen wurden für Qualifizierungen Neuausrichtungen ausgewählt. Wir haben es erwähnt, Herr Borg, das Museum der Stadt Maasberg, ein klassisches Museum, und das Museum Pastorenscheune, ein klassisches Museum und darüber in Medebach-Dödinghausen, das Elemente der Dorfgeschichte mit lebendigen Vorführungen verbindet. Auch die Beratung und Qualifizierung der handelnden Personen im Ehrenamt wurde vorgezogen. Hier verfügt Frau Dr. Eilers, der Westfälische Heimatbund, seit vielen Jahren über eine hohe Expertise, ein auf die Bedarfe dieser beiden Museen maßgeschneidertes Qualifizierungsangebot, das über mehr als ein Jahr laufen wird, hat bereits im Juni begonnen. Das LWL-Museumsamt hat mit seiner Beratung zur Neuausrichtung im März begonnen, unterstützt von Dr. Oliver Schmidt, dem neuen Leiter des Sauerland-Museums, und Dr. Ulrike Schobe. Zwei wissenschaftliche Volontären, derin des LWL-Museumsamtes, Annette Allerheiligen, da steht eigentlich unter einem besonderen Schutz mit dem Namen schon, ich weiß nicht, ob die Dame hier ist heute Morgen, ja, okay, wo sind sie, okay. Ja, ich habe es zweimal gelesen, aber es stimmt, ja, okay. Und Sarah Lieneke erarbeitet ein Grobkonzept und bei den beiden Museen Zugang, auch um den beiden Museen Zugang zu externen Förderprogrammen zu vermitteln, beziehungsweise zu verhelfen. Die beiden Museen aus Arnsberg, Quatsch aus Marsberg und Medewach-Düdinghausen, werden uns heute auch einen Einblick in diesen Prozess geben. Ich freue mich sehr, dass Sie sich dieser Anstrengung unterziehen, denn Veränderungen und Loslassen des Althergebrachten fällt nie leicht. Ich habe bei dieser Gelegenheit immer gesagt, Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Ich glaube, das passt an dieser Stelle auch. Ja, danke. Ihnen allen gilt schon jetzt mein herzlicher Dank und mein Respekt für den Mut und das Engagement, den Sie bisher bewiesen haben. Ebenso erhalten wir von Frau Gudrun-Schulte einen Einblick in Erfahrungen im Museum Dampfland-Leute in Esslohe, die der Verein bei seiner Neuausrichtung vor Jahren gemacht hat. Stärker, als es 2020 möglich gewesen wäre, wird die Tagung also bereits Einblicke in eine positive Entwicklung kleiner Museen und ihrer Trägervereine geben. Insofern, sage ich mal, hat die Pandemie vielleicht auch ein Stück weit was Positives, wo wir sonst nur negativ drüber sprechen. Meine Damen und Herren, noch nicht vollständig geklärt ist die Finanzierung der Neuausrichtung der beiden Museen. Zwar wird das LWL-Museumsamt die beiden Sieger mit der Entwicklung eines Grobkonzeptes unterstützen, denn daran scheitern ja schon viele Vorhaben. Jedoch sind vereinsgeführte Museen beim LWL-Museumsamt nicht selbst nicht im hohen Umfang förderfähig. Es gibt aber, auch das habe ich mit Interesse noch mal zur Kenntnis genommen, Förderlinien anderer Fördergeber, die dafür grundsätzlich geeignet sind, sodass eine gute Chance auf Finanzierung notwendiger Umsteuerungen besteht. Dass betreffende Kommunen und Vereine immer auch einen eigenen Beitrag leisten müssen, das kann ich Ihnen aus guter Erfahrung hier an dieser Stelle bestätigen. Wenn nicht die Stadt sich, der Kreis hat sich bei uns leider nicht engagiert in diesem Falle, aber wenn wir als Stadt da nicht unterstützende finanzielle Hilfe auch geleistet hätten, dann wäre dieses Museum nicht zustande gekommen. Insofern, wir sprechen immer über die üblichen Verdächtigen, dazu gehören natürlich dann auch Spenden der Sparkassen und anderer Institutionen, brauchen wir da eine Unterstützung. Zumindestens hier in Maasberg ist das schon auf einem guten Weg und die LWL-Politik, für die wir beide stehen, Herr Ahrens und ich, wird die Ergebnisse des Projektes im Blick behalten und gegebenenfalls auch vor dem Hintergrund einer flächendeckenden statistischen Erhebung der musealen Strukturen in Westfalen-Lippe notwendige Umsteuerungen und unsere eigenen Umsteuerungen auch unsere eigenen Förderrichtlinien vornehmen. Da sind wir dann gespannt, Frau Billaus, was die Verwaltung uns da vorlegen wird. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte am Beispiel des HSK verdeutlichen, dass Kulturarbeit und Kulturpolitik immer eine Gesellschaftsaufgabe ist, also eine gemeinsame Aufgabe. Ich glaube, ich habe vorhin hier einen Flyer gesehen, Frau Eilers, wo steht, gemeinsam Heimat gestalten. Das passt also dann auch hier zu diesem Punkt und das ist ganz wichtig. Wir möchten die positiven gesellschaftlichen Wirkungen der kleinen Museen für die anstehenden Herausforderungen besser nutzen und wir wollen deshalb die Träger dieser Arbeit besser unterstützen und ihnen auch zuhören. Dazu soll diese Tagung dienen. Sie haben gerade ermuntert, offene Diskussionen, dem kann ich mich nur anschließen, äußern möglicherweise auch kritische Dinge. Das ist ganz interessant, wenn man sich auch damit auseinandersetzen kann und an dieser Stelle möchte ich Ihnen, dem Hochsauerlandkreis, danken für Ihre Bereitschaft und auch für Ihren Mut, sich diesem Thema zu stellen und für die Unterstützung bei der Organisation und Mitfinanzierung heute. Wir sind heute Gäste oder Sie sind heute Gäste beim Kaffee, beim Wasser und es gibt auch noch was zu essen, Frau Gilaus und das brauchen Sie alle nicht bezahlen, sondern da sind Sie Gäste und deshalb mal einen Applaus für den Hochsauerlandkreis an dieser Stelle. Ja, danke auch nochmal, Frau Dr. Schove, ebenso bedanke ich mich bei dem Land, wie Sie es auch gemacht haben, für den finanziellen Beitrag aus Mitteln der regionalen Kulturpolitik und die Kosten, das darf man auch sagen, das hört man nicht nur, wenn man über Bauformen mittlerweile spricht, die Kosten laufen weg, sondern auch diese Kosten sind pandemiebedingt gestiegen, das ist leider so, aber damit müssen wir auch leben, ich glaube, das schaffen wir auch. Ja, schließlich gilt mein Dank noch abschließend, Frau Dr. Gilaus, Leiterin des LWL-Museumsamtes, Frau Eilers als Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes, die diese Tagung im LWL angeregt und inhaltlich vorbereitet haben. Nochmal einen kleinen Applaus für die beiden. Ihnen wünsche ich eine interessante Tagung, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, war ein bisschen länger, aber ich glaube, es war notwendig, auch nochmal die Punkte anzusprechen und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben und dass wir auch gut und gesund durch die sogenannte vierte Welle dann kommen und bei nächster Gelegenheit uns dann auch ohne Maske wieder treffen können. Ich glaube, das tut dann auch gut. In dem Sinne, alles Gute Ihnen. Danke. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fasse mich kurz und begrüße Sie damit alle ganz herzlich hier auch als Orts- und Regionalfremde. Ich freue mich, dass ich nun heute hier in Präsenz zu Ihnen reden kann, also nachdem es im vergangenen Jahr nicht funktioniert hat und bedanke mich ganz herzlich bei den Veranstalterinnen und Veranstalterinnen dieser Tagung für die Einladung. Bei den folgenden Überlegungen, die ich Ihnen vorstellen möchte, greife ich auf meine Erfahrung als freiberuflich tätige Museumsberaterin zurück. Sie sehen es dort auf der Folie. Ich komme aus Oldenburg in Oldenburg, also bin eine der auswärtigen Referentinnen hier auf der Tagung. Meine Erfahrungen stammen aus inzwischen gut 15 Jahren freiberuflicher Beratungstätigkeit, wobei ich aber auch sagen muss, vieles von dem, was ich Ihnen heute erzähle, hat sich dabei auch in Zusammenarbeit und beim engen Austausch mit den Kolleginnen an der Universität Oldenburg in dem Masterstudiengang Museum und Ausstellung entwickelt. An dieser Stelle möchte ich einmal ganz besonders meine Kollegin Carolin Krämer erwähnen, die in ihrer jüngst abgeschlossenen Dissertation einige meiner Gedanken nicht nur wissenschaftlich bestätigen konnte, sondern durch neue Sichtweisen auf die Beweggründe der ehrenamtlichen AkteurInnen in kleinen Museen in herausragender Weise das Ganze noch einmal ergänzt hat. Ich habe in den vergangenen Jahren mit vielen kleinen Museen zusammengearbeitet. Die sich dadurch charakterisieren lassen, dass sie oft ehrenamtlich geführt werden oder nur über einen kleinen hauptamtlichen Personalbestand verfügen und oft einen Verein als Träger haben. Vielfach wollen sie mit ihren Sammlungen die Geschichte ihres Ortes oder eines speziellen Handwerks bewahren und vermitteln. Es sind also Museen, die gerne auch als Heimatmuseen bezeichnet werden und mit denen oft das Vorurteil verbunden ist, Es handele sich dabei lediglich um verstaubte Rumpelkammern oder um die privaten Spielwiesen kleiner Gruppen von Heimatbewegten. Die Situation dieser kleinen Museen ist fast überall ähnlich. Sie haben Nachwuchssorgen im Ehrenamt und das auch unabhängig davon, ob das Haus insgesamt ehrenamtlich geführt wird oder ob es eine hauptamtliche Kraft gibt, die mit dem Ehrenamt arbeitet. Sie leiden an Raummangel für die Ausstellung, für die Unterbringung ihrer Sammlungen. Ihre Sammlungen sind oft kaum geordnet, was häufig auf den Raummangel zurückgeführt wird, was aber oft auch mit konzeptionellen Schwächen zusammenhängt und zu dem Eindruck ungeordneter Sammelsurien führen kann, wie es den klassischen Heimatmuseen gern nachgesagt wird. Und schließlich fehlt ihnen Geld zur Sanierung ihrer Gebäude, zur Neugestaltung ihrer Ausstellungen, für Personal, für Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Zugleich sehen sich die kleinen Museen in der Regel in Konkurrenz zu den größeren musealen Einrichtungen, besonders wenn es um die Verteilung öffentlicher Gelder geht oder um die Gunst des Publikums. Oft haben sie das Gefühl, nicht mit den größeren Museen und den wachsenden Anforderungen der Fachverbände und Fördereinrichtungen Schritt halten zu können und gleichsam abgehängt zu werden. Betrachtet man die derzeitige Entwicklung in den größeren Museen, die modernen Präsentationen, den Einsatz digitaler Medien oder neue Vermittlungsformate oder die neuen Wege der Außenkommunikation, so erscheint diese Sorge nicht ganz unberechtigt. Durch die Corona-Pandemie hat sich die hier entstehende Kluft meines Erachtens aus drei Gründen sogar noch vergrößert. Zum einen blieben viele kleine Museen aufgrund der Pandemie länger als die größeren geschlossen, weil ihnen das Personal zur Umsetzung aufwendiger Hygienekonzepte fehlte, weil aufgrund beengter Raumverhältnisse entsprechende Konzepte gar nicht erst entwickelt werden konnten oder weil sie eben ihre in der Regel ja älteren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen schützen wollten. Zum zweiten konnten viele größere Museen in der Zeit des Lockdowns kostspielige und personalintensive Digitalisierungsprojekte umsetzen und sich dadurch innovativ in der Öffentlichkeit positionieren, was vielen kleineren Häusern nicht möglich war. Und drittens konnten gerade die kleinen Museen die Corona-Hilfen nicht immer nutzen, weil sie zum Teil mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden waren oder nach dem Windhund-Prinzip vergeben wurden und daher viel zu schnell vergriffen waren. Die Frage ist jedoch, ob es für die kleinen Museen überhaupt sinnvoll ist, sich nur die größeren Häuser und ihre Standards für museale Arbeit zum Maßstab zu nehmen. Denn eine wesentliche Schwierigkeit in der Wahrnehmung der kleinen Museen liegt darin, dass ihre besonderen und typischen Qualitäten mit den derzeit im Museumsbereich angewendeten Qualitätsmaßstäben und Qualitätsprüfungsverfahren wie dem niedersächsischen Museumsgütesiegel, über das Sie später auch noch etwas hören können, weder messbar noch prüfbar sind. Das Augenmerk dieser Verfahren richtet sich stattdessen im Wesentlichen auf die Arbeitsprozesse und Organisationsstrukturen der Museen, die den anerkannten Standards musealer Arbeit entsprechen sollen, um dadurch ein professionelles Handeln in diesen Bereichen zu gewährleisten. Diese Verfahren erfassen dabei nur das Messbare bzw. Prüfbare, das sich in schriftlichen Konzepten, Zahlen, Statistiken, Organigrammen usw. darstellen lässt. Die vermeintlichen Qualitäten kleiner Museen, für die eher so vage Begriffe wie Atmosphäre, Charme, Nähe, ich habe da noch mehr aufgeführt, verwendet werden, beschreiben diese Verfahren aber nicht. Dabei wird in diesen Begriffen deutlich, dass gerade die kleinen Häuser Dinge bieten, die größere Einrichtungen nicht oder nicht mehr leisten können. Gerade diese Qualitäten machen auf das Besondere und das einmalige Profil einer Einrichtung aus. Ich habe mich deshalb im Rahmen des Forschungsprojektes Neue Heimatmuseen als Institution der Wissensproduktion unter der Leitung von Prof. Karin Ellwanger vom Institut für Materielle Kultur der Karl-von-Ossetzki-Universität mit genau dieser Frage befasst. Aus den Ergebnissen wurde unter anderem ein Leitfaden zur Evaluierung von Qualitäten kleiner Heimatmuseen entwickelt. Für das Forschungsprojekt haben sich fünf Museen, die hier genannt sind, mit dem Institut für Materielle Kultur zu einem Forschungsverbund zusammengeschlossen. Die ausgewählten Häuser haben gemeinsam, dass sie sich in der Reflexion des alten, eben verschrieenen Heimatmuseums als neue Heimatmuseen verstehen. Das heißt, dass sie im Umgang und in der Präsentation ihrer Sammlung neue Wege gehen, neue Themen aufgreifen, wie den besonderen Bezug zur Region und Landschaft, sich inhaltlich stärker fokussieren und insgesamt eine kritische Haltung und die Kompetenz zur Selbstreflexion herausbilden, um die Institution Heimatmuseum wirklich auch selbstbewusst und positiv und produktiv weiterentwickeln zu können. Damit ist auch der Anspruch der eigenen Qualifizierung und damit auch der Professionalisierung der Museumsarbeit verbunden. Die Weiterentwicklung der neuen Heimatmuseen führt also in Richtung der Standards für Museen, wie sie etwa im Rahmen des Gütesiegelverfahrens in Niedersachsen abgefragt werden. Das Ziel des genannten Leitfadens, den Sie hier rechts sehen, ist jedoch, den Museen ein Instrumentarium zur selbstständigen Evaluierung ihrer besonderen und typischen Qualitäten an die Hand zu geben, die jenseits der genannten Standards liegen. Mehr über die eigenen spezifischen Stärken zu wissen, soll den Museen unter anderem bei der Entscheidung helfen, wie sie sich weiterentwickeln können. Zugleich soll den Museen aber auch ihre spezifische Bedeutung für die Kulturarbeit in ihrem Ort und ihrer Region bewusster werden. Denn letztlich geht es darum, den Museen damit Argumente und zur Rechtfertigung ihrer Arbeit gegenüber Trägerinnen und GeldgeberInnen an die Hand zu geben. In dem Oldenburger Forschungsprojekt konnte ich gemeinsam mit den MuseumsakteurInnen in den Museen vier Bereiche identifizieren, deren potenzielle Qualitäten mit dem bisherigen Bewertungsverfahren nicht erfasst werden. Das Ergebnis spiegelt also, das muss man dazu sagen, die Selbstwahrnehmung der AkteurInnen wieder, die von ihnen favorisierten Themen und Aspekte sowie ihre Einschätzung von den Wahrnehmungen der BesucherInnen vor Ort. Identifiziert wurden die folgenden vier Qualitätsfelder. Zunächst die Räume und ihre Atmosphäre. Die Räume in kleinen Heimatmuseen sind häufig keine idealen Ausstellungsräume im Sinne musealer Standards. Vielmehr erhalten sie durch einige Besonderheiten in ihrer Beschaffenheit und Ausstellungspräsentation eine ganz spezifische Anmutung, also zum Beispiel durch die Raumvolumina, durch den privaten Charakter, Materialität wie Holz und Textilien, durch Sinneseindrücke wie Gerüche, Geräusche, warme Farben, die Wahrnehmung von Bewegung des Bodens. Sie wird von den MuseumsakteurInnen und BesucherInnen als besondere, meist als Gemütlichkeit beschriebene Adversäre wahrgenommen und kann Erinnerungen, Assoziationen und Erzählungen hervorrufen. Der Einsatz von Erfahrungswissen ist ein weiteres Qualitätskriterium. Die personelle Vermittlung durch die Führungsangebote der engagierten MuseumsakteurInnen ist ein besonderes Kennzeichen vieler Heimatmuseen. Die Führungen basieren dabei oft auf den persönlichen, alltagspraktischen Erfahrungen der AkteurInnen. Dies trägt dazu bei, den Besuchenden ein Gefühl von Nähe, zum Beispiel im Sinne von Zugänglichkeit und Vertrautheit zu vermitteln. Kleine Museen zeigen außerdem oft besondere organisatorische Stärken wie Flexibilität, Improvisationstalent, flache Hierarchien und eine Orientierung an den Interessen der Beteiligten, was typisch für eine Pionierorganisation ist. Sie können damit Ihren AkteurInnen besondere Qualitäten in der Zusammenarbeit wie Motivation, Gruppenverbundenheit und Gleichheit aller Beteiligten bieten. Und schließlich sind diese kleinen Einrichtungen ähnlich wie zivilgesellschaftliche Organisationen mit ihren Beteiligungsprozessen eine Möglichkeit, Mitsprache und Mitgestaltung an kulturellen Prozessen zu bieten. Eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Kapital des Museums zu ermöglichen. Sie können bürgerschaftliches Engagement und eine kulturelle Bürgerbeteiligung fördern. Das Museum erhält so eine Bedeutung als gemeinsamer sozialer Handlungsraum. Gerade dieses letztgenannte Qualitätskriterium zeigt, dass kleine Museen über das Potenzial verfügen, wichtige gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen, wie wir es ja eben auch schon gerade in der Einleitung gehört oder als Forderung quasi auch formuliert gehört haben. Weitere Hinweise in diese Richtung konnte ich 2018, 2019 bei der Begleitung des Projektes Kulturguthaben neue Perspektiven wie die volkskundlichen Sammlungen Schleswig-Holstein sammeln. Das wurde durchgeführt mit insgesamt 45 kleinen und Kleinstmuseen in der Region Schleswig-Flensburg. Dort zeichnete sich für mich eine Entwicklungsperspektive für diese Museen ab, die ich mit dem Schlagwort Heimatmuseum 3.0 versehen möchte und die neben dem Weg der neuen Heimatmuseen ja in Richtung der musealen Standards die kleinen Museen auch in eine andere Richtung führen könnte. Als Heimatmuseen 3.0 möchte ich also solche Museen bezeichnen, die vielleicht nicht alle musealen Grundaufgaben erfüllen. Die aber dennoch gesellschaftliche Funktionen für ihre Standortgemeinden wahrnehmen. Das Wirken dieser Einrichtungen, die sich zumeist im ländlichen Raum befinden, beginnt oft schon damit, dass sie einen wie auch immer gearteten Beitrag zur kulturellen Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum leisten und dass sie in ihren Orten ein Bewusstsein für den Schutz und die Wertschätzung von Kulturgut als Zeugnis der Geschichte vermitteln, sowie auch für die Bedeutung von historischer Baukultur und Denkmalschutz. Weiterhin bieten sie nicht nur, wie oben bereits dargelegt, einen Raum für kulturelles bürgerschaftliches Engagement, für das sich ja in den ländlichen Regionen oft nur noch wenig Möglichkeiten finden, sondern sie bieten auch Räume und Gelegenheiten, um bei Veranstaltungen und Festen Gemeinschaft zu leben und zu erleben. Sie sind also Orte der Geborgenheit, des Verstehens und des Verstandenwerdens und damit der menschlichen Begegnung und des Dialogs. Weil sie oftmals auf private Sammlungen zurückgehen und somit ein Ergebnis individueller Sammelleidenschaft sind, weisen sie nicht selten Bestände auf, die im Rahmen einer professionellen Sammlungstätigkeit vielleicht nicht oder nicht in dieser Vollständigkeit in ein Museum gelangt wären. Die durch Spenden aus der Bevölkerung zusammengetragenen Sammlungen spiegeln zudem als Erinnerungswünsche eines Ortes oder einer Region auch etwas Besonderes wieder. All diese Sammlungen bilden damit quasi einen Objektpool bzw. ein Sacharchiv, das zum Beispiel größere Museen für museumswissenschaftliche Forschung oder Ausstellungsaktivitäten nutzen könnten. Hier eröffnen sich meines Erachtens gerade für die kleineren Museen noch weitere Chancen, denn sie könnten ihre Sammlungen sehr viel leichter als manche großen Einrichtungen durch eine verstärkte partizipative Einbeziehung ihres Umfeldes erweitern und dabei auch die Dingwelt der Gegenwart einbeziehen, um den Sammlungen und ihrer Vermittlung neue Relevanz und neue Aktualität zu geben. Oft sind mit den Spezialsammlungen auch eine fachliche Expertise und Erfahrungswissen zu speziellen Themen verbunden, die anderswo nicht zu finden sind. Dabei handelt es sich um eine Form von Wissensproduktion, die die wissenschaftliche Sichtweise ergänzen kann und das Potenzial etwa für das aktuelle Konzept von Citizen Science bietet, das ja Erfahrungs-, Handlungs- und Alltagswissen von Laien nutzt, um die Wissenschaft und um neue Wissensformen und neue Themen zu bereichern. Weiterhin verfügen gerade diese kleinen Museen nicht selten über besondere Stärken in der Vermittlung. Sie fungieren als anschauliche Lernorte für einst alltägliche Dinge, Tätigkeiten oder Handlungen, die man in der heutigen Welt nicht mehr erleben kann. Dabei legen sie zumeist großen Wert darauf, dass die BesucherInnen diese Objekte auch anfassen und ausprobieren oder Dinge auch selbst herstellen können. Sie bieten ein großes Potenzial an authentischen Orten, Handlungsmöglichkeiten und Geschichten, das jedoch noch meines Erachtens viel zu wenig genutzt wird, etwa für die Vermittlung, für die Außendarstellung oder auch die touristische Vermarktung, die ja zunehmend auf authentische, regionaltypische Orte, Charaktere, Erfahrungen wie eben Traditionen und Handwerkstechniken zurückgreift. Als Orte, in deren Sammlung vor allem alltägliches Leben abgebildet wird, können sich die kleinen Museen in einer Gesellschaft, die immer heterogener wird, auch als Kulturübersetzer betätigen. Denn das alltägliche Leben ist etwa gerade für Menschen aus anderen Kulturkreisen oft auch ohne Voraussetzung und ohne das Wissen einer Elitekultur verständlich. Wir sind damit schließlich bei den Begriffen Heimat und Identität angelangt, die in den kleinen ortsgeschichtlichen Museen oft noch als wirklich feste Größen dargestellt werden, obwohl dies ja in unserer Gesellschaft längst nicht mehr so stark und in diesem Fall gesehen wird. Dabei geht es aber nicht nur um einen bewussten und kritischen Umgang mit diesen Begriffen, sondern vielmehr geht es auch um die Chance, achso, ich bin etwas weggelehnt, vielmehr geht es auch um die Chance, sich statt mit der Heimat, mit dem Thema Beheimatung auseinanderzusetzen und zu fragen, wie, warum und für wen ein Ort zur Heimat werden kann. Auf diese Weise könnten gerade die kleinen Museen ein Angebot zur Beheimatung für alle Menschen einer Region schaffen, unabhängig davon, ob sie dort geboren wurden oder erst aus anderen Gegenden der Welt zugezogen sind, indem die Museen mit Bezug auf die regionale Landschaft und Lebenswelt zeigen, wie diese Welt, in der sie leben, ist, woher sie kommt und letztlich auch, warum sie so ist, wie sie sich heute darstellt. Denkt man in diese Richtung weiter, so können die kleinen Museen etwa im ländlichen Raum dieselbe Funktion übernehmen, wie sie Stadtmuseen für den städtischen Raum bereits an verschiedenen Orten in Deutschland, etwa in Berlin, Frankfurt, am Main oder Stuttgart erproben. Angesichts der aktuellen Diskussion um gesellschaftliche Werte, kulturelle Diversität, den beschleunigten Traditionswandel und vor allem den Strukturwandel im ländlichen Raum, könnten sie, wie eben die Stadtmuseen in der Stadt, als Orte der Herkunftserläuterung und der Standortbestimmung bzw. Standortreflexion einer sich verändernden Gesellschaft fungieren. Welche Relevanz die genannten Potenziale haben, wird deutlich, wenn man sie mit den Themen und Handlungsfeldern regionaler Entwicklungskonzepte in Deutschland vergleicht, in denen unabhängig von der Region die Versorgung des ländlichen Raumes, der Zusammenhalt der lokalen Gesellschaft, bürgerschaftliches Engagement, kulturelle Teilhabe sowie die Themen Bildung und Tourismus immer wieder als zentrale Anliegen genannt werden. Das Heimatmuseum 3.0 oder eigentlich müsste ich sagen Heimatenmuseum 3.0 ist somit ein Museum, dessen Arbeit eine eigenständige kulturelle Praxis darstellt, die nach anderen Maßstäben beurteilt werden sollte, als die Arbeit professioneller wissenschaftlicher Museen. Das Heimatmuseum 3.0 sollte dabei unabhängig von professionellen Standards neue und vielleicht auch unkonventionelle Wege beschreiten, um seine Funktion für die lokale und regionale Gesellschaft zu erfüllen. Es könnte sich damit zu einem sogenannten dritten Ort entwickeln, wie sie ja derzeit verstärkt gefordert und gefördert werden. Das heißt zu einem Ort, der als Ausgleich zu Familie und Beruf für alle offen ist, Gemeinschaft, Zusammentreffen und Kommunikation lebt und bietet. Eine wichtige Voraussetzung dafür, auf die ich hier nur ganz kurz hinweisen will, ist allerdings auch die Entwicklung von klaren Konzepten. Denn die genannten Potenziale entfalten sich nicht von selbst, sondern müssen bewusst ermittelt und herausgearbeitet werden. Auf diese Weise könnten die kleinen Museen aber nicht nur ihre Existenzberechtigung untermauern, sondern ich glaube, dass sie dadurch auch die Museumslandschaft insgesamt beleben würden. Denn die professionell geführten Museen müssten sich mit dieser neuen Definition des Museums auseinandersetzen. Und dies könnte den Anstoß dazu geben, sich selbst und die sie normierenden Standards zu reflektieren. Und es könnte im Sinne der aktuellen Diskussion über die Definition des Museums und dessen untere Grenze vielleicht dazu animieren, Neues zu wagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Darf ich jetzt die Maske ablassen? Ja, vielen Dank, Frau Bollmann. Sie müssen das Mikro gut vor den Mund halten, dann funktioniert das alles. Wir haben das ausprobiert. Erstmal möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Dr. Bollmann, für die PowerPoint, für Ihren Vortrag. Das war ein sehr schöner Auftakt für unsere Tagung, denn wir haben diese Präsentation ja nicht umsonst an den Anfang gestellt. Wir haben sowohl in dem Qualifizierungsprozess mit den beiden kleinen Siegermuseen in Maasberg und Medebach-Düdinghausen gemerkt, dass das Thema Veränderung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wir wollten mit Ihrem Vortrag zeigen, wohin diese Veränderung führen kann. Weit über die Neugestaltung eines musealen Schaufensters in der Ausstellung hinausgehend. Eine ganz neue Rolle. Ihre Kernbotschaft lautet, kleine Museen haben Qualitäten, die bei den gängigen Bewertungsmustern der professionellen Museumsarbeit durchs Raster fallen. Und uns war wichtig, dass die kleinen Museen, die nach eigenen Maßstäben betrachtet werden müssen und in vielerlei Hinsicht gesellschaftlich relevant sind, dass die Akteurinnen und Akteure diese Qualitäten auch überhaupt erstmal sehen und reflektieren. Denn daraus entwickelt sich ja auch neues Selbstbewusstsein. Sie bringen jetzt sehr pointiert den Begriff Heimatmuseum 3.0 ins Spiel. Das ist ja eine völlige Wende. Damit geht es nicht mehr so darum, wie sammeln wir neu und wie präsentieren wir neu, sondern weit darüber hinaus vergleichen Sie kleine Museen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, die künftig ganz anders gelagerte neue Aufgaben für die Gemeinschaft leisten. Und eine dieser Aufgaben ist eben die Begleitung gesellschaftlicher Wandlungsprozesse, zum Beispiel als Kulturübersetzer und Helfer bei Heimatungsprozessen. Meine Frage ist jetzt, welche Erfahrungen haben Sie damit konkret in den Vereinen gemacht? Es macht ja etwas mit Vereinen, wenn Sie so eine große neue Aufgabe annehmen sollen. Wie verändert sich die, ich sag mal, Talentsuche in den Vereinen durch einen solchen Anspruch? Da braucht man ja ganz neue Menschen, da braucht man nicht auf einmal mehr die Archivarinnen und Archivare und die Geschichtsbewahrer und die Profis auch in diesem Feld, sondern da braucht man kommunikative Talente. Vielleicht verändert sich auch die Struktur, vielleicht fällt auch was hinten rüber. Oder welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ja. Nee, doch, doch, Sie hören mich. Ich höre das nämlich gar nicht so zurück. Ja, Veränderungen sind natürlich ein Teil dieses Prozesses und die beginnen im Grunde wirklich auch schon in dem Moment, wo man bereit ist, sich mal selbst zu hinterfragen, tatsächlich zu gucken, was sind wir für einen Ort, was bedeuten wir für diesen Ort, wie werden wir hier eigentlich gebraucht. Und dann ist es natürlich tatsächlich so, dass man sich die Leute suchen muss, oder man meint, sich die suchen zu müssen, die irgendwie dazu passen, die diese Veränderungen mittragen. Wenn man aber in so einen Veränderungsprozess einsteigt, stelle ich dann fest, dass die Leute ganz häufig schon da sind in dem Verein. Also, dass auch diejenigen, die den Verein bisher getragen haben, dann feststellen, da sind ja schon Leute, die müssen eigentlich nur noch aktiviert werden. Indem man dann quasi sich dieser Selbstreflexion stellt und sich überhaupt erstmal bewusst macht, welche Aufgaben man vielleicht als Museum wahrnehmen möchte, indem man den Blick vielleicht zum Beispiel auf neue Zielgruppen, Kinder, Jugendliche, MigrantInnen, Menschen mit Beeinträchtigungen wirft, sind quasi die Themen auf dem Tisch. Und in dem Moment treten sehr häufig auch die Menschen in Erscheinung, die diese Themen interessiert. Man stellt dann fest, wir haben ja vielleicht schon längst im Verein die Menschen, die jetzt plötzlich ihr Thema hier entdecken, das sie aufgeworfen haben. Also, dass man im Grunde anfängt, erst über Themen zu sprechen und dann feststellt, dann findet man auch die Leute, die da mitmachen wollen, weil sie das interessiert. Und dann muss man sicher vielleicht die ein oder andere Kompetenz noch quasi, man könnte sagen, nachschulen, die man dann vielleicht speziell braucht, um sich diesen Themen zu widmen. Aber das ist tatsächlich dann ein Schritt, der relativ einfach irgendwie durch Weiterbildung etc. wieder erreicht werden kann, aus meiner Sicht. Wenn man, wie gesagt, erstmal ein Thema gesetzt hat, die Menschen gewonnen hat. Und ich würde gar nicht denken, dass man immer außerhalb des Vereins suchen muss, sondern einfach mal im Verein guckt und sieh da, da sind die Leute, die das eigentlich schon immer interessiert hat. Es war bloß nicht vorher Thema. Also, insofern, glaube ich, muss man auch nicht Angst haben vor solchen Veränderungsprozessen. Natürlich kann es immer Verluste geben. Sie werden nie jeden und jede in Ihrem Verein mitnehmen können. Das funktioniert bei Veränderungsprozessen nicht. Entscheidend ist aber, dass Sie einen großen, möglichst großen Konsens unter den wirklich Aktiven in Ihrem Verein haben. Ja, dann habe ich noch eine zweite Frage. Ich beschränke mich, damit wir auch mit der Zeit ein bisschen ungefähr im Plan bleiben. Zu den politischen Rahmenbedingungen. Heute sitzen ja auch Verantwortliche aus Politik und Verwaltung im Publikum und sind beim Livestream dabei. Was können diese Verantwortlichen tun, um die kleinen Museen bei ihrer Arbeit in Richtung Heimatmuseum 3.0 zu unterstützen? Also, aus meiner Sicht wäre gerade speziell für diese Weiterentwicklung vor allem sinnvoll, Fördermöglichkeiten für solche Entwicklungsprozesse zu schaffen. Also, zum Beispiel die Finanzierung von Moderatorinnen und Moderatoren. Denn das muss man vielleicht noch dazu sagen, eine professionelle Moderation kann, um nochmal auf die Veränderungsprozesse zu kommen, tatsächlich auch Schwierigkeiten abfedern. Sie kann sehr zielgerichtet in die entscheidende Richtung führen. Sie kann auch die bösen, unbefehlenden Fragen stellen, um dann wieder die nötige Distanz zu schaffen, um wirklich mal einen Schritt zurückzutreten und die eigene Einrichtung wirklich mit neuen Augen sehen zu können. Und solche Möglichkeiten zu schaffen oder Qualifizierungsangebote, die es erlauben, selbst in Entwicklungsprozesse einzusteigen, so etwas zu fördern, stelle ich mir sehr sinnvoll vor. Sicher auch Förderungen in anderen Bereichen. Also, die kleinen Museen haben da sehr häufig Schwierigkeiten, überhaupt Förderprogramme zu finden. Oder wenn es Programme gibt, dann sind sie eben doch häufig noch sehr bürokratisch, mit Hürden versehen, was die Beantragung anbelangt, die Durchführung von Projekten. Tarif- und Vergaberecht ist also ein Stichwort, was ehrenamtlich vereint, wirklich, wirklich nicht nur viel Arbeit macht, sondern auch echte Probleme bereitet. Und umgekehrt, glaube ich, kann man gerade Förderprogramme dazu nutzen, Ehrenamtliche auch in diese Richtung zu bewegen, doch mal mehr zu kooperieren mit anderen, sich weiterzubilden, eben Begleit- und Mentorenprogramme vielleicht zu nutzen, weil man das, könnte man ja theoretisch auch zur Bedingung machen. Also ich habe schon auch immer festgestellt, dass so ein klein bisschen Druck auch nicht schaden kann, weil manchmal sieht man das Gute einfach nicht sofort oder denkt sich, oh, ist das schwierig. Aber gut, wenn wir kooperieren müssen, dann machen wir das jetzt, um die Gelder zu bekommen und hinterher stellt man dann meistens fest, Mensch, hat uns richtig gut weitergebracht. Das machen wir jetzt auch ohne Druck weiter. Also das wäre so eine Möglichkeit, da ein bisschen mit dem Geld auch zu steuern. Ja, vielen Dank, Frau Bräumann. Wir sind dann am Ende des ersten Impulses und geben jetzt weiter und schauen in die Region, wie es hier im Hochsauerlandkreis geht. Vielen Dank. Danke auch. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, als Projektleiterin der Museumslandschaft des Hochsauerlandkreises freue ich mich ganz persönlich sehr, dass ich heute hier stehe und dass wir, der Hochsauerlandkreis, mit unseren vielen kleinen Museen und Heimatstuben ausgewählt wurden für das Pilotprojekt Kleine Museen im Wandel. Es ist mir seit vielen Jahren ein Anliegen, dass wir hier ein wenig in die Zukunft uns orientieren und über viele Jahre hat das Projekt leider oder ist leider ein wenig ins Stocken geraten. Deshalb freue ich mich persönlich sehr. Ich möchte Ihnen ganz kurz etwas zur Vorgeschichte erzählen. Ich bin seit mehreren Jahren mit Frau Dr. Gehlhaus im Gespräch über die Museumslandschaft, genau gesagt seit 2015. Denn im Jahr 2015 hat die Museumslandschaft Hochsauerlandkreis ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert und ich hatte damals Frau Gehlhaus dazu gebeten. Ich habe ihr dann an diesem Tag, ich kann mich sehr gut daran erinnern, all meine musealen Nöte gebeichtet und gesagt, dass ich schon nun so viele Jahre diese Museumslandschaft leite, aber wir wirklich nicht so richtig von der Stelle kommen. Sie hat sich, dieses Problem hat sie angenommen, sie hat mir damals versprochen, sie wird einen Workshop, eine Tagung, sie wird etwas organisieren. Dieses Versprechen hat sie eingelöst. Dafür, liebe Ulrike, ganz herzlichen Dank. Ich danke auch Ihnen, Frau Dr. Eilers, dass Sie direkt in das Projekt eingestiegen sind und es uns zu dritt gelungen ist, wirklich etwas auf die Beine zu stellen. Und wir haben uns nicht von Corona erschüttern lassen. Wir haben weitergearbeitet, weil wir auf keinen Fall wertvolle Zeit verlieren wollten. Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und dem kulturellen Wandel im ländlichen Raum ihre Aufmerksamkeit schenken. Aber ganz besonders, und das sind, glaube ich, die wichtigsten Teilnehmer hier heute, sind die vielen bürgerschaftlich Engagierten, die seit Jahrzehnten Museum leben. Das sind Sie, liebe Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die Sie Mitglied in der Museumslandschaft des Hochsauerlandkreises sind. Sie haben oft zu mir gesagt, wir brauchen Unterstützung, wir fühlen uns alleingelassen. Ich weiß aber, wie schwierig es ist, sich zu verändern. Denn in dem Moment, in dem wir auch vom Museumsamt und auch vom Sauerlandmuseum uns einschalten und einen wirklichen, tieferen Blick in Ihre Ausstellung werfen und Sie bitten, sich zu verändern und Vorschläge unterbreiten, ist das auch manchmal schmerzlich. Man muss ja vielleicht sich auch eingestehen, dass man einen sehr persönlichen Blick auf seine Sammlung hatte und muss bereit sein, Dinge loszulassen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und den Prozess wirklich jetzt auch mitgehen, dazu bereit sind. Und ich möchte Ihnen versichern, dass wir ein Gespräch auf Augenhöhe führen. Wir möchten Ihnen nichts auftränken und nichts überstülpen. Das, was wir gemeinsam entwickeln, muss auch Ihnen gefallen. Sie müssen sich in Ihren Häusern weiter zu Hause fühlen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte meinen kleinen Beitrag, in dem es um das Netzwerk Hoch-Sauerland-Kreis geht, in vier kleine Blöcke unterteilen. Es geht zunächst um die Entstehung der Museumslandschaft. Ich möchte Ihnen die Museumslandschaft des Hoch-Sauerland-Kreises vorstellen, unsere Probleme schildern und eine zukünftige Ausrichtung des Netzwerkes besprechen. Die Museumslandschaft des Hoch-Sauerland-Kreises, das sehen Sie hier sehr schön, ist ein Netzwerk, das aktuell aus 47 kleinen Museen, Heimatstuben, Sammlungen und Kulturdenkmälern mit musealem Charakter gehören. Gegründet wurde das Netzwerk im Jahr 2005 mit zunächst 16 Häusern. Diese Häuser brauchten wir nicht recherchieren, die waren sehr präsent. Innerhalb von vier Jahren bis 2013 ist die Museumslandschaft auf 47 Mitglieder angestiegen. Und einige Jahre später auf 57, das war der Höchststand. Und jetzt ist die Zahl rückläufig. Wir sind wieder da, wo wir 2013 waren. Wir haben zurzeit aktuell 47 Häuser. Das heißt, zehn Häuser haben in den Jahren geschlossen. Und wenn wir jetzt nicht uns diese Angelegenheit annehmen, wird dieser Prozess weiter fortführen. Wir werden mehrere Häuser verlieren. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob wir heute noch 47 haben. Denn einige kleine Heimatstuben sind Opfer der Pandemie geworden. Und das zeigt natürlich, wie fragil diese Struktur ist. Das Ziel der Museumslandschaft bestand ursprünglich darin, möglichst alle ehrenamtlich und hauptamtlich geführten Museen und Heimatstuben miteinander zu vernetzen und gemeinsam zu vermarkten. Diese Arbeit erledigen wir vom Sauerlandmuseum aus. Wir wollten eine möglichst breite Außenwirkung erzielen. Wir wollten uns aber auch untereinander kennenlernen. Die Wahrnehmung der nicht professionell geführten Häuser sollte gestärkt und eine Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit geschaffen werden. Das war das Ursprungsziel, das Hauptziel. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns über die ganzen Jahre zweimal im Jahr getroffen. Wir haben Fortbildungen organisiert. Wir haben Referenten eingeladen. Wir haben gegenseitig unsere Ausstellungen und Projekte uns vorgestellt. Wir wollten wissen, was wird in der einen Kommune ausgestellt und was plant die andere. Aber das alles reicht nicht aus, um in eine gemeinsame Zukunft zu gehen. Sie sehen hier die aktuelle Karte. Ein kleines Ballungszentrum, das können Sie ganz unschwer erkennen, befindet sich in Schmallenberg und Arnsberg mit jeweils sieben musealen Einrichtungen. Gefolgt von Ohlsberg mit sechs Museen, Winterberg und Maasberg mit jeweils fünf. In Medebach haben sich vier angesiedelt. Esselohe, Sundern und Meschede hat drei museale Einrichtungen, Brilon, Haus Hövener, zwei Einrichtungen und zu guter Letzt Bestweg und Hallenberg mit jeweils einer Einrichtung. Aber dort befindet sich das Besucherbergwerk Ramsbeck. Frau Elling, die Leiterin, ist hier. Ein hauptamtlich geführtes Haus, das sehr gute Besucherzahlen hat. Und in Hallenberg ist es der Kumpallenberg, der durch viele Veranstaltungen und Ausstellungen in den Medien sehr präsent ist und auch räumlich sehr gut aufgestellt ist. Dort hat es vor etlichen Jahren eine Neukonzeption gegeben. Nach den rein quantitativen und lokalen Einteilungen möchte ich gerne zwei weitere Kategorisierungen vornehmen. Beginnen möchte ich mit der inhaltlichen. Diese ganze Breite, die Sie dort sehen, setzt sich zusammen aus den Heimatstuben, in denen in der Regel Alltag und Leben in früheren Zeiten eher traditionell und oft oder in der Regel rückwärtsgewandt dargestellt wird. Das ist der weitaus größte Teil der Mitglieder. Es gibt kleine Museen mit volkskundlichen und historischen Sammlungen, die einen regionalen Bezug haben. Es gibt monothematische Sammlungen, zum Beispiel das Gerichtsmuseum Bad Fredeburg, das Westdeutsche Wintersportmuseum, sehr schön das Waldarbeitermuseum in Latrop, idyllisch gelegen, ganz klein, aber wirklich einen Besuch wert. Es gibt Montan-Industriedenkmäler, Klostermuseen und Kulturdenkmäler. Interessant ist eine Kategorisierung nach den Trägern. Da gibt es zum einen die vielen vereinsgeführten Häuser, natürlich in der Folge die größte Gruppe. Es gibt die kommunal geführten Häuser. Es gibt aber auch wenige sogenannte Mischhäuser, die kommunal und vereinsgeführt sind. Die Kirchenträger und die privaten Häuser, die hier keine große Rolle spielen, weil wir natürlich auf die privaten Häuser auch keinen Zugriff haben. Aber eine Besonderheit in der Museumslandschaft wird hier sichtbar und die jetzt auch schon genannt worden. 95 Prozent wären ehrenamtlich betrieben. Das ist eine Besonderheit in der Museumslandschaft des Hochsauerlandkreises. Ich weiß, dass das zum Teil in anderen Museumslandschaften anders ist, aber wir sind wirklich rein ehrenamtlich betrieben mit einem ausgesprochen hohen bürgerschaftlichen Engagement. Und die Problemschilderungen der Museen, die wir im Vorvortrag gerade schon gehört haben, zeigen sich in unserer Museumslandschaft ganz massiv. Da ist wenig Hauptamt, aber sehr viel Ehrenamt. Und dann fehlt auch manchmal in der Folge, erlauben Sie mir, dass ich das sage und Sie sich nicht dadurch kritisch angegriffen fühlen, fehlt auch Weiterentwicklung und Know-how. Der demografische Wandel schlägt hier ganz stark zu Buche. Wir befinden uns in einer ländlichen Region. Und ich möchte ein Beispiel nennen von einer kleinen Heimatstube hier in Arnsberg, die betrieben wurde von einer weit über 80-jährigen Frau. Und die ist eines Tages auf einer Tagung zu mir gekommen und hat gesagt, Frau Schove, ich renne seit Wochen die Straße rauf und runter und finde keinen, der es fortführt. Es kann ja nicht sein, dass ältere Menschen, die sich über Jahrzehnte engagiert haben, sich so bemühen müssen und nicht mehr nachts schlafen können, weil sie keine Nachfolge finden, aber das Haus nicht schließen möchte. Dieser Fall ist übrigens gut zu Ende gegangen. Die neue Generation führt das Haus nun weiter. Ein ganz großes Problem, wir haben es eben natürlich auch schon gehört, ist die Budgetierung. Die meisten Häuser haben überhaupt kein Budget. Viele Ehrenamtler sagen mir, alles, was wir bekommen, ist für uns selbst. 100 Euro für Spritkosten, darüber hinaus läuft gar nichts. Und so können Häuser sich nicht verändern. Wir können nicht immer sagen, da ist Stillstand. Die älteren Leute, die oftmals die Heimatstuben betreiben, die machen nichts. Es steht überhaupt kein Budget zur Verfügung. Sie können auch wenig machen. Und mit Anträgen für Fördergeldern kennt man sich ja auch nicht immer aus. Ein weiteres Problem sind die Öffnungszeiten. Die meisten kleinen Museen haben keine festen Öffnungszeiten, können deshalb natürlich in Folge ihre Museen auch gar nicht vermarkten. Denn wie frustrierend ist das, wenn Touristen oder Besucher kommen und vor verschlossener Tür stehen, da macht man sich ja eher einen negativen Namen als einen positiven. Die meisten Häuser zeigen eher Sammlungen als qualitätsvolle Ausstellungen. Das hat einen großen Charme. Es ist viel Atmosphäre in diesen Häusern, es ist aber nicht zukunftsorientiert. In vielen kleinen Häusern gibt es Textüberlastungen, Exponatüberladungen, eine uneinheitliche Grafik. Und um einen roten Faden in diesen Räumen zu finden, benötigt man einen Guide, der die Ausstellung erklärt, aber der natürlich auch nicht immer zur Verfügung steht. Ein ganz großes Problem sind mangelnde Depots. Wir haben kein Museumsdepot, kein Zentraldepot im Hochsauerlandkreis. Das bedeutet, da die Häuser selbst ja auch keine Möglichkeit haben einzulagern, stellen sie dann doch eben alles in den Ausstellungsraum hinein. Und somit sind es keine singulären Objekte mehr, die präsentiert werden, sondern es ist Masse. Und ich muss sagen, wenn ich selbst in diese Häuser gehe und versuche das mit einem Laienblick zu betrachten, was natürlich berufsbedingt gar nicht mehr möglich ist, dann fühle ich mich oftmals erschlagen. Es ist gut gemeint, aber zu viel. Hinzu kommt natürlich, dass kein konservatorisch fachgerechter Exponatschutz besteht, zum Beispiel vor Schadstoffen oder Feuchte. Einigen Heimatstuben, die durch eine einzelne Person betrieben werden, das ist oft der Fall, fehlt manchmal auch der professionelle Blick. Viele Menschen lassen sich doch dann von individuellen Interessen leiten. Das ist alles nachvollziehbar, aber so können wir die Häuser nicht an die nächste Generation übergeben. Die Folge wäre, dass viele kleinen Heimatstuben sterben würden, schließen würden. Und ich bin mir darüber bewusst, dass wir nicht jedes kleine Museum erhalten müssen. Das wollen wir auch gar nicht. Aber es gilt doch herauszufildern, welche Bestände sind so wichtig, dass sie für die Region erhalten werden sollten. Mit dem Sauerlandmuseum, das möchte ich einmal an dieser Stelle erwähnen, wurde im Rahmen der Regionale 2013 ein zentraler Knotenpunkt geschaffen, der, so wurde immer gesagt und gefordert, eine große Strahlkraft haben soll und inzwischen auch hat. Und nun in einem zweiten Schritt, das habe ich der Museumslandschaft als langjährige Projektleiterin immer versprochen, muss auch dort etwas sich tun. Es muss dieser Fortschritt in die Landschaft hineingetragen werden. Das Sauerlandmuseum ist nach baulichen Maßnahmen als Regionalmuseum des Hochsauerlandkreises mit einer völlig neu konzipierten, modernen Dauerausstellung über das Herzogtum Westfalen bestückt worden. Diese Ausstellung erzählt unsere Geschichte. Aber die Geschichte muss weitererzählt werden in der Landschaft. Denn bei uns im Haus reißt sie Themen an, kann die im Detail aber nicht weitererzählen. Ich will nur mal ein Beispiel sagen. Wintersport. Das Westdeutsche Wintersportmuseum in Neu-Astenberg, Frau Michels ist hier, ich habe sie eben schon begrüßt, ist unbedingt einen Besuch wert. Aber auch dieses Museum ist völlig überladen mit Exponaten. Es gibt auch dort kaum Räume für Depots und wir würden furchtbar gerne diese Häuser weiterentwickeln. Dann könnten wir nämlich vom Sauerlandmuseum aus die Häuser bewerben. Es soll ein Netzwerk geschaffen werden, in dem die Geschichte, die im Großen in Arnsberg im Regionalmuseum erzählt wird, detailliert weitererzählt wird mit einzelnen Geschichten in Häusern, die dann aber tatsächlich professioneller aufgestellt sein sollten. Die Geschichte wird dann zum Beispiel weitererzählt in Winterberg, in Bestwick, in Esslohe und in all den anderen Kommunen. Und ganz wünschenswert wäre es für mich, wenn jede Kommune mindestens ein Haus hätte, das so aufgestellt ist, dass man es auch mit einem guten Gewissen vermarkten kann. Denn wenn Besucher bei uns im Sauerland gewesen sind, im Sauerlandmuseum, das sehr modern und digital aufbereitet ist und wir sie dann in vielleicht eine Heimatstube, ein Heimatmuseum schicken, was völlig überladen ist, ohne jede Struktur, dann ist vielleicht der Besucher manchmal ja auch enttäuscht. Wichtig ist dabei, dass hinter den ausgewählten Häusern eine aktive Vereinsarbeit steht, eine gewisse Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eine Budgetierung. Ja, was muss sich jetzt letztendlich verändern? Wir müssen prüfen, und hier haben wir bereits einen ersten großen Schritt getan, welche Museen von der Basis her das Potenzial zur Transformation haben. Wir müssen den Exponatbestand professionell ausrichten. Willkürlich entstandene Sammlungen, das haben wir gerade schon gehört, müssen vielleicht ein wenig entkernt werden. Den Objektbestand sichten und ihn lichten. Das fällt vielen Menschen sehr schwer. Vielleicht ist es manchmal hilfreich, wenn Experten dabei sind und eine Einschätzung vorgeben. Dann darf ein neues Sammlungskonzept erarbeitet werden. Dabei können einzelne Häuser ganz neue Richtungen bekommen, und das ist schwer. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es Menschen, die sich lange engagiert haben, schwerfällt, so etwas loszulassen. Aber es sollte vielleicht auch in den kleineren Häusern eine Geschichte erzählt werden, die einen roten Faden hat und nicht alle Geschichten aufmahl. Es ist vielleicht auch nicht wichtig, dass in Dorf A und Dorf B, die vielleicht nur fünf Kilometer entfernt voneinander liegen, die Geschichte über das Alltagsleben in früheren Zeiten erzählt wird. Vielleicht kann man untereinander Exponate tauschen, und es entstehen zwei sehr interessante Handlungsstränge, die es jeder für sich wert ist, besucht zu werden. So können thematische Doppelungen vermieden werden. Ein modernes Gestaltungskonzept mit einer einheitlichen Grafik und einem Medieneinsatz wäre wünschenswert, und dabei soll das Ambiente, die besondere Atmosphäre, nicht verloren gehen. Man kann das mit den Räumlichkeiten in Einklang bringen. Langfristig wünschenswert wäre die Möglichkeit einer konservatorisch fachgerechten Einlagerung der Objekte in einem Außendepot. Aber dieses Außendepot muss als Zentraldepot mitten im Kreis liegen und nicht am West- oder Ostende. Dann würde niemand dorthin fahren, ohne sich vielleicht das eine Spinnrad zu holen, was gerade für die Ausstellung wichtig ist. Eine Inventarisierung, eine digitale Datenbank und die Qualifizierung des Personals, die im Übrigen an allererster Stelle stehen sollte. Denn es ist erst einmal wichtig, die vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler zu qualifizieren. Dann kann etwas ganz Wunderbares entstehen. Um dieses zu erreichen, ist eine Transformation im Kulturbereich unabdingbar. Die Transformation birgt eine Chance für uns alle, unsere Ausstellungsräume zukunftsfähig zu machen. Wir werden nicht jede Heimatstube, jedes kleine Museen retten können. Das ist nicht unser Ziel. Aber diejenigen, die ein Fundament und eine gesunde Basis haben und die für unsere Region Identifikationsstiften sind, die möchten wir erhalten und deren Bedeutung möchten wir stärken. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie gekommen sind, um sich um unsere kleinen Häuser mitzukümmern. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie als Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes auch an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Und ich muss sagen, es ist mir wirklich eine große Freude, dass dieses Projekt kleine Museen im Wandel jetzt nochmal durch die Kooperation, durch die Tagung und das Projekt, was wir ja eben im vergangenen Jahr schon gestartet haben, nochmal wirklich Fahrt aufnimmt. Denn es ist ja ein sehr wichtiges und sehr drängendes Thema. Das haben wir jetzt auch. Frau Schove, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag nochmal sehr deutlich herausgehört. Das fand ich jetzt auch nochmal sehr wichtig in Ihrer Darstellung der Charakteristika der Museumslandschaft Hochsauerlandkreis. Es gibt viele Potenziale. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Netzwerk. Es gibt aber auch ganz drängende Problemlagen, um die wir uns kümmern müssen. Und das ist ja etwas, was nicht nur in der Region hier von Relevanz ist, sondern das ist eine Thematik, die auch bundesweit von Interesse ist. Denn überall stehen in kleine Museen und Sammlungen vor ähnlichen Herausforderungen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dieser Sache annehmen. Ganz herzlich begrüßen in der Runde möchte ich auch Herrn Franz-Josef Rickert vom Sauerländer Heimatbund. Herzlichen Dank, dass Sie auch hier in dieser kleinen Gesprächsrunde teilnehmen. Ja, wir haben es schon gehört, auch im Beitrag von Herrn Baumann, gerade in den kleinen Vereinen vor Ort wird sehr viel Kulturarbeit geleistet. Und das eben nicht nur in den Kulturvereinen, die Kultur im Namen tragen, sondern eben auch in den Heimatbürger- und Dorfvereinen, die da ganz vielfältig unterwegs sind und sich quasi zum Teil auch um die kulturelle Grundversorgung, muss man sagen, in den Dörfern und Stadtteilen kümmern. Vielfach sind Sie wirklich auch die Kulturträger und Kulturvermittler. Vielfach sind Sie eben Träger von Museen und Begegnungsorten ganz unterschiedlicher Art. Über die Qualitäten hat uns Frau Dr. Bollmann ja schon berichtet, was gerade auch die kleinen Museen ausmacht. Und das ist uns auch nochmal als Westfälischer Heimatbund und ich denke auch den Partnern ganz wichtig nochmal deutlich zu machen, da auch über die Definition von Kultur nochmal nachzudenken, dass es eben nicht gerade die Hochkultur nur ist, die wir da in den Blick nehmen sollten, wenn wir von Kultur sprechen, sondern dass es da auch darum geht, was in diesen Vereinen, gerade auch im ländlichen Raum geleistet wird. Und hier möchten wir gerne kontinuierlich und strukturell an einer Stärkung dieser Museen und Netzwerke arbeiten. Netzwerk und Kooperationen, Herr Rickert, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für Sie, da möchte ich Sie auch gleich mal ins Gespräch holen. Da haben Sie sich schon beruflich mit der Region entwickelt, das war auch da schon Ihr Ziel, die Region nach vorne zu bringen, darüber hinaus sind Sie aber schon sehr, sehr lange ehrenamtlich im Hochsäulandkreis engagiert. Lange Jahre im Sauerländer Heimatbund, in dessen Lenkungsgruppe Sie auch Mitglied sind und ja, viele hier aus der Region kennen natürlich den Sauerländer Heimatbund als Player, aber es gibt natürlich auch Gäste, die aus anderen Teilen kommen. Insofern, vielleicht kurz zum Hintergrund, der Sauerländer Heimatbund ist ein Regionalverband, der in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen feiert, also Sie sind da schon etwas länger auch zu dem Thema unterwegs, auch in guter Gesellschaft sicherlich mit anderen Heimatvereinen und Heimatbünden und Sie verstehen sich ja auch als Interessensvertretung, als Sammlungsbewegung für Heimat- und Kulturakteure und Sie sind ein sehr lebendiger regionaler Verbund, das muss man auch noch mal hervorheben, Sie haben zwar eine lange Historie, auf die Sie zurückblicken, aber Sie stellen sich auch ganz klar den Herausforderungen, den aktuellen und schauen, wie man Dinge auch in die Zukunft entwickeln kann und da sind wir als Dachverband natürlich auch sehr froh, dass wir da so einen starken Partner vor Ort haben. Mit Blick auf das von Frau Dr. Schove gezeichnete Bild der Museumslandschaft hier im Hochsauerlandkreis wird mich da natürlich auch noch mal Ihre Perspektive aus dem Ehrenamt heraus interessieren. Wie schätzen Sie die Herausforderungen ein? Sie haben ja gesagt, dass gerade die rein ehrenamtlich getragenen kleinen Museen da noch mal besondere Problemlagen haben, also da würde mich einfach noch mal Ihre Meinung interessieren. Ja, wenn es um dieses Thema geht, muss man sich darüber im Klaren sein, Kultur ist ein ganz wichtiger Standortfaktor für eine Region und Herr Borg hat das eingangs dargestellt, wie der Hochsauerlandkreis einerseits als Wirtschaftsregion dasteht, andererseits aber auch als Tourismusregion und gerade für den Tourismus können ganz konkret zum Beispiel Museen, eine Museumslandschaft eine enorme Bereicherung sein. Das Hochsauerland ist bekannt dafür, dass man hier sich nicht unbedingt in jedem Urlaub einen Sonnenbrand holt, sondern es gibt auch etwas mäßigere Tage, so wie heute und an solchen Tagen sind nicht nur Schwimmbäder für die Touristen attraktiv, sondern gerade auch Museen und da ist es enorm wichtig, dass gerade die ehrenamtlich geführten Museen auch auf einem guten Stand sind, wie Frau Dr. Schove das eben dargelegt hat. Ja, da sehen wir auf jeden Fall große Potenziale für den Tourismus, wenn man sich natürlich auch entsprechend aufstellt und da auch offen ist, ja auch neue Herausforderungen anzugehen. Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, das Problem besteht vielfach darin, das Gedächtnis sitzt im Kopf, was die Ausstellung angeht und da muss man natürlich auch schauen, dieses vielfältige Wissen, was in den Häusern vorhanden ist, das ist sehr stark personengebunden und das ist auch etwas, was dann natürlich verloren gehen kann. Das ist so eine Herausforderung, die Sie beschrieben haben und da hatten Sie auch schon gleich eine Idee, wie mit dem Wissen umgegangen werden kann. Ja, das ist richtig. Also es gibt mittlerweile einige Museen, die es geschafft haben, Teile ihrer Ausstellung zu digitalisieren. Aber es geht dabei nicht nur darum, die Ausstellung zu digitalisieren, sondern im Sinne einer Archivierung auch das Wissen zu digitalisieren, digital festzuhalten. Das wäre eine enorme Unterstützung für die Museen und viele kleinere, ehrenamtlich geführte Museen haben da überhaupt kein Know-how und da ist enorm wichtig, dass sie dabei unterstützt werden. Das wird auch, glaube ich, ein wesentlicher Punkt sein der Museumslandschaft und Frau Dr. Schove wird mit ihren Mitarbeitern da ganz sicherlich auch wesentliche Arbeit reinstecken. Da ist ja auch die Fachhochschule zum Teil mit dem Boot, da unterstützt natürlich auch das LWL Museumsamt bei dem Thema Digitalisierung. Das ist sicherlich eine Säule auf dem Weg, sich zukünftig noch professioneller aufzustellen, aber da sind natürlich viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das hat Frau Schove auch schon entsprechend angesprochen. Der Sauerländer Heimatbund hat sich ja auch als Heimatbund ganz klar auf den Weg gemacht zu dem Thema Kulturarbeit, sich neu aufzustellen. Sie haben einen Leitbildprozess erfolgreich durchgezogen und in dem Kontext haben sie ganz klar definiert, Kultur ist uns mehr wert. und haben da geschaut, wie kann man Kulturarbeit weiterentwickeln. Vielleicht können Sie da noch mal erklären, was die Initiative ausgemacht hat und was das Ergebnis war. Ja, bei diesem Leitbildprozess haben wir uns natürlich auch über die Inhalte unterhalten und aus der Funktion unseres Vereins heraus, die Sie eingangs schon geschildert haben, haben wir gesagt, wir müssen uns darum kümmern, dass das Ehrenamt in der Region stärker unterstützt wird. Und dann haben wir mal geschaut, wo gibt es denn gute Beispiele? Und als besonders gutes Beispiel war uns aufgefallen, das Kult in Wreden im Kreis Borken. Dort hat man es geschafft, ein altes Museum zu ertüchtigen und gleichzeitig eine Struktur aufzubauen, die Anlaufstelle ist für die vielen Ehrenamtler in der Region. Und daraus haben wir selbst dann ein Konzept entwickelt, das haben wir genannt, Kultur ist uns mehr wert, mehr wert als ein Wort, aber groß geschrieben als der Mehrwert. Und damit sind wir dann an die Kreise herangetreten und sind beim Hochsauerlandkreis auf sehr offene Ohren gestoßen. Wir müssen uns da sehr bedanken, dass sowohl die Verwaltung mit dem Landrat Dr. Schneider an der Spitze als auch der Kreistag sich sehr offen gezeigt haben und nun beschlossen haben, da auch neben zunächst mal eine Bewerbung beim Land zu machen, um Fördermittel und dann auch die Kofinanzierung zur Verfügung zu stellen. Und daraus entsteht nun ein Projekt, das zum einen Teil sich bei Frau Dr. Schove wiederfindet, zum anderen Teil aber als Anlaufstelle quasi für das Ehrenamt dienen soll. Und da muss ich noch mal sagen, herzlichen Dank vor allen Dingen an die Politik im Hochsauerlandkreis. Also es geht darum, spezifischen Service für Kulturakteure in der Region zu bieten, also eine Art Kulturkümmerer kann man sagen. Da hatten Sie ja ursprünglich versucht, bei dem TRAFO-Programm auf Bundesebene eine entsprechende Förderung zu erhalten. Das hat leider nicht funktioniert, aber trotzdem haben Sie sich da nicht entmutigen lassen. Denn gute Ideen brauchen natürlich manchmal etwas länger in der Umsetzung, aber das Ganze wird jetzt auch weiterentwickelt. Und da komme ich dann noch mal zu Ihnen, Frau Schove, weil das ja auch federführend jetzt von Ihrer Seite aus mitbetreut wird. Um was geht es da konkret? Vielleicht können Sie das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal näher erklären. Was ist das konkrete Anliegen und wie gehen Sie da vor? Ja, das Projekt, von dem gerade gesprochen wird, heißt Kulturlabor Sauerland. Und das Kulturlabor Sauerland steht auf drei Säulen. Es sind übrigens im Rahmen dieses Projektes auch zwei Stellen vergeben werden. Für zwei Jahre ist das Projekt auf zwei Jahre begrenzt. Es hat also generell, es ist ein Kulturkümmerer da, der sich grundsätzlich um alle Ehrenamtler kümmert, die Nöte haben, die Probleme haben, die Fragen haben, die Qualifizierung benötigen. Hier sprechen wir natürlich nicht nur von Vereinen, sondern auch von Einzelkämpfern, die ganz alleine dastehen. Aber diese ehrenamtliche Unterstützung richtet sich auch insbesondere an die Museen. Deshalb sind zwei Stellen vergeben worden. Ein Kollege wird für allgemeine Themen zuständig sein, aber eine Kollegin, die auch bei uns im Sauerlandmuseum ein Büro haben wird, damit sie museal bei uns in den Themen andocken kann, wird sich nur um ehrenamtlich geführte Museen kümmern. Das heißt, wir werden im Zuge dieses Projektes noch einmal Häuser qualifizieren. Dabei geht es aber nicht darum, dass wir neue Ausstellungen umsetzen, sondern es geht in allererster Linie darum, dass wir die Ehrenamtler qualifizieren im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Wir unterstützen das, aber wir werden nicht die Umsetzung richtig begleiten und bis zum Ende führen. Die zweite Säule im Kulturlabor Sauerland ist eine Kreativwerkstatt. Wir können noch nicht so ganz konkret sagen, wie wir das füllen möchten, aber das hat partizipative Elemente. Wir möchten eine ganz hohe Bürgerbeteiligung. Es sollen sich dort Projekte entwickeln und wir müssen einfach so ein bisschen das Projekt erst einmal in Gang bringen, um zu schauen, wohin es uns dann führt. Aber wir sind uns ganz sicher, was die Museumsseite betrifft, es werden weiterhin Häuser im Hochsauerlandkreis darüber qualifiziert werden und das wird mit Sicherheit zu sehr, sehr guten Ergebnissen führen. Da bin ich ganz optimistisch. Das ist eine sehr schöne Kooperation zwischen uns, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Also ich lerne daraus, es wird einerseits ein Angebot geben, was sich speziell an die Museen richtet, weil Sie da auch der Meinung sind, Museen haben noch einmal spezifische Bedarfe, das haben wir heute auch schon jetzt mehrfach angesprochen. Aber zum anderen soll es eben auch ein Service sein, der für alle Kulturakteure und zwar diejenigen, die vielleicht auch als Einzelkämpferinnen oder Einzelkämpfer unterwegs sind, aber auch eben die vielen Vereine und Initiativen. Also für beide Gruppen soll das gleichermaßen ein entsprechendes Angebot sein, wo man Hilfestellung bekommt, wo man sich qualifizieren kann. Ganz genau. Es ist also für alle, die ehrenamtlich aktiv sind, es gibt eben einfach nur für den Museumsbereich noch einmal eine gesonderte Stelle, weil da ganz spezifische Fragestellungen auftauchen. Es wird Workshops geben, es wird Fortbildungen geben und die allgemeinen Themen, ob Versicherungsrecht oder Satzung, was auch immer in einem Verein Thema ist, das gilt für Museen ebenso wie für Chöre, das wird dann also für alle gemeinsam durchgeführt werden, aber die Museen bekommen darüber hinauf eine spezifische Betreuung. Und wie gehen Sie bei dem Projekt vor? Ich denke, das ist ja eine sehr divergente Zielgruppe, also Sie haben ja schon gesagt, wir haben Chöre, wir haben Theater, wir haben Heimatvereine, wir haben Museen, die haben ja alle sehr unterschiedliche Bedarfe. Machen Sie da eine Erhebung zunächst, um zu schauen, was wird da eigentlich konkret vor Ort gebraucht, denn es soll ja auch zielgerichtet sein, denke ich. Wir müssen erst einmal an die Öffentlichkeit gehen, damit man überhaupt von diesem Projekt erfährt, dann werden wir eine Bedarfsanalyse erstellen. Das gilt insbesondere für die Vereine. Wir wissen nicht, was gibt es für Probleme, wo es bedarf, das müssen wir erst erfragen. Ganz anders sieht das im Museumsbereich aus, die Bedarfe liegen vor, die sind uns bekannt, die kennen wir über die Museumslandschaft. Das heißt, wir werden mit dem Teil für die Museen sehr viel schneller in die Praxis einsteigen können, als in der allgemeinen Vereinsarbeit. Aber wir haben uns vorgenommen, das Projekt ist auf zwei Jahre begrenzt, also wir müssen schon auch zeitnah jetzt arbeiten und was umsetzen und vorweisen. Wir wollen uns ein Vierteljahr nehmen, um die Bedarfe abzudecken und dann werden wir direkt in die Umsetzung gehen. Herr Rickert, wenn Sie das jetzt so hören und dann noch mal aus ehrenamtlicher Perspektive darauf schauen, wir haben ja schon erfahren, der Sauerländer Heimatbund hatte ja ursprünglich die Initiative zu diesem Projekt ergriffen. Ist das denn etwas, was vor Ort in dieser Form gebraucht wird? Was sind da die konkreten Bedarfe aus Ihrer Sicht? Was muss eine solche Einrichtung leisten? Ja, ganz eindeutig wird es gebraucht. Der Hoch-Sauerland-Kreis ist ländlicher Raum. Auch wenn wir gleichzeitig eine starke Industrieregion sind, allein von der Flächengröße her ist der Kreis ländlicher Raum. Und das ist eben als Tatsache so anzunehmen, anzunehmen, es gibt keine Spitzenkultur in einer solchen Region, sondern es gibt Kultur sehr weit verbreitet und sie wird eben in einem solchen Raum ganz überwiegend vom Ehrenamt getragen. Das gilt genauso für die Museen. Frau Dr. Schowa hat das ja eben sehr deutlich gemacht. Und aus dem Grunde brauchen die Ehrenamtler eine Anlaufstelle. Sie brauchen eine Servicestelle, die sie auch bei den Alltagsgeschäften berät. Es klang eben in dem Vortrag auch an, wie schreibe ich aus, wenn ich zum Beispiel eine kleine Investition mache für meine Einrichtung. Wer weiß, wie ich steuerrechtlich vernünftig beraten wäre. Das muss nicht alles diese Servicestelle selber leisten. Sie muss aber wenigstens wissen, gewusst wo und gewusst wer. Es gibt natürlich Angebote überregionaler Art. Also der WHB bietet ja auch verschiedene Dinge an. Aber, und ich denke, da sind wir uns auch einig, Es muss auch eine konkrete Unterstützung, eine Anlaufstelle vor Ort geben, wo man sich dann auch noch mal mit der täglichen Arbeit hinwenden kann. Ich denke, das ist da noch mal das Zentrale, dass es eine Einrichtung ist, die wirklich dann den engen Kontakt dann vor Ort pflegt und da noch mal einen besonderen Blick auch auf die Problemlagen hat. Also Ehrenamt braucht letztendlich auch Hauptamt, wie natürlich auch Hauptamt auch auf Ehrenamt angewiesen ist. Aber ich denke, da ist ja auch ohnehin schon gerade auch eine gute Kooperation beim Sauerländer Heimatbund, was diese Thematik angeht mit dem Kreis und auch mit der Museumslandschaft. Also das scheint mir doch hier eine Win-Win-Situation, kann man sagen, für alle Beteiligten zu sein. Also ich denke, das kann man durchaus auch noch mal anderen mit auf den Weg geben als Impuls. Hier funktioniert diese Zusammenarbeit, zumindest wenn ich das aus dem Vorgespräch so richtig entnommen habe, was den Sauerländer Heimatbund angeht, funktioniert das gut. Also aus meiner Sicht ja. Ich müsste fragen, wer anderer Meinung ist, aber aus meiner Sicht funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Die Verwaltung unterstützt den Verein. Das zeigt sich besonders, das sage ich mal an zwei Beispielen. Zum einen hat der Hoch-Sauerland-Kreis eine Ein-Drittel-Stelle einer professionellen Mitarbeiterin der Sauerländer Heimatbund zur Verfügung gestellt für die Geschäftsführung. Das heißt, da sitzt eine Profikraft in der Geschäftsführung des Vereins, ohne dass auf die inhaltliche Arbeit des Vereins Einfluss genommen wird, muss man deutlich sagen. Und das entlastet den geschäftsführenden Vorstand vom vielen bürokratischen Aufwand. Er kann sich dafür mehr um die inhaltlichen Dinge kümmern. Und das zweite Beispiel für gute Zusammenarbeit ist, dass der Verein selber das nicht alles ohne Gegenleistung entgegennimmt, sondern wir unterhalten eine Zeitschrift. Alle wichtigen Informationen, die es aus der Kreisverwaltung gibt oder aus der Museumslandschaft, werden auch in unserer Zeitschrift kostenlos veröffentlicht. Unsere Zeitschrift steht immer allen zur Verfügung und wir leisten auch an anderer Stelle, wenn es geht, Unterstützung. Also das ist wirklich eine sehr gute Kooperation. Und das neue Projekt, da sind wir natürlich sehr gespannt auf diesen Transformationsprozess. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Projekt jetzt auf zwei Jahre zunächst befristet? Ja genau, das Projekt ist auf zwei Jahre befristet. Wir starten schon mit der ersten Kraft am 1.9. mit der zweiten am 15.10. Also wir müssen die Zeit nutzen und okay, im Moment ist es befristet, aber es wird sich dann zeigen, wie wichtig das für die Zukunft ist, ob vielleicht daraus was Dauerhaftes entsteht. Aber da kann man natürlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Aussage für machen. Wir sind dankbar, dass wir überhaupt das Projekt auf den Weg bringen. Also auf jeden Fall sind die Bedarfe da und wir sind dann gespannt, wie sich dieses Pilotvorhaben weiterentwickelt und damit natürlich auch künftige Generationen etwas davon haben, wäre es natürlich schön, wenn das dann auch in die Zukunft getragen werden könnte. Aber lassen wir uns mal überraschen, wir werden das natürlich mit Interesse weiterverfolgen und vielleicht ist es etwas, was dann auch in die Region getragen werden kann und anderen dann auch nochmal als Impuls dienen kann für ihren Weg. Dann ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und dann würden wir jetzt dann zum dritten Impuls kommen, wo es auch noch einmal um Herausforderungen geht. Sie hatten es ja auch schon in Ihrem Beitrag angesprochen, es ist eine Offenheit aller Beteiligten erforderlich und das werden wir jetzt auch im dritten Impuls noch einmal, denke ich, im Detail hören. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können noch. Einen Moment, ja? Geht auch ganz schnell. Mein Name ist Burkhard Sonnenburg, ich bin der Leiter des neuen Stadtmuseums der Stadt Meppen und ich habe die große Freude gehabt, jetzt seit fast 20 Jahren, nein, es sind eigentlich genau 20 Jahre, verschiedene kreisstädtische Museen in Niedersachsen von innen erlebt zu haben, in unterschiedlichen Funktionen, zuletzt in Leitungspositionen, wobei die prägendste Zeit, meine zehn Jahre im kleinen Heimatmuseum der Stadt leer waren, ein komplett vereinsgetragenes Haus mit all diesen Eigenschaften und Elementen, die hier schon in den letzten Vorträgen vorgestellt wurden und da schlägt auch mein Herz. Das, was wir nämlich jetzt gerade über die kleinen Häuser gehört haben, was ich auch einen Großteil unterschreiben würde, da würde ich jetzt die Perspektive aus den kleinen Häusern und vor allen Dingen für die kleinen Häuser aus museumspraktischer Sicht andocken. Das wird vielleicht auch ein bisschen emotional, denn ich habe mich die ganze Zeit gefühlt, dass man über mich gesprochen hat, also über mein Haus, über meine Arbeit, über die ganzen Probleme, die da sind und da brodelt es sofort und da will man eigentlich auch gleich mal so ein bisschen gegenhalten. Das würde ich hier auch gern tun. Meine Perspektive ist auch deswegen, die der kleinen Häuser, weil ich als Vorsitzender der AG Museen und Sammlungen in Ostfriesland 64 kleine und kleinste Häuser sozusagen betreue und natürlich in meiner Netzwerkarbeit für die Museen immer auch mit kleinen Häusern zu tun hatte und vor allen Dingen als Beisitzer im Vorstand des Museumsverbands auch in der Beratung kleiner Häuser tätig bin und auch den Museumsgütesiegelprozess mit begleite. Also ich glaube, ich habe vieles, vielleicht nicht alles, aber ich habe vieles erlebt und ich kenne tatsächlich, glaube ich, die Probleme, die in den Häusern selbst sind, also die in den Vereinsvorständen, in den abendlichen, spätabendlichen, stundenlangen Sitzungen besprochen werden, die habe ich alle kennengelernt. Aus der Perspektive würde ich ganz gerne berichten und als erstes fange ich an, den Titel meines Vortrags zu dekonstruieren. Ich habe ihn selbst gewählt, aber eigentlich dramaturgisch extrem ungeschickt. Den zweiten Teil des Titels, den nehme ich so hin, darum wird es auch gehen, die Neuorganisationen kleiner Museen, die notwendig ist und die Probleme dabei. Aber der erste Teil, Angst vor Autonomieverlust, sage ich ganz ehrlich, mache ich ein Fragezeichen dahinter. Denn ich habe Heimatvorstände, Heimatvereinsvorstände kennengelernt, die absolut progressiv waren, die Veränderung wollten, die danach geschrien haben, die sich gefreut haben, dass endlich etwas passiert und etwas verändert wird. Und jetzt kommt die bittere Pille. Ich habe Vereinsvorstände kennengelernt, die waren zu schwach zum Beharren. Die können das gar nicht mehr und sind sozusagen kurz davor aufzugeben. Und ja, die wünschen sich auch Veränderungen. Das sozusagen zum Einstieg, aber ganz kurz nochmal ein Hinweis auf das, was ich Ihnen hier in meinem Kurzvortrag mitteilen will. Ich versuche eine kurze, kleine Einstimmung in das Thema Heimatmuseen, auch eine Typologie vielleicht und komme zu der großen Frage, die ja auch schon angesprochen wurde, der Trägerschaften. Ich glaube nämlich, dass es eine zentrale Frage ist, im Bereich der Neuorganisationen über die Trägerschaftsmodelle zu sprechen. Und ich stelle drei Modelle vor. Und wenn ich nur drei Modelle vorstelle, dann sieht man daran gleich, der lässt was weg. Ja, ich werde ganz viel weglassen. Es gibt nämlich unglaublich viele Varietäten, ganz viele unterschiedliche Modelle. Aber ich glaube, es gibt drei Hauptmodelle und die sind, glaube ich, für die meisten von Ihnen auch interessant. Ganz kurz komme ich nochmal auf die Herausforderungen zu sprechen. Frau Dr. Bollmann, geschätzte Kollegin, hat ja schon auf viele hingewiesen, die da sind. Das wiederholt sich gleich vielleicht ein bisschen. Aber auch hier sehen Sie das Fragezeichen. Sind das eigentlich neue Herausforderungen? Also ich will da ganz kurz nochmal darauf eingehen und vor allen Dingen auch an der Stelle schon mal sagen, Heimatmuseen waren immer im Wandel. Die hatten immer Herausforderungen. Das ist keine neue Erscheinung, hat auch nichts mit unserer jetzigen komplizierten Zeit zu tun, war eigentlich schon immer kompliziert. Sie merken auch, ich provoziere ganz gern ein bisschen. Aber kommen wir vielleicht nochmal ins Gespräch drüber. Ja, Möglichkeiten der Bewältigung, da warten wir alle drauf. Was kann man eigentlich machen? Und jetzt kommt auch gleich die schlechte Nachricht. Es können eigentlich nur aus den Museen selbst heraus, aus den Vereinsvorständen, aus den Verantwortlichkeiten heraus, Änderungen impliziert werden. Manche warten ja tatsächlich darauf, dass jemand die Schreie hört, die Notschreie, die SOS-Signale, die Klopfzeichen und sagt, jetzt ändern wir was für euch. Nein. Es geht eigentlich nur aus den Häusern heraus. Insofern ganz klar, wenn was erändert werden soll, dann muss die Bereitschaft zum Verändern da sein. Das setze ich hier einfach mal voraus. Und am Ende eben nochmal ein kleiner Hinweis auf die Probleme bei der Neuorganisation. Und da mache ich auch etwas anders als meine Vorrednerinnen. Ich werde nicht nur über die internen Probleme sprechen, sondern auch die externen. Ich hoffe, sie folgen mir. Ein typischer Heimatvereinsvorstand. Und zwar in einer Zeit, wo die Museumswelt noch in Ordnung war. Im Jahr 1913 saßen diese Herren zusammen. und man kann sehen, die Bärte waren filigraner, barbiert als heutzutage. Rauchen in geschlossenen Räumen war durchaus noch möglich, sogar im Museum. Die gute alte Zeit. Die Herren strotzen vor Selbstbewusstsein und vor Stolz, denn es ist ihnen gerade gelungen, ihre umfangreiche und seit dem späten 19. Jahrhundert wachsende heimatkundliche Sammlung, vor allen Dingen Stücke, die ihnen geschenkt wurden aus der Bevölkerung, vererbt wurden auch, in angemieteten Räumen in einer alten Schlossanlage unterzubringen, auszustellen. Das Heimatmuseum der Stadt Leer 1912 gegründet, das haben die gerade geschafft. Ja, sie sehen tatsächlich ganz zufrieden aus, aber ich glaube, sie ahnen schon die Probleme, die auf sie zukommen könnten. Die Sammlung wächst natürlich. Das ist das, was Sammlungen gemeinhin tun. Sie werden immer größer. Und ja, angemietete Räume, man braucht natürlich ein Museum. Sie werden nicht nur diese Räume kaufen ein paar Jahre darauf, sie werden die ganze Schlossanlage kaufen und sie werden auch noch ein weiteres Haus kaufen und werden sozusagen das Museum zu einem großen Heimatmuseum ausbauen. In den 30er Jahren zwei klassizistische Bürgerhäuser nebeneinanderliegend ankaufen und da ist das Heimatmuseum der Stadt Leer heute immer noch untergebracht. Da merkt man schon, was passiert. Da ist also nicht nur eine Sammlung im Eigentum eines Vereins, sondern da sind auch die Gebäude im Eigentum eines Vereins bis auf den heutigen Tag. Ja, diese Herren haben Zeit. Warum haben die Zeit? Ja, die haben alle ein erfülltes Berufsleben gehabt, sind sozial abgesichert, saturiert, vermögend. Da sind Apotheker dabei, Kaufleute, Oberlehrer und alle sind natürlich brillant vernetzt. In die Politik hinein, in die Handwerkerschaft hinein, die kennen Leute. Also alles, was im Museum so anliegt, das kann man organisieren. Da muss man auch nicht viel machen, keine Anträge stellen, das geht. Das streiten diese Menschen hier aus. Ich gebe noch etwas zu bedenken, es sind Männer. Das ist ganz typisch für die Zeit. Wo sind die Frauen? Die Frauen, die regeln, das was zu Hause zu regeln ist. Kümmern sich um die Kinder, um den Hausstand, tun diese Dinge und geben ihren Männern da eigentlich erst die Gelegenheit und die Möglichkeit, sich in dieser Weise zu engagieren. Ich sage das deswegen, weil wir heute in einer Zeit leben, wo diese Verhältnisse, die Ehrenamt möglich machen, ganz anders sind. Also es ist eine andere Zeit. Ja und dieser Verein und dieses Heimatmuseum hat natürlich mit Herausforderungen zu kämpfen. In den 30er Jahren beginnt es. Das NS-Regime nimmt Einfluss auf die Museumsarbeit, sagt den Museen, was sie zeigen sollen, wie sie es zeigen sollen, Schwerpunkt Uhr und Frühgeschichte, Stichwort germanische Hochkultur, natürlich auch völkische, nationalsozialistische Inhalte, die in den Museen unbedingt präsentiert sein sollten. Damit haben die sich zu arrangieren. Manche machen mit, manche versuchen, sich da rauszuhalten, aber es ist eine Herausforderung. Der Zweite Weltkrieg schlägt eine Bresche. Bombenfallen. Die Museumsarbeit kommt zum Erliegen im grenznahen Raum. Ich bin im Nordwesten vor allen Dingen museal tätig. Es kommt zu Plünderungen, zu Zerstörungen und erst nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 in wesentlich kurzer Zeit kommen die Museen sozusagen wieder hervor und fangen ihre Museumsarbeit an. Aber unter schwierigen Voraussetzungen. Heimat ist ein schwieriger Begriff nach 1945. Und natürlich soll die Politik nicht stattfinden. Die jüngere Geschichte soll ausgeblendet werden. Das machen die Häuser in den 50er Jahren. Und das ist eigentlich auch das Bild, was wir vom Heimatmuseum haben. Das ist das Heimatmuseum der 50er Jahre. Schöne alte Zeit, gute Gefühle. Keine heißen Eisen. Und so kommt ja sozusagen dieses Image auch zustande aus dieser Zeit. Und trotzdem, das würden wir uns alle ja so wünschen, jeden Tag Schulklassen. Eine nach der anderen. Und die gehen da schön sitzahm in Zweierreihen durch und schreiben hinterher einen Aufsatz. Stichwort Heimatkundeunterricht. Die hatten keine Sorgen in der Zeit, die Schüler und die Schülerinnen in die Museen zu kriegen. Die mussten kommen. Dann kommen die 60er Jahre und jetzt wird es richtig kompliziert. Museen sollen professioneller werden, wissenschaftlicher werden, sollen inventarisieren, sollen forschen. Das wird gefordert. Das geht von außen in die Museen rein. Sie müssen sich damit irgendwie auseinandersetzen mit dieser Fragestellung und mit dieser Forderung. In den 70er Jahren kommen dann die Pädagogen und die sagen, hey, ihr müsst euch eure Vermittlungsarbeit richtig machen. Und da gibt es Konzepte, da gibt es Wissenschaft und das müsst ihr auch in den Museen machen. Und das alles vollzieht sich vor alternden Gebäuden, die dann in den 70er, in den 80er Jahren plötzlich zu zerfallen beginnen. Natürlich auch Ausstellungen, die in die Jahre gekommen sind. Und es kommt wirklich in dieser Zeit in Niedersachsen in den 70er und 80er Jahren zu großen Sanierungsvorhaben, die alle eins gemeinsam haben. Die Häuser werden schön gemacht, die Räume werden ertüchtigt, aber die Ausstellungen, die Dauerausstellungen, die werden eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich, einfach so ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen ertüchtigt, aber richtig neue Dauerausstellungen gibt es nur ganz selten. Also es kann passieren, dass man heute, 30 Jahre nach dieser Phase, in ein Haus kommt, was im Wesentlichen eine Dauerausstellung aus den 70er, 80er, vielleicht frühen 90er Jahren zeigt. Und das ist sozusagen eine Situation, die man so ganz vereinfacht und ein bisschen zugespitzt hier für die Heimatmuseen, für die kleinen Museen in Niedersachsen, vielleicht auch in Westfalen, konstatieren kann. Und über allen steht natürlich über die Jahrzehnte die wichtige Frage, diese ganzen Herausforderungen, die ganzen Dinge, die wir tun sollen. Wie kann man das organisieren? Wer bezahlt das? Wer macht es in den Häusern? Also das sind die zentralen Fragen und es wird auch in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Gremien immer wieder begraten und es kommt zu verschiedenen Modellen und die würde ich ganz gerne mal ebenfalls etwas vereinfacht hier an dieser Stelle vorstellen. Drei Modelle, und das fand ich ganz schön, dass wir diese drei Modelle auch schon in einem Vortrag hier anmoderiert gehört haben und ich finde, das sind ganz gute Vereinfachungen, wenn ich auch vorhin gesagt habe, es gibt auch Varietäten. Es gibt das Vereinsgetragene Museum. Was zeichnet das aus? Die Sammlung ist im Eigentum des Vereins und der Verein ist auch Eigentümer der Museumsgebäude. Mit allen Verantwortungen, die damit zu tun haben, natürlich auch mit der Verantwortung für eine Sanierung, wenn die Häuser zerfallen, das steckt da natürlich auch drin. Dann ist der Vereinsvorstand für die Museumsarbeit verantwortlich. Das wird sozusagen aus den Vorständen heraus gesteuert. Da gibt es Vorsitzende, die sind dann gleichzeitig die Museumsleiter. Also die gibt es heute noch, würde ich mal sagen, begegnen immer noch. Das sind also sozusagen Menschen, die auch diese museale Leitung im Grunde mitmachen, obwohl sie eigentlich im Vorstand tätig sind. Und ehrenamtliche Aktive, dazu gehören auch die Vorstände, das ist wichtig zu sagen, die sind auch ehrenamtlich tätig, die diesen Museumsbetrieb, der ja nötig ist, machen. Ich meine hier den basischen Museumsbetrieb, die Öffnungszeiten sicherstellen, Kassendienste machen, natürlich sich auch um die Sammlungen kümmern. Also all das wird im Ehrenamt zu 100 Prozent erledigt. Wie finanziert man das? Die Vereine sind meistens mitgliederstark, die Mitgliedsbeiträge reichen zum Beispiel zum Unterhalt der Gebäude aus. Und es gibt dann eben auch noch ein paar Einnahmen, es sind meistens nicht viele. Und es gibt viele Spenden, denn das ist etwas, was Heimatvereine sehr oft auch heute noch kriegen, Spenden. Warum? Sie sind gemeinnützig und können eine Spendenquittung ausstellen. Das ist ein ganz wichtiger Selling Point. Höre ich immer wieder von Stiftungen. Es gibt dann auch die geteilte Partnerschaft und das ist etwas ganz Besonderes eigentlich, weil da kommen zwei Partner zusammen, die eigentlich ja erstmal so nicht zusammengehören, aber in der Museumsfrage, in diesem Modell zusammenkommen. Und das ist die Kommune. Wem meine ich damit? Vor allen Dingen die Stadt oder den Kreis. Also das sind sozusagen die beiden Ansprechpartner, die man sehr schnell hat im Heimatmuseumskontext. Da bleibt der Verein Eigentümer der Sammlung, aber die Kommune ist meistens, nicht immer, Eigentümerin der Gebäude. Heißt, die Verantwortung für die Gebäude, für die Sicherheit, die Sanierung, die Ausstattung und so weiter und den Unterhalt liegen auf kommunaler Seite. Ich glaube, viele, wenn nicht die meisten Museen, haben so eine Trägerschaft. Also ein kommunales Gebäude, wo sie ihre Vereinsmuseumsarbeit drin machen. Vielleicht gegen eine geringe Miete, vielleicht aber auch kostenfrei, aber ich glaube, das ist ein Modell, was sehr oft vorkommt. Der Vereinsvorstand ist weiter für die Museumsarbeit verantwortlich, hauptsächlich, sage ich hier. Denn natürlich, das habe ich auch schon selbst erlebt, kommt, wenn die Kommune mit in der Trägerschaft drin ist, dann und wann auch mal so etwas wie, willst du nicht mal die und die Ausstellung machen? Oder mein Kumpel hat eine schöne Wanderausstellung, sagt der Bürgermeister zu dir und sagt, willst du nicht mal im Museum ausstellen? Diese Wünsche schlägt man ja nicht ab. Insofern gibt es da den ersten Einfluss. Und natürlich kommt jetzt auch das erste bezahlte Personal zum Einsatz. Aber die ehrenamtlichen Aktiven, die machen weiter den basischen Museumsbetrieb. Was meine ich damit? Bezahlt das Personal? Hausmeister, Reinigungskräfte, werden von der Kommune bezahlt. Die Ehrenamtlichen machen weiter die basischen Museumsaufgaben. Das finanziert sich jetzt nicht nur durch die Mitgliedsbeiträge, die Einnahmen und die Spenden, sondern auch durch einen jährlichen Sachkostenzuschuss. Ich erzähle nichts Neues, der ist immer zu gering. Ist das korrekt? Ja. Man müsste mal dahin kommen, dass der auskömmlich ist, aber man muss daran arbeiten vielleicht, dass er über Jahre steigt. Also das sind alles Dinge, die ich jahrelang gemacht habe, mit wechselnden Erfolgen, um ehrlich zu sein. Aber es kommt jetzt also der Sachkostenzuschuss dazu. Wo ist der angesiedelt? Bei den freiwilligen Leistungen. Was heißt das? Jahr für Jahr wird neu ausgehandelt. Kommt der Zuschuss in der Höhe an das Museum oder kommt er nicht? Und in der Corona-Zeit, ich nehme es gerne auf, haben viele Museen, kleine Museen gezittert, weil sie sich natürlich vorstellen können, dass die Gelder jetzt nicht mehr einfach so im freiwilligen Spektrum vergeben werden, vielleicht sogar gekürzt werden, ganz gestrichen werden. Das ist eine Angst, die noch nicht ausgestanden ist. Die geteilte Trägerschaft, Verein und Kommune, ein ganz wichtiges Modell. Und dann kommen wir zu einem dritten Modell, was es auch gibt und was es gar nicht so selten gibt. Die Kommune trägt das Museum. Und das klingt erstmal so, der Verein ist raus. Aber das stimmt nicht. Meistens ist nämlich der Verein, den es ja irgendwie gibt, weil irgendwer muss die Sammlung ja begonnen haben, weiter Eigentümer der Sammlung. Ich kenne nur ganz wenig Fälle, wo die Sammlung als Eigentum vom Verein auf die Kommunen übertragen wurde. Warum ist das so? Kommunen wollen die Sammlung gar nicht. Was sollen wir damit? Müssen wir irgendwo hinstellen? Müssen wir was mitmachen? Müssen wir vielleicht restaurieren, vielleicht pflegen? Riesenverantwortung. Lieber Verein, behalt doch die Sammlung. Also das ist tatsächlich üblich, dass der Verein Eigentümer bleibt. Aber natürlich ist die Kommune dann Eigentümer der Gebäude und hat auch hauptamtliches Personal eingestellt, implementiert, um die Museumsarbeit zu verantworten und durchzuführen. Und das wird auch meistens mit bezahltem Personal gemacht, die es jetzt also auch dem Museumsbetrieb, dem basischen Museumsbetrieb ermöglicht. Das heißt, das Ehrenamt ist an der Stelle raus. Aber es ist noch da. Den Verein gibt es ja noch. Was tun die Ehrenamtlichen in diesem Modell? Sie sind weiter extensiv in einigen Bereichen tätig, inventarisieren ein bisschen mit, sind beim Ausstellungsbau beteiligt. Das sind so klassische Bereiche oder aber sind in anderen Bereichen tätig. Die Finanzierung, komplett durch die Kommune abgesichert und der Verein, der sich natürlich fragen muss, was machen wir jetzt, wenn wir die Museumsverantwortung nicht mehr haben? Wir fördern und unterstützen Projekte. Wir unterstützen die Museumsarbeit. Vielleicht können wir auch mal einen Ankauf realisieren. Das sind also so Sachen, die Vereine in diesem Modell gerne tun. Gibt es sehr viele Beispiele für, wie so ein Förderverein, die Museumsarbeit auf diese Weise unterstützt? Ja, da kann man schon ablesen. Es gibt diese drei Modelle und vielleicht hat man auch schon gesehen, es könnte ja auch eine Entwicklung geben. Vom vereinsgetragenen Museum über die gemischte Trägerschaft hin zum kommunalen Museum. Weil das scheint uns ja allen irgendwie als eine sehr sichere und stabile Situation. Aber ich will da auch ein bisschen Wermut reingießen gleich in das Grab, in das Glas. Aber in Wirklichkeit geht es jetzt immer darum, herauszufinden, wie sind eigentlich die Herausforderungen gestaltet? Was für Problemstellungen gibt es eigentlich? Und da interessieren uns jetzt vor allen Dingen die ehrenamtlich vereinsgetragenen Heimat- und Stadtmuseen, die sich jetzt also mit ganz neuen Fragen, sind die wirklich neu, ist die Frage, aber im Augenblick sehr intensiv befassen müssen. Und zwar zum einen, die Häuser, die im Vereinseigentum sind und denkmalgeschützt vielleicht sogar sind, sind sanierungsbedürftig. Gebäude müssen saniert werden. Da bröckelt der Putz buchstäblich von der Wand und dann sind die meistens auch so verwinkelt, mit so vielen Treppen und Nischen versehen, dass die Frage der Barrierefreiheit. Im Augenblick ist es glaube ich so, dass viele Häuser sagen zu körperbehinderten Menschen, zu älteren Menschen, du brauchst gar nicht erst versuchen, nach oben zu kommen. Das ist viel zu gefährlich. Die Treppen sind zu steil. Da kann man sich wehtun. Im vierten Obergeschoss weiß ich auch, habe ich auch keinen Überblick mehr, was da eigentlich passiert. Barrierefreiheit, ein ganz wichtiger Punkt. Stichwort Fahrstuhl, Fragezeichen. Fahrstuhl in ein denkmalgeschütztes Gebäude. Schwierig, das meine ich mit dieser Problematik. Wenn man da investieren will, und ich meine jetzt nicht nur das Gebäude, ich meine auch die Ausstattung. Muss ja sozusagen auch eine Grundausstattung da sein. Bewegen wir uns in der Regel in Millionenhöhe, was die Investitionshöhe angeht. Und dann ist klar, dass ein gemeinnütziger Verein diese Mittel natürlich gar nicht hat, sie überhaupt nicht leisten kann und sie auch nicht einwerben kann. Das ist nämlich auch nicht so einfach, als gemeinnütziger Verein in dieser Größenordnung Mittel einzuwerben dafür. Und das ist eben das Problem, was viele Häuser haben. Ein großer Bedarf an Sanierung, Gebäudesanierung und Barrierefreiheit, aber keine Möglichkeiten, das umzusetzen. Es fehlt an Geld. Dann aber auch die Ausstattung, davon haben wir schon gehört, die museale Ausstattung, die Präsentation, die Dauerausstellung. Und ich will das mal ein bisschen anders formulieren, als es hier formuliert wurde. Die Macher der Museen, die ehrenamtlichen Macher, die können Ausstellungen. Also die sind manchmal wunderbar, großartig. Die sehen nicht immer von vornherein nicht gut aus. Aber das ist das, was alle Ausstellungen eigentlich erleiden. Sie kommen in die Jahre. Sie vereiten. Sie lassen sich sozusagen nicht ohne weiteres überarbeiten. Sie sind didaktisch und ästhetisch veraltet und überholt, verstaubt und zum Teil schäbig. Sie zieht sich nicht auf mangelnde Raumpflege. Ist einfach so. Das nutzt sich irgendwie ab. Das merkt man. Das ist natürlich da und das ist auch hier der Fall, dass die Vereine nicht die Mittel haben, nochmal in großer Höhe zu investieren, investieren, um das aufzufangen, um eine Erneuerung der Ausstellung, der musealen Ausstattung ins Werk zu setzen. Ja, und dann haben wir das Sammeln. Und da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht, als hier so ein bisschen kolportiert wurde. Das Sammeln ist nämlich in einer großen Krise, denn viele Heimatmuseen haben aufgehört zu sammeln. Ja, also lassen es einfach sein. Sind nicht die, die jetzt das zehnte und zwölfte Spinnrad aufnehmen und dann nicht wissen, wohin. Die sagen gleich, wir nehmen nichts mehr. Wir sind voll. Wir sind fertig. Ja, und auch die schönsten Stücke, die angeboten werden, können nicht und werden nicht mehr aufgenommen. Aber es ist schon so, dass da eigentlich im Grunde auch immer gesammelt wurde und auch gar nicht so schlecht. Konzepte und Systematiken gab es, muss es auch geben. Man kann eigentlich im Grunde nicht zielungerichtet sammeln. Man hat immer eine Konzeption. Aber natürlich ist es so, ein Landungsmanagement muss langfristig sein. Das heißt, es muss über mehrere Jahre auch fortgesetzt werden. Ehrenamtliches Engagement ist in den seltensten Fällen sehr langfristig. Menschen hören auf, kommen dazu, kommen rein, lassen es wieder. Und das macht natürlich das Sammeln schwierig. Immer wieder neue Konzeptionen, neue Ansätze. Ein System wird nicht fortgesetzt. Da wird erst mit Excel inventarisiert. Dann kommt die erste Software. Dann kommt die nächste. Es gibt 50 Datenbanken. Das ist das Problem. Und das hat natürlich eigentlich eher einen technischen Hintergrund und nicht den, die können es nicht. Aber auch hier ganz klar eine Krise. Und das wurde schon angesprochen, fehlende Magazinräume. Traue ich mir gar nicht drauf zu schreiben. Seit Jahrzehnten wird ja in der Museumslandschaft auch die großen Häuser beklagen das, über fehlende Magazine und Depots gesprochen. Ist ein ganz eigenes Thema. Aber das betrifft die kleinen Häuser natürlich auch. Und was kommt jetzt noch dazu? Permanent steigende Ansprüche an museale Didaktik und Vermittlung. Und zu Recht fordern ja Schulen, wenn sie unsere Partner sein wollen, auch eine an schulischen Lerninhalten orientierte, professionelle Museumspädagogik. Und da sage ich ganz klar, professionell heißt, es kann nicht ohne weiteres eine Lesefrau und eine Lesetante aus dem Ehrenamtskontext leisten. Nicht ohne weiteres. Dazu braucht es mehr. Und das ist etwas, was viele Heimatmuseen aber auch verstehen. Wir können im Grunde die große Pädagogik, die hier von uns gefordert wird, die Vermittlung mit dem, was wir haben, eigentlich gar nicht umsetzen. Was brauchen wir dafür? Fachliche Expertise, im Grunde übersetzt Personal. Wir brauchen Fachpersonal, bezahltes Fachpersonal. Die müssen uns dabei helfen. Die müssen es vielleicht sogar tun. Das lässt sich eben alles nicht mehr in stundenweiser, ehrenamtlicher Tätigkeit bewältigen. Und die Aufgaben werden, ich habe es beschrieben, immer komplexer. Und es wird immer mehr fachliche Expertise notwendig. Ja, und das alles auch nochmal vor dem Hintergrund, die Überalterung. Ich meine damit nicht, dass ältere Menschen, die im Ehrenamt tätig sind, es nicht mehr können. Die machen es ja im Augenblick. Und die Idee, dass da also wirklich wer ganz junges nachwächst, also so ein 20-Jähriger oder ein 30-Jähriger oder 30-Jährige oder 20-Jährige, das war ja auch schon früher eine Utopie. Also natürlich sind es Menschen, die ihre berufliche Laufbahn abgeschlossen haben. Aber das ist der Nachwuchs für uns ab 65. Das sind sozusagen die Menschen, die tatsächlich fehlen. Und wir haben damit zu tun, dass die nicht einfach Schlange stehen vor dem Museum und sagen, wir wollen mitmachen. Da ist also eine große Problematik, Frau Bollmann, das ist ja auch Ihr Bereich. Die Frage, wie kommt man da ran an dieses Problem. Aber es ist doch schon so symptomatisch für die meisten Häuser, dass da sozusagen ein Schwund, ein Rückgang eingetreten ist und dass man da Strategien braucht, um entgegenzuwirken. Ja, es sind dann eben auch die Macherinnen und Macher, die schon beschriebenen kraftvollen Vereinsvorstände, die auch Museumsleitungsaufgaben übernommen haben, die hören auf, die scheiden aus. Dann bleibt was liegen. Das wird nicht neu übernommen. Das liegt dann brach. Und ganze Arbeitsbereiche, ganze Tätigkeitsfelder, ich habe schon vom Sammeln gesprochen, werden nicht fortgesetzt. Verschwinden oder versiegen. Ja, wie kann man da entgegenwirken? Das ist in vielen Häusern passiert. Hauptamtliches bezahltes Fachpersonal. Meistens sind es Museumsleitungen. Die werden in die Häuser reingebracht. Meistens hat es auch mit einem Sachkostenzuschuss der Kommune zu tun. Selten sind die Menschen dann schon bei der Kommune angestellt. Aber das ist etwas, was im Raum steht, auch manchmal realisiert wird. Und die können jetzt natürlich einzelnen Tendenzen durch ihre Fachlichkeit, durch ihre Expertise entgegenwirken. Sie können auch, und die brauchen wir ja auch, für den Nachwuchs im Ehrenamt sorgen. Denn das ist auch eine Aufgabe. Das macht sich auch nicht von alleine. Da müssen auch Menschen ran. Und das kann natürlich in diesem Fall die Fachlichkeit der Museumsleitung sein. Ja, die hauptamtliche Museumsleitung als einzige bezahlte Fachkraft im Kreis eines meist eingespielten ehrenamtlichen Teams. Das habe ich erlebt. Und es war schön. Aber ich habe auch gemerkt, das kann auch schwierig sein. Denn die Expertise lässt sich in diesem Fall nicht voll ausspielen. Es fängt da an, dass ich nicht in der Lage bin, zu erklären, warum der Ehrenamtliche, der an der Vitrine genauso anfasst wie ich, kein Geld dafür kriegt, aber ich das in meiner Arbeitszeit mache. Man neigt also dazu, als hauptamtliche Museumsleitung ehrenamtliche Anteile in seiner Arbeit aufzunehmen, um einen Betriebsfrieden herzustellen. Das ist in allen Bereichen so. Also das ist ein Konflikt, der da ist. Und das andere ist, da kommt ein Akademiker, der weiß natürlich ein bisschen was von der Uni, aber hat der Ahnung von der heimatkundlichen Sammlung? Nein, das haben ja andere. Das wird auch ausgespielt. Also da könnte ich jetzt Romane drüber erzählen, wie diese Zusammenarbeit des einzigen hauptamtlichen Museumsleiters, der einzigen hauptamtlichen Museumsleiterin in einem Heimatmuseum gestellt ist. Und da ist auch die Frage, ob das immer die richtige Lösung ist. Ich kenne nämlich Häuser, da ist es vielleicht sogar besser, wenn es keine Leitung gibt. Aber das ist auch noch eine andere Geschichte. Trotzdem, da muss natürlich jemand rein und der muss diese Änderungen, die nötig sind, in einer Organisationsstruktur müssen Änderungen, die Professionalisierung der Museumsarbeit muss ja irgendwie implementiert werden. Das können nur fachlich ausgebildete Leitungen oder Facharbeiter sein, die in diese Häuser reingehen. Ja, es hat sich der Begriff des Einzelkämpfers oder der Einzelkämpferin etabliert in Museumskreisen. Den hört man immer wieder, wenn man so erzählt, wie es bei einem aussieht und es sieht so aus, dann ist man der Einzelkämpfer. So ein bisschen militaristisch, aber im Grunde trifft es das schon. Also da merkt man schon, da kann man was bewirken, aber es ist nicht die große Lösung für alle Probleme. Da muss mehr passieren. Und darauf würde ich ganz gerne am Schluss noch eingehen. Zunächst einmal eine kurze Zusammenfassung. Was ist die große Herausforderung im Augenblick für viele vereinsgetragene, ehrenamtlich strukturierte Museen? Es ist vor allen Dingen der Sanierungsbedarf und der Sanierungsstau hinsichtlich der Museumsgebäude, die meistens auch denkmalgeschützte, historische Gebäude sind. Das andere ist der Modernisierungsbedarf der musealen Ausstattung und Ausstellung. Damit meine ich die Technik, Vitrinen, Stellwände etc. Aber auch das, was ausgestellt wird, wie es ausgestellt wird, wie es didaktisch vermittelt wird, das ist damit gemeint. Das Fachpersonal für die musealen Kernaufgaben. Die muss ich nicht nochmal zitieren, aber ich denke, basischer Museumsbetrieb muss bedeuten, nicht nur die Kasse hat geöffnet, es gibt auch jemanden, der für das Sammeln zuständig ist, der vielleicht fürs Bewahren auch zuständig ist, der für die Vermittlung zuständig ist. Also das heißt basische Ausstattung. Das muss sozusagen gegeben sein und das fehlt im Augenblick noch. Und dann eben die Schwierigkeiten, die man eben hat, den basischen Museumsbetrieb überhaupt aufrecht zu erhalten, mit den ehrenamtlichen Aktiven zusammen. Das verlässlich und zukunftsfähig zu machen, ist die große Herausforderung, die sozusagen nochmal auf den Schwund im Ehrenamt abzielt. Was kann man tun? Und jetzt habe ich mich einfach mal getraut, das zu schreiben und zu präsentieren, was ich glaube, was der richtige Weg ist. Das kann man aber auch diskutieren. Und dann kommen wir vielleicht nochmal in die Fragestellung rein, Autonomieverlust und Angst davor. Ich glaube, die Heimatvereine, die unter diesem Problem leiden und die diesen Neuorganisationsdrang haben und auch Zwang haben, müssen sich darum bemühen, eine geeignete Trägerschaft zu schaffen. Und das kann nur bedeuten, aus der alleinigen Verantwortung als Verein, aus der Museumsaufgabe, zusammen mit Partnern in ein neues Modell reinzugehen. Und da hatte ich ja schon ein Beispiel über diese geteilte Partnerschaft geliefert. Das kann natürlich aber auch etwas anderes sein. Da können auch weitere Partner beteiligt sein. Das können auch ganz unterschiedliche Rechtsformen sein. Aber ich glaube, an der Trägerschaft, da muss man ansetzen. Denn daraus folgt ja, wenn das Hauseigentum und die Hauptverantwortung für die Gebäude zum Beispiel in Hand der Kommune oder einer Stiftung, einer finanzkräftigen Stiftung ist, hat man da die Möglichkeit, ein größeres Sanierungs- und Organisierungsvorhaben zu finanzieren und umzusetzen, auch Gelder einzuwerben dafür. Das geht nur, wenn vorher die Trägerschaftsfrage in der Weise geklärt ist. Ich glaube, ein Heimatverein, ein gemeinnütziger Verein kann eine große, millionenschwere Sanierungsaufgabe nicht aus eigenen Kräften stemmen und braucht deswegen in der Trägerschaft den kommunalen Partner. Und dann wäre es natürlich wünschenswert, da gibt es aber zwei Möglichkeiten, diese fehlende Fachlichkeit, das fehlende Fachpersonal für die basischen Museumsarbeiten, die erledigt werden müssen und professionell erledigt werden müssen, an die Kommune zuzuweisen. Also zu sagen, das Personal für das Museum ist bei euch, liebe Kommune, angestellt, wird da bezahlt, wird da verwaltet und das wäre natürlich so ein Wunsch, den viele Vereine haben, denn ich habe auch erlebt, je mehr Personal du hast und der Verein ist sozusagen der Arbeitgeber, desto komplizierter wird das alles. Das Personal muss ja auch verwaltet werden. Das ist also eine Aufgabe, die man der Kommune im Grunde auch antragen sollte, wenn man über die neue Trägerschaft nachdenkt oder aber eine verlässliche, unbefristete, auskömmliche Sachkostenausstattung durch die Kommune, die nicht jedes Jahr neu ausgehandelt wird, die nicht auf einem Niveau ist, wo man im Grunde gar nicht mit arbeiten kann, auskömmlich sicher, um eben dafür das Fachpersonal zu haben und die Möglichkeiten, den basischen Museumsbetrieb aufrecht zu erhalten. Das sind im Grunde die Forderungen, die man haben muss, die man der Kommune vortragen muss. Wie tut man das? Und das ist jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ist man ein Bittsteller? Ist man jemand, der tatsächlich sagt, ich kann es nicht mehr, ich brauche Hilfe und ich finde, wir sollten das Selbstbewusstsein haben, dass alles, was hier vorgetragen wurde, nimmt die Leistungsfähigkeit, Frau Dr. Bollmann, die sozusagen die Kleinhäuser leisten können, ganz stolz und nach vorne zu tragen und zu sagen, das sind die Möglichkeiten, die wir sozusagen haben, wenn wir gut ausgestattet sind, das sind die Perspektiven, die wir haben, das können wir wirken im gesellschaftlichen Bereich. Du kannst froh und dankbar sein, dass du das finanzieren darfst. Das müsste eigentlich die Haltung sein und da fallen mir natürlich wieder die stolzen Herren ein, die ich eingangs gezeigt habe, also eventuell mit so einer Haltung antreten und nicht immer sagen, wir brauchen noch mal ein bisschen Spenden und ein bisschen Geld, um über die Runden zu kommen, sondern einfach deutlich machen, liebe Kommunen, die Aufgabe, die wir hier für euch leisten, die dürft ihr mitfinanzieren und wir machen was ganz, ganz Tolles zusammen. Ich glaube, das muss der Ansatz sein. Aber trotzdem, und da will ich auch gleich mit schließen, habe ich erlebt, dass die Kommune das nicht will. So, und ich habe das jetzt einfach mal ganz frech Verweigerungshaltung genannt. Da werden natürlich immer wieder Gründe genannt, da werden auch immer wieder gesagt, da sind noch andere, ja, auch Bibliotheken, auch Theater, die sollen ja auch alle Geld kriegen, die sollen auch alle auskömmlich ausgestattet sein, richtig, aber die Museen auch. Ich habe erlebt, wie die Kommune das nicht möchte. Also, möchte die Gebäudeverantwortung nicht haben, klar, da muss ich das sanieren, da muss ich da die Unterhaltung sicherstellen, das ist unangenehm, ist ja so viel besser. Und das andere, natürlich, das muss ich niemandem sagen, Personalverantwortung, die sind hier im öffentlichen Dienst angestellt, also, das wollen wir doch mal gucken, wie kriege ich das denn durch den Rat. Das ist ja auch so eine Frage. Also, in Wirklichkeit kriegt man diese beiden Dinge meistens nicht ohne weiteres durch. und das dritte, auskömmlicher Sachkostenzuschuss, Herausnahme dieses Sachkostenzuschusses aus den freiwilligen Leistungen, dafür gibt es sicherlich nur unter ganz besonderen Umständen eine Ratsmehrheit. Das ist natürlich erst mal sehr betrüblich und das ist etwas, was man erlebt. Jahrelang gehst du sozusagen mit den Selbstbewusstsein an die Kommune und sagst, pass auf, wir brauchen, wir brauchen, wir müssen, wir können, wir machen ja das alles und jahrelang holt man sich, nein, geht nicht, nein, geht nicht, nein, geht nicht ab. Es ist ja so, aber nur so geht es, glaube ich, über einen langen Zeitraum, das glaube ich, über Jahre mit guter Arbeit, Beharrlichkeit, Überzeugungs- und Öffentlichkeitsarbeit, die Menschen auf die Seite bringen, die Kinder, die ein schönes Museumserlebnis haben, die Eltern, die das schätzen, die braucht man und die schreiben Leserbriefe und die gehen es halt auf die Straße, die machen irgendwas, also die Öffentlichkeit muss man auch gewinnen mit guter Arbeit, natürlich auch Kreativität, gute Konzepte, gute Kooperationen, innovative Konzepte, massive Netzwerkarbeit mit anderen Kulturpartnern, zusammen große Dinge auf die Beine stellen, die erkannt werden, die gesehen werden und das alles natürlich dann auch mit anderen Partnern, die auch ein bisschen Geld mitbringen, auch ein tolles Argument, das sind Möglichkeiten, die man hat und das muss man über einen langen Zeitraum und ich sage, das tut weh, das ist ein langer Weg, immer wieder geschlossene Tür, aber weitermachen bis zum Schluss, nur so kann es eigentlich gelingen. Das war das, was ich eingangs mit externen Hindernissen meine, also wo die Kommune nicht mitspielt. Ich glaube, die Kommune muss mitspielen, sie muss diese Dinge, die im Heimatmuseum, im kleinen Museum möglich sind, muss die Kommune mitfinanzieren, hauptsächlich finanzieren, sicherstellen, stabil ausstatten, das ist notwendig. Aber ganz am Schluss gibt es auch interne Hürden und das ist eigentlich nur der kurze Teil am Schluss, den ich noch beitragen möchte. Natürlich gibt es auch Ängste in Heimatvereinsvorständen. Natürlich gibt es da auch so etwas wie, das gehört mir, das Haus gehört mir, die Sammlung gehört mir, ich will es nicht teilen, ich will keine Verantwortung abgeben, ich will Mitspracherecht haben und diese Ängste sind eigentlich grundlos. Denn was kann man tun? Ganz einfach, man kann Konzepte, Satzungen entsprechend formulieren, dass man Mitsprache behält, dass man die Museumsarbeit weiterhin begleitet, mitgestaltet, nur eben die Bürde nicht mehr alleine trägt. Man kann auch Vereinbarungen, langfristige Verträge, die können auch unendlich angelegt sein, zur Nutzung eines Gebäudes als Museum und zur Ausstattung versuchen auf den Weg zu bringen. Also man kann sich sozusagen über eine gute Verhandlung und gute Konzepte, kann man sich absichern und kann sozusagen die elementaren und wichtigen Teil der Museumsarbeit in Vereinshand, und da gehören Sie ja hin, behalten. Das ist sozusagen eigentlich schon mein Appell, also an die Kommunen und an die Kommunalvertreter, also nicht nur sagen, die Häuser müssen sich ändern, sie müssen viel machen, sie müssen viel versuchen, sie müssen moderner werden, sie müssen dies und das und jenes. Ich sage, gebt ihnen auch die Möglichkeit dazu, gebt ihnen die Mittel dazu, gebt ihnen die Expertise dazu, das machen ja die Verbände sehr gut, und dann können Sie auch diese Dinge, die gefordert sind, zurecht gefordert sind, auch umsetzen. Also ich wollte hier an der Stelle den Spieß ein bisschen umdrehen und sagen, es gibt, glaube ich, die Bereitschaft, in den Häusern sich zu verändern, neu zu werden, diese ganzen Dinge zu tun. Sie brauchen von der Kommune mehr, massiv mehr und stabilere Unterstützung. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag, Herr Sonnenburg. Das war nochmal ein sehr vehementes Plädoyer, die Rahmenbedingungen der Arbeit der Museen auch stärker in den Blick zu nehmen. Ich könnte da jetzt viel drauf sagen, weil die Situation in Westfalen sich hier vielleicht doch im Unterschied zu Niedersachsen historisch etwas anders entwickelt hat. Wir lassen das jetzt einfach mal. Wir stehen jetzt hin mit Blick auf die Uhr vor dem Problem, dass wir entweder diskutieren und damit das ganze Nachmittagsprogramm auch ins Rutschen gerät, oder dass wir jetzt einen Cut machen, in die Pause gehen und dann wieder pünktlich anfangen und disziplinieren mit den Panels und dann pünktlich zu der ausreichend langen Diskussion am Ende des Tages kommen. Und auch mit Blick auf die Küche und alles, was sie vorbereitet hat, würde ich doch sagen, wir machen Letzteres, damit wir alle auch uns wieder stärken und wir können dann in der Pause einige bilaterale Gespräche führen, vielleicht auch mit Ihnen. Das fällt jetzt leider etwas hinten rüber, aber ich glaube, wir tun uns alle damit einen Gefallen, dass wir hinten dann wirklich ausreichend Zeit für die Diskussion haben. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne und dann gehen wir jetzt einfach alle in die Pause und treffen uns um 13.30 Uhr wieder, um dann in die Panels zu gehen. Dazu, wenn Sie nicht mehr genau wissen, wo Sie drin sind, könnten Sie nochmal am Empfang nachfragen. Nachfragen, drei Panels, hier Panel 1, die anderen Panels draußen sind ausgeschildert. Vielen Dank. Gut, ich denke, dann können wir anfangen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ehrenamtliche, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen dieses Panel 1 eröffnen darf, den praktischen Teil eröffnen darf. Und was ich bei meinem Vortrag voraussetze, ist ein bisschen eine Unterstellung. Da möchte ich mich gleich entschuldigen und bitte, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Natürlich geht der Vortrag zunächst davon aus, dass Gegenwartsbezüge etwas Neues sind, was Sie ganz neu in Ihre Ausstellungen einbringen müssen. Mir ist vollkommen klar, dass es bei Ihnen partiell sicherlich schon immer Punkte gibt, wo die Ausstellungen bis in die Gegenwart gehen. Das ist der Dramaturgie des Vortrags geschuldet. Was habe ich mit Ihnen vor? Also als erstes gibt es eine kleine theoretische Einführung und ich sage Ihnen auch ein ganz bisschen was zu meiner Person, damit Sie auch nachvollziehen können, aus welcher Perspektive ich spreche heute zu Ihnen. Danach gibt es hier als Gedankenexperiment bezeichnet eben eine kleine, kurze Gruppenarbeit, wie das in der Dreiviertelstunde, die ich hier zur Verfügung habe, überhaupt möglich ist. und danach werde ich Ihnen ein paar Beispiele für gegenwartsbezogene Kontextualisierungen zeigen, wie ich sie selbst in meiner praktischen Arbeit eingeführt habe. Zu meinem eigenen Zugang zum Thema. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für materielle Kultur und lehre dort vorrangig museums- und sammlungsbezogen. Als Hilfskraft und später als Forscherin war ich dort bereits am von Frau Bollmann schon angesprochenen Projekt Neue Heimatmuseen als Orte der Wissensproduktion beteiligt. Als Kustodin der Sammlung Textiler Alltagskultur und im Vorstand der Gesellschaft für Universitätssammlungen Deutschlands beschäftige ich mich mit Fragen von Sammlungsmanagement und Sammlungsvermittlung. Als freie Mitarbeiterin arbeite ich eben auch für die Museumsberatung Dr. Beate Bollmann und all dies prägt meinen professionellen in Anführungsstrichen Blick aufs museale Feld. Gleichzeitig bin ich selbst seit meinem 14. Lebensjahr in verschiedenen Kontexten ehrenamtlich engagiert. Auf den Bildern rechts sehen Sie mich als Ehrenamtliche im Ortsmuseum meines Geburtsortes. Eine Tätigkeit, die ich aus meiner Studienzeit in meine Berufstätigkeit mitnehmen durfte. Die Prämierung eines Projekts dort mit dem Förderpreis Museumspädagogik der VGH Stiftung war einer der Höhepunkte meiner Tätigkeit daheim. Das Projekt, in dessen Rahmen wir diesen Preis erhielten, war die komplette Neuaufstellung der Sammlung der Heimatstube Exton, später auch Museum für Dorfkultur. Ich stelle gerade fest, das Foto hatte Frau Bollmann vorhin auch schon. Da sieht man, wie eng wir verbandelt sind. In einem gemischten Team aus ehrenamtlichen Studierenden und beratend auch KollegInnen der Universität wurden von 2010 bis 2015 die komplette Inventarisierung der Bestände, die Sanierung der Räumlichkeiten, die Neugestaltung der Ausstellung und deren museumspädagogische Aufarbeitung realisiert. Also Sie sehen, ich bin da auch durchaus in der Praxis unterwegs gewesen. Ich weiß auch praktisch, mit welchen Herausforderungen man hier konfrontiert ist. Das Ganze in meinem eigenen Heimatort zu machen, können Sie sich vielleicht vorstellen, hat dem Ganzen noch einen gewissen Geschmack und Spannung gegeben in jede Richtung. Soviel zu meinem fachlichen Hintergrund und privaten Hintergrund. Inhaltlich beginnen möchte ich mit einer starken These, die ich im Folgenden selbstverständlich auch begründen werde. Sie lautet, führen Sie die Ausstellungen und Sammlungen Ihres Museums nicht in Gegenwart und Zukunft, wird Ihnen dies mit der gesamten Einrichtung nicht gelingen. Wie komme ich da drauf? Wirft man einen Blick in Literatur aus den Bildungswissenschaften, so wird hier häufig die Frage nach der Motivation zum Lernen oder auch breiter zu überhaupt einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit Dingen gestellt. Doris Leewalter hat das Ganze freundlicherweise für uns aufs museale Feld übertragen und konstatiert, dass es drei zentrale Faktoren gibt, die uns alle, und hier können Sie ja mal für sich selbst überlegen, inwieweit das so zutrifft, uns alle zur tieferen Auseinandersetzung mit Dingen anregen. Das ist erstens die Autonomie in der Aneignung. Im Museum bedeutet dies frei wählbare Laufwege zum Beispiel, eine eigene Auswahl der zu vertiefenden Inhalte, bereitgestellte Kontextinformationen, die ich selbst im gewünschten Umfang konsumieren kann. Zweitens Erfolgserlebnisse. Ich muss mit meinem vorhandenen Wissen irgendwo andocken können. Mir darf nicht alles völlig fremd sein, sodass ich die Orientierung verliere, sondern ich möchte zu einem gewissen Grad auch bestätigt werden und dann bin ich bereit, auch Neues zuzulassen und zu lernen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in einem Museum war, wo Ihnen der Sammlungsgegenstand so ganz und gar nichts gesagt hat. Also ich mache solche Erfahrungen, ja, ich sehe da schon nicken, ich mache die auch regelmäßig, mein Mann ist Geologe und wenn ich durch mineralogische Sammlungen geschliffen werde, dann finde ich am Anfang alles sehr schön, kann es aber schwer einordnen und irgendwann bin ich sehr schnell ermüdet oder aber auch frustriert, weil ich nicht so einordnen kann, wie ich möchte. Hier kann es enorm helfen, auch Objekte aus einem gegenwärtigen Alltag in die Ausstellung einzubauen, um die Bestände und ihre Anwendung oder heutige Entsprechung überhaupt vernetzbar zu machen und auch Einstiegshilfen zu geben. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt und dem zentralen für uns heute Lebensweltbezüge. Übersetzt die Frage, was hat der gebotene Inhalt mit mir und meinem eigenen Leben zu tun? Hat er für mich eine Relevanz? Diese Relevanz kann auf verschiedenen Ebenen bestehen. Zum Beispiel gibt es da die Frage, macht das neu erworbene Wissen mir das Leben leichter? Oder zeigt es mir Praktiken, neue Wege auf, die mir nützlich sein können? Oder zweitens, hilft es, mich am Ort wohler zu fühlen, weil ich das Leben dort besser verstehe? Drittens, habe ich mich an Ereignisse und Personen erinnert und hat mich das bewegt oder zum Nachdenken angeregt? Oder auch viertens, habe ich besser verstanden, wie andere in meinem Umfeld die Dinge sehen und habe ich Lust bekommen, das mit ihnen zu diskutieren? Das sind Fragen, die dafür sorgen, dass das Museum Menschen zum Nachdenken anregt und seine Funktion als Ort des gesellschaftlichen Diskurses und des historischen Lernens überhaupt erfüllen kann. Wir hatten diese Themen Partizipation als spezifische Stärke auch kleiner Museen bei Frau Bäumann. Indem man nun aber zum Beispiel große Mengen handwerklichen Geräts ohne jegliche Kontextinformationen ausstellt, wird man zu solchen Fragen nicht automatisch kommen. Und mit dem wachsenden zeitlichen Abstand der aktuellen BesucherInnen-Generation zu den Beständen ergeben sich auch nicht mehr von alleine Bezüge durch aufgestellten Fotos zu erkennende Menschen. Eine Ehrenamtliche hat das bei mir als Erika-Effekt benannt. Einfach dieses Moment, wo jemand durch die Ausstellung geht und sagt, Mensch, das ist doch Erika oder Horst oder ersetzen Sie, wie Sie wollen. Es hieß bei denen nur der Erika-Effekt. Also das ergibt sich nicht mehr automatisch und auch nicht automatisch Bezüge dadurch, dass man selbst früher noch mit einzelnen ausgestellten Geräten zum Beispiel gearbeitet hat. Wie aber dann vorgehen? Einen Blick in die Theorie mute ich uns jetzt noch zu, dann bin ich auch durch damit. Ich zeige Ihnen hier ein ganz vereinfachtes Modell zur Gedächtnistheorie Aleida Aßmanns. Aßmann unterscheidet dabei zwischen einem kulturellen Speichergedächtnis und einem kommunikativen Gedächtnis. Das kommunikative Gedächtnis, von ihr auch als belebtes Gedächtnis benannt, umfasst dabei alles, an das wir uns in unserem sozialen Zusammenleben aktiv erinnern, worüber wir sprechen, das uns ausmacht. Das sind zum Beispiel die Geschichten, die Sie sich mit Ihren Freunden erzählen, die Rituale in Ihrer Familie, Feste in Ihrem Heimatort. Das kulturelle Gedächtnis könnte man dem gegenüber, zugegeben vereinfacht, als die Geschichte, wie wir sie wahrnehmen, bezeichnen. Also das, was wir in Schulbüchern lesen, die Objekte, die in Museen aufgehoben werden, Nationalfeiertage. Nach Aßmann besteht zwischen beiden eine Verbindung, denn das kommunikative Gedächtnis bei jedem von uns und jeder entsteht natürlich vor dem Hintergrund dieses großen kulturellen Gedächtnisses. Gleichzeitig aber sagt sie, dass das kulturelle Gedächtnis und Erbe erst dann Relevanz für jeden Einzelnen erhält und jede Einzelne, wenn es mit dem kommunikativen Gedächtnis verbunden wird, also der ganz persönlichen Geschichte. Und hier sind wir jetzt auch wieder bei der Frage nach den Lebensweltbezügen. Gottfried Korf, einer der bedeutendsten deutschen Museumswissenschaftler, hat Aßmanns Konzept aufs Museum übertragen. Für ihn sind die Sammlungen eines Museums im Depot gleichbedeutend mit dem großen kulturellen Gedächtnis im Hintergrund. Die Ausstellungen aber sollten dem kommunikativen Gedächtnis entsprechend zuarbeiten. Sie sollen etwas zu aktuellen politischen oder breiter gesellschaftlichen Debatten beitragen, damit sie den Menschen etwas bedeuten, sie an etwas erinnern und in ihnen Fragen auslösen. Das sei der Job der Kuratorin, die historischen Bestände zu sichten und sie daraufhin zu befragen, was sie uns heute geben können. Diese Kontexte dann darzustellen, das nennt er selbst die aktualisierende Rahmung. Sie sehen also, es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen zeitgenössische Objekte in die Ausstellung zu bringen. Das auch, das Thema hatten wir auch, partizipatives Sammeln. Es geht auch um den grundsätzlichen Zugriff auf die Dinge in ihren Beständen und ein aktives Kuratieren. Was haben uns die Dinge heute noch zu sagen? Sie sehen hier den Titel meiner Dissertation, die ich abgeschlossen habe im letzten Monat. Und in dieser Dissertation habe ich Gespräche geführt mit Ehrenamtlichen quer durch Niedersachsen. Titel ist Perspektiven der Mitarbeiterinnen ehrenamtlich betriebener lokal-historischer Ortsmuseen in Niedersachsen auf das museale Feld und seine AkteurInnen. In den letzten fünf Jahren habe ich an dieser Dissertation gearbeitet und darin interessierte mich, mit welchem Blick Ehrenamtliche, Sie als Ehrenamtliche, aufs museale Feld blicken, was für Sie ein gutes Museum ausmacht, welche Ziele werden verfolgt mit der Arbeit, was ist Motivation, welches Bild haben die Ehrenamtlichen auch von ihren BesucherInnen. Im Rahmen der Arbeit habe ich auch ganz gezielt nach den Haltungen meiner Gesprächspartnerin zum Thema Gegenwartsbezüge in Ausstellungen gefragt. Ich würde Ihnen jetzt gerne ein paar Zitate zeigen. Vielleicht erkennen Sie sich in dem einen oder anderen wieder. Mir ging es auf jeden Fall so. Einer meiner Gesprächspartner sagte in Bezug auf eine inszenierte Küche, wenn ich nur so einen nagelneuen WMF-Kochtopf dahin stelle, das sieht ja nicht aus. Das muss ja aus einem Guss sein. Zum Umgang mit Spendenangeboten sagte ein anderer, was wir in letzter Zeit viel gekriegt haben, sind so Plattenspieler oder Tonbandgeräte und Stereoanlagen, diese richtig eckigen, so aus den 60ern, 70ern. Da waren schon welche und sagten, nee, das ist doch alles zu neu. Ich sagte, Mensch, wir haben Platz oben auf dem Boden, wir stellen es erst mal hin. Ob es mal genutzt wird, weiß ich nicht, aber ich bedauere den schon, der da mal aufräumen muss. Eine der Ehrenamtlichen war aufgeschlossener. Sie sagte, jetzt soll es ja darstellen, wie die Landwirtschaft früher war, wie mühsam oder mit welchen Gerätschaften man auskommen musste. Jeder weiß, wie es heute läuft, aber irgendwo gibt es ja dazwischen was, zwischen dem, was wir ausstellen und dem, was heute ist. Es gibt immer etwas dazwischen und ich denke mal, das müsste man auch irgendwie zum Tragen bringen. Warum nicht den Bogen spannen? Zwei Zitate noch. Meine nächste Gesprächspartnerin ging noch ein Stück weiter. Sie sagte, im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, die Abteilung Textilien, finde ich unglaublich spannend. Den Aufbau der Ausstellung in diesem Zwischenspiel zwischen Lebensrealität und dem Versuch, Vergangenheit, Gegenwart miteinander zu verknüpfen. Das finde ich total spannend. Ganz im Gegensatz dazu steht das letzte Zitat. Also, es würde aus meiner Sicht ein bisschen am Thema vorbeigehen. Wir sind ja das Heimatmuseum und Museum beinhaltet für mich, dass es eben doch überwiegend erstmal ältere Geschichten sind. Wenn Sie sagen, Sie möchten auch das Neue zeigen, dann würde ich das in den Bereich der Sonderausstellung reinbringen. Das führt mich gleich zu den Ergebnissen meiner Dissertation in Bezug auf Gegenwartsbezüge. Die Haltung der befragten Ehrenamtlichen in Bezug auf Gegenwartsbezüge waren äußerst unterschiedlich. Einige verstanden das Museum als Ort, der ausschließlich dem Zeigen historischer Objekte und Inhalte vorbehalten ist. Also, etwas muss alt sein, um eine Rolle zu spielen. Das ist eine Haltung, der sowohl Gottfried Korf als auch ich klar widersprechen würden, glaube ich. Wie ich hoffentlich im theoretischen Teil zeigen konnte, es ist kein Widerspruch, historische Objekte ins Zentrum zu stellen und dennoch über deren heutige Bedeutung nachzudenken. Nur so können übrigens auch die Ziele erreicht werden, die mir die Ehrenamtlichen selbst genannt haben. So sagten sie mir, sie wollten Menschen miteinander ins Gespräch bringen zu dem, was im Ort gerade los ist. Sie wollten nachhaltige Praktiken vermitteln und sie wollten soziale Treffpunkte sein. Die Ausstellungen sind irgendwann nur noch nett anzusehen, aber im Prinzip langweilig, wenn sie nur den Blick in den Rückspiegel werfen. Und sie helfen vor allem nicht mehr, die eigene Umwelt besser zu verstehen. Gerade junge Menschen erkennen viele Objekte heute nicht mehr aus ihrem Alltagswissen heraus und auch ortsgeschichtliche Kontexte sind nur dann für sie zu verstehen, wenn der Bogen hier von der Vergangenheit in die Gegenwart gespannt wird. Was aus einem rein rückwärtsgewandten Blick auf die eigenen Bestände schlimmstenfalls resultieren kann, habe ich mal drunter geschrieben. Besonders dramatisch ist dabei, dass eine empfundene fehlende Relevanz der Ausstellung fürs eigene Leben auch dazu führen kann, dass von einer ehrenamtlichen Mitarbeit abgesehen wird. Ein Teufelskreis, weil dann wiederum jüngere Mitarbeiter innen fehlen, die wiederum neue Impulse setzen könnten. Nun will ich Sie nach dieser Vorrede jedoch in keinster Weise der Resignation überlassen, sondern lieber frisch ans Werk gehen, denn man kann ja etwas tun. Und da ist die Gruppenaufgabe. Vielleicht lesen Sie sich einmal durch. Ich würde Ihnen jetzt gerne zehn Minuten Zeit geben, die Aufgaben zu bearbeiten und würde die Objekte relativ willkürlich zuteilen wollen. Und zwar würde ich bei der Gruppe ganz hinten anfangen wollen mit der Ehrentafel für Gefallene des Ersten Weltkriegs. Davor für diese Gruppe hier die Gesangsvereinsfahne, die historische. Hier würde ich mal fragen wollen, was das denn dann wohl für ein Objekt sein könnte, was da abgebildet ist. Vielleicht weiß irgendjemand im Raum das? Ja, super, vielen Dank. Eine Meersackreinigungsmaschine und hinten der Schützenhut, ein historischer Schützenhut. Und jetzt würde ich Sie zehn Minuten bitten, einmal mit den gegebenen Fragen nachzudenken, wenn Sie jetzt in Ihr Museumsdepot gingen, was wären eventuell Kontexte aktuell für Ihr Lebensumfeld, Ihren Ort, relevante Kontexte, die man da anknüpfen könnte und würde dann auch jemanden aus der Gruppe bitten, das wirklich stichpunktartig eine Minute, zwei Minuten dann am Ende einmal kurz vorzustellen. Erste Ideen sind das ja nun. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Es sei denn, es kommt Einspruch von Ihrer Seite. Wir können es jetzt natürlich leider in dem Rahmen nur ganz kurz andiskutieren. Was ich vorweg schicken möchte, ist natürlich klar, dass es hier immer bei solchen Aufgaben und bei diesem ganzen Denken über die Gegenwartsbezüge um punktuelle Impulse geht und nicht um ein gesamtes Sammlungskonzept, was sich immer noch an den spezifischen örtlichen Gegebenheiten, an der Gesamtheit Ihrer Sammlung orientiert. Ich glaube, das ist uns allen klar. Es ist deswegen auch ein Gedankenexperiment, weil man einmal guckt, jetzt an einem fiktiven Objekt, wie könnten denn solche Andockstellen vielleicht potenziell aussehen. Darf ich Sie hier vorne bitten, einmal ganz kurz zu sagen, zu Ihrem Objekt, was Sie sich überlegt haben, wo so Ansätze sein könnten. Sie hatten die Gesangsvereinsfahne. Ja, wir haben zu der Fahne gesagt, dass es gemeint ist, Entschuldigung, da habe ich jetzt selber gerade nicht drüber nachgedacht. Ja, wir haben im Zusammenhang mit der Fahne das Thema Migration gehabt, haben vermutet, dass das also Polen gewesen sein könnten, die im Zusammenhang mit der Industrialisierung hier nach Deutschland gekommen sind, ins Ruhrgebiet, der Gesangsverein vielleicht in Polen bereits bestanden hat und hier wird der 1911 in Deutschland neu gegründet, zeigt ja auch die Tatsache, es ist jetzt alles in Deutsch formuliert, dass eine gewisse Integration bereits stattgefunden hat, also vielleicht abgeschlossen ist, man hat eben keine polnische Sprache mehr da. Also das ist für uns ein Objekt, ja, und wir sind in dem Zusammenhang eben auch dann auf das Thema aktuell gekommen, Migration hat es also immer schon gegeben, auch aktuell, heute, sehr aktuell, wir brauchen auch heute, genau wie damals Arbeitskräfte braucht auch unsere Wirtschaft heute Arbeitskräfte, das heißt, die Migration hat es immer in der Geschichte gegeben und die wird es auch immer geben, es gibt immer Gruppen, die hin und her wandern und irgendwo anders ihr Auskommen suchen werden, die Frage ist nur die Frage der Integration, inwieweit die gelingt und so weiter. Das wird wahrscheinlich bei den Polen oder Gastarbeiter zum Beispiel Italiener, Spanier leichter gewesen sein, weil das derselbe kulturelle Background war, während das aus dem islamisch geprägten Bereich hier im Augenblick wenigstens auf größere Ablehnung in bestimmten Bevölkerungskreisen noch stößt. Vielen Dank dafür erst mal. Genau, ich würde das jetzt inhaltlich gar nicht stark kommentieren wollen, ich kann das aber nachvollziehen zu sagen, hier ist ein Impuls da, bei der Fahne, die habe ich jetzt als Beispiel gewählt, tatsächlich ist es ein Ort, der so heißt und diese Geschichte trifft da zwar nicht zu, aber das ist egal, grundsätzlich kann ich ihren Gedankengang trotzdem sehr gut nachvollziehen zu sagen, okay, also Migrationsbewegungen, wie sah das früher aus, wie sieht es jetzt aus und was ergibt sich daraus, wie hat Integration damals funktioniert, wie hat dieser Verein funktioniert, kann ich gut nachvollziehen, danke. Dann machen wir da hinten gleich weiter, oder? Die Ehrentafel. Ja, wir hatten die Ehrentafel, ja, wir haben schlussendlich diskutiert, ja, auch so diesen Heldenbegriff, wie geht man heute mit Kriegshelden oder militärischen Helden, wenn es die denn überhaupt noch gibt oder je gab, um, das wäre ja schlussendlich auch ein tagesaktuelles Thema, wie man heute mit Veteranen, Kriegsveteranen umgeht, wie man das heute gemacht hat, es war auch die Idee, inwieweit man vielleicht die Personen, die man da jetzt nur schemenhaft erkennen kann, auch wirklich nochmal beispielhaft vorstellt, um irgendwo Lebensläufe vorstellt, um irgendwo sehen zu können, ja, die Soldaten damals, deren Leben ist vielleicht gar nicht so viel anders als meines heute, also in die Richtung haben wir diskutiert. Vielen Dank dafür, also hier so ein Greifen auch nochmal an diesem Heldenbegriff, an den Zuschreibungen, die man Militär gegenüber macht, an der Frage von, wie geht man mit Trauer auch um und wie funktioniert das heute, ja, vielen Dank, sind ja auch tatsächlich Fragen, die sich ergeben, wenn man so ein Objekt heute sieht, und ja, vielen Dank, dann haben wir den Hut, den Schützenhut. Genau, wir haben uns mit dem Schützenhut auseinandergesetzt und ich persönlich muss gestehen, das hat wirklich gepasst, denn ich bin weder im Schützenverein, noch kenne ich diese Schützenfestkultur aus Nordrhein-Westfalen, aus meinem Heimatort, das heißt, wenn ich diesen Hut anblicke, denke ich mir wirklich erst mal, soll der tatsächlich ausgestellt werden, aber die Runde konnte mich tatsächlich davon überzeugen, dass er definitiv in die neue Dauerausstellung gehören muss, denn man hat zum einen natürlich den Bezug, wie wichtig diese Schützenfeste und Schützenvereine als Netzwerk, aber auch als Ort der Kommunikation, des Zusammenkommens noch heute in den Orten sind. Ich denke, gerade zur aktuellen Zeit, Corona-bedingt können wir sagen, es sind so viele Schützenfeste ausgefallen, dass man sich wirklich auf dieses Gemeinsame fehlt und dass man über diesen Hut aber ganz toll eine Brücke schlagen kann von der Gegenwart jetzt, also was bedeutet Schützenverein für einen Ort, für die Nachbarorte, für die Gesellschaft und was hat es früher vielleicht auch bedeutet, also was für ein Wandel hat stattgefunden von einem Bürgerschützenverein zu einem Verein, in dem jetzt eben auch, ja, ich sage es mal, unter der Hand und Hemdsärmlich Geschäfte abgewickelt werden, man Leute kennenlernt, sich vernetzt und dementsprechend muss es in die Dauerausstellung und ich denke, die Historie von der Vergangenheit bis in die Zukunft ist da eigentlich gesetzt. Ist noch was zu ergänzen? Ganz herzlichen Dank und ich sehe auch einige, gerade bei dem unter der Hand und Hemdsärmlich nickten einige hier so in der Runde genau, die Seilschaften, okay, gut. Ja, dann kommen wir noch zur Mehlsackreinigungsmaschine. Ein super Objekt, das erste, was es auslöste bei uns waren Fragen, aber wir sind dann recht schnell schon bei dem Begriff Wegwerfgesellschaft angekommen, das heißt, wir haben uns angeschaut, wenn Mehlsäcke früher gereinigt wurden und es dafür extra Maschinen gab, was sagt das über uns heute aus, die wir solche Gebrauchsgegenstände oftmals auch in Plastikform oder anderer Art eben nicht reinigen und wiederverwenden. Wir sind hier also ganz schnell bei dem ökologischen Fingerabdruck, der genannt wurde, welchen hinterlassen wir? Unsere sehen vielleicht so aus, dass wir einen Berg voller Mülltüten haben, vor 150 Jahren war es vielleicht nur diese Maschine. Ja, eine Kontextualisierung zu aktuellen Bezügen ist da, wir sind bei Fridays for Future, wir sind bei Nachhaltigkeit, wir sind bei neuen ökologischen Konzepten, die in der Politik, in der Gesellschaft diskutiert werden, eine neue Industrie, also man kann den Bogen sehr weit spannen. Die dritte Frage, ob wir das aufnehmen würden in unsere Dauerausstellung, da haben wir keine richtige Antwort drauf Es hängt von der Dauerausstellung an. Genau. Das war das, was ich als Vorrede nochmal gesagt habe, das ist vielleicht nicht geschickt gestellt, die Frage, es ging mir dann auch auf, aber mir ging es jetzt einfach darum, zu sagen, hopp oder top hat eine Bedeutung. Richtig, Sonderausstellung, da waren wir uns einig, gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, ist auf jeden Fall ein hochaktuelles Stück, wenn man den Bogen schlägt. Vielen, vielen Dank an Sie alle, ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, es ist ja zeitlich sehr, sehr begrenzt in diesem Rahmen, aber wir haben so eine Idee bekommen und ich persönlich habe mal versucht, es ein ganz bisschen zu systematisieren, in welche Richtung man diese Kontextualisierungsmöglichkeiten auch abstrahieren könnte und es gibt da so einiges, also es gibt zum einen eben das Ortsgeschehen, also was passiert jetzt gerade vor Ort, das ist eine Andockungsstation, es gibt die Frage nach Ästhetiken, wie verändern sich Ästhetiken, welche Moden gibt es, wo taucht was wieder auf, also ein eher ästhetisches rangehen, es gibt gesamtgesellschaftliche Diskurse, eben sowas wie Nachhaltigkeit, Migration, was Sie eben angesprochen haben, es gibt sowas wie Praktiken und Techniken, bei ganz vielen Häusern, die ich besuchen durfte, war es so, dass dann eben argumentiert wurde, wir wollen auch historisches Handwerk aus Gründen zeigen, dass wir Menschen dazu ermutigen wollen, wieder mehr manuell zu arbeiten, zu reparieren, selber anzubauen und so weiter und es gibt natürlich Erinnerungskultur und Gedenken, Dinge, die uns heute noch wichtig sind, Menschen, die uns noch berühren aus den Orten, an die wir aktiv erinnern wollen, die wir vielleicht auch dem Vergessen entziehen wollen und unter Metadiskurse, das kriegt gleich noch ein bisschen mehr Farbe, würde ich jetzt mal fassen, dass man sich mit dem Museum und der Tätigkeit des Museums und der Erinnerung als solcher in einem Ort beschäftigt, auf einer höheren Ebene. Jetzt habe ich Ihnen versprochen, dass ich zum Ende mal ein bisschen zeige, wie ich das bei unserem Praxisprojekt gemacht habe und da habe ich mir jetzt einfach genau, wie Sie es gemacht haben, ein paar Objekte rausgepickt und werde Ihnen mal zeigen, wie wir es gemacht haben. Da ist zum einen die Mehlsackreinigungsmaschine. Ich muss kurz zur Ausstellung vorher sagen, was haben wir gemacht? Die Heimatstube Exten, klassisches Meerspartenhaus, also wirklich entlang der Parameter, die man aus der Forschung so kennt, ein ganz durchschnittliches Heimatmuseum und 3000 Objekte, recht klein mit 150 Quadratmetern und eben vielfältige Abbildung von Dorfleben und wir haben die neue Dauerausstellung sortiert entlang von Verben, die wichtig sind fürs örtliche Zusammenleben, sowas wie Bewirtschaften, da geht es zum Beispiel um die Kneipen, genauso wie um die Landwirtschaft oder Fließen, da geht es um den Fluss, die Exter, die durch meinen Heimatort fließt, aber auch um die Feuerwehr und so weiter, Sie können sich das ungefähr vorstellen, herrschen, da geht es um politische Strukturen und die Mehlsackreinigungsmaschine ist bei der genau unter den Voraussetzungen, die Sie eben benannt haben, beim Bewirtschaften gelandet, Diskurs Nachhaltigkeit und was sehr schön ist, sie wird dort flankiert von Plastiktüten, aus den 80ern von Bioland. Etwas, was uns heute ja auch nahezu abstrus vorkommt, die aber noch sich an einem örtlichen Bioland-Laden erhalten hatten, diese Tüten und die in großer Stückzahl da eben produziert wurden. Ich gehe mal schnell weiter. Was ist ein aktueller Diskurs, der ins Spiel kam bei den Tafeln, bei der Ehrentafel? Da haben wir die Abteilung Trauern und in dieser Abteilung haben wir eben diskutiert, zunächst mit Presseartikeln und mit Interviews, die wir audiomäßig hatten. Mein Heimatort, darauf bin ich auch wirklich, obwohl es nicht mein Recht ist, darauf stolz zu sein, aber ich bin darauf stolz, dass es das erste Dorf im Umkreis war, das Bestattung nach einem muslimischen Ritus auf seinem Friedhof eben erlaubt hat. Und da geht es eben in dieser Trauerabteilung darum, wie man mit dem Thema Trauertod umgeht über die Zeit und wie sich auch solche Erinnerungspraktiken verschieben. Dann Thema Identität und Gedenken, da habe ich jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, wir haben das bei mehreren handwerklichen Gewerken, dass wir eben Objekte von extra Originalen, würde man sagen, ausstellen. Also da stehen die Korbmacherschuhe von Opa Künne. Opa Künne kannte ich noch, der ist 104 Jahre alt geworden, ein ganz netter Herr und wirklich ein ganz großes Original und die werden so zugewiesen, von Schuster Meier liegt die Pfeife da, die er immer geraucht hat, da gibt es entsprechende Fotos und Interviews mit Nachkommen. Und das Gegenwartsbezug insofern, als dass die Familien eben noch am Ort sind und man aber auch thematisiert, warum es die Betriebe nicht mehr gibt, zum Beispiel. Gesangverein. Aktueller Bezug, es gibt keine jungen Männer mehr, die im Männergesangverein mitsingen. Wir haben die Fahne des Männergesangvereins, die historische ausgestellt, mit der Erläuterung, mit dem Paradigma, dass jetzt es nur noch ein Gesangsverein ist, weil die höheren Stimmen von Damen übernommen werden und sich diese Geschlechtertrennung nicht mehr aufgrund der Mitgliederstruktur aufrechterhalten ließ, aufgrund des Schwundes und zeigen diese Fahne zusammen mit neuer Vereinsbekleidung, die eben schon sowohl Shirts für Männer als auch im Darmschnitt irgendwie hat. Identitätsstiftung versus Militarismus. Ich komme eben aus einem Dorf, wo das Schützenfest einen sehr großen Stellenwert hat, kenne mich damit auch von innen und außen recht gut aus und bei uns ist das Schützenfest äußerst abstrus, weil dort VWs und Trabis zu Panzern umgebaut werden. Es gibt eine Marine, es gibt eine Luftwaffe, alles wird selbst gebaut. Und das hat eine große Ambivalenz, wie Sie sich denken können. Gleichzeitig haben wir da eben diese gefallenen Tafel, die Trauerabteilung und die Schützenfestabteilung Feiern und Trauern liegen sich im Raum direkt gegenüber und auch die Abteilung Kämpfen, die sind in unmittelbarer physischer Nähe und es gibt ein paar sprachliche Bezüge zu sagen, zum Beispiel, warum hat das Schützenfest in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nicht stattgefunden, warum durfte es nicht stattfinden, warum hat es danach nicht mehr stattgefunden. Es gab Leserbriefe in den letzten Jahren aufgrund der Konflikte, die wir leider auf dieser Welt im Moment haben, ob es angemessen ist, so ein Fest noch zu haben und das alles wird dort in der Zusammenschau eben präsentiert. Besonders amüsant war für mich, dass es in dem Text zum Thema Feiern heißt, dass Frauen beim Schützenfest immer noch auf die Rolle der Begleiterin reduziert sind. Das gab die harschesten Zusprüche oder Kritiken und zwar nur von Frauen, die gesagt haben, sag mal, du bist so lange dabei, lass doch unsere Männer einmal im Jahr spielen, wir wollen damit auch nichts zu tun haben. Also das war so ein Ding und dann gab es aber eine große Diskussion, die daraus entstand. Dann haben wir hier einen Mangel, Praktiken und gesellschaftlicher Wandel. Wir haben diese alte Wäschemangel dazu genutzt, wir haben eine Texttafel gedruckt, die aussieht wie ein besticktes Handtuch und das ist da eingespannt und da geht es darum, welche Praktiken und Einrichtungen früher im Dorf kooperativ betrieben wurden. Also zum Beispiel geht es da auch um Landmaschinen, die gemeinsam genutzt wurden, aber eben auch um sowas wie das Mangeln als Gruppentätigkeit und was heute eben individuell geregelt wird. Und dann wollte ich Ihnen als Vorletztes noch ein Beispiel geben zum Thema Metadiskurs, Identitätsbildung. Ich habe ja gesagt, Metadiskurs, darunter verstehe ich sich über das Museum als solches und über das Sammeln zu unterhalten und da sehen Sie so ein Wandbild. Dieses Wandbild hat ein Vereinsmitglied in den 80er Jahren geschaffen und man kann über seine ästhetische Qualität, vor allen Dingen wenn man davor steht, definitiv streiten. Das möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Und jetzt war die große Frage bei der Neugestaltung, ob man das übertüncht oder was man damit macht. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dieses Gelb ist eben so die Corporate Identity, die neue des Vereins, der Ausstellung, einen Rahmen, um das Bild zu setzen und es mit dieser Überschrift verklären zu versehen, um anzuregen, darüber nachzudenken, was so ein Museum eigentlich auch macht und wie wir mit unseren romantischen Dorfbildern vielleicht auch umgehen. Die Bank, die da vorsteht, gehört auch in diesem Kontext, weil sie die Bank ist, die früher vom Schulhaus stand und die dem ehemaligen Dorfschullehrer gehört hat, wo er immer drauf gesessen hat, wo viele noch daran Erinnerungen haben. Da gibt es natürlich auch in dem entsprechenden Text. Und daneben ist das alte Gemeindeschild vor der Eingemeindung. Und das alles bildet diesen Komplex verklären. Und last but not least, Metadiskurs Lieben heißt das, Leben und Lieben. Da haben wir die, kann ich auch so sagen, zum Teil amüsantesten oder erstaunlichsten Bilder aus unserem Fotoarchiv, diesen Fotorahmen. Sie sehen aber auch, ganz in der Mitte ist vielleicht schwer zu erkennen, ich habe jetzt keinen Pointer, ist ein zerbrochener Rahmen dabei, der auf eben aus Äxten vertriebene, auch ermordete jüdische Familien hinweist, um das gleich zu brechen am Anfang. Das vielleicht, und da geht es dann auch jetzt darum, dann sehen Sie noch so eine Tafel daneben hängen, die ist zu beschreiben mit Stift und das, was die Leute dort aufschreiben, dokumentieren das Museum auch. Da ist die Frage, was lieben Sie eigentlich jetzt an Ihrem Ort? Was sind Dinge, die sehr aktuell, weswegen Sie noch am Ort leben und was ist etwas, was Sie schätzen und das wird dann immer ausgewertet. Ja, so viel, jetzt bin ich mit meiner Zeit fast am Ende und bedanke mich und hoffe, Sie haben ein paar Anregungen bekommen in diesem extrem schnellen Durchlauf. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für eine Frage haben. Also mir ist das, machen Sie das. Erstmal schönen guten Tag, mein Name ist Frau Krause. Ich bin als Fachberaterin für digitale Kommunikation beim LWM-Museumsamt tätig und Teil des Projektes Digitalteam Westfälische Museen. Und ich würde Ihnen heute gerne erste Einblicke in die Themen digitale Medien, digitale Führungskonzepte und digitale Vermittlung, entschuldigen Sie, geben. Wir sehen hier den ersten Fahrplan für den heutigen Vortrag und zwar werde ich starten mit einer ganz, ganz kurzen Vorstellung unseres Projektes und dann steigen wir quasi auch schon direkt ins erste Thema digitale Medien ein, gehen weiter mit dem Thema digitale Vermittlung und digitale Kommunikation, eine ganz kleine Einführung und würden dann schließen mit dem Thema moderne Führungskonzepte in Bezug auf digitale Vermittlung. Ja, die erste Frage, die man sich natürlich dabei stellt, jetzt habe ich natürlich mein, die Vorstellung des Projektes kurz unterschlagen, Entschuldigung, ich bin etwas nervös heute, nachdem ich so einen kompetenten Vortrag im Vorhinein schon hatte von Frau Kremer. Genau, aber nichtsdestotrotz, um kurz nochmal unser Projekt darzustellen, das Digitalteam Westfälische Museen ist ein Verbundprojekt zwischen dem LWL Museumsamt und dem LWL Medienzentrum und ist auf fünf Jahre angelegt. Wir haben im Frühjahr 2020 mit unserer Projektarbeit begonnen und haben in unserer ersten Phase eine Ist-Analyse der Region Westfalen-Lippe durchgeführt und ich plane jetzt mit unserer zweiten Phase, vielleicht haben Sie es schon bekommen, aber unser Aufruf für die Bewerbungsphase ist gerade frisch gestern rausgegangen und wir planen sozusagen mit einzelnen Institutionen. Wir wollen sowohl Heimatvereine, Gedenkstätten als auch kommunale Museen ansprechen, sich bei uns mit Ihren Projektideen zu bewerben im Bereich der digitalen Kommunikation, digitalen Vermittlung. Was das konkret sein kann, sind zum Beispiel der Ausbau der eigenen Webpräsenz über eine eigene Website, Social Media oder im Bereich der Vermittlung die eigene Dauerausstellung technisch zu erweitern. Da können auch, das kann von kleineren Projekten bis zu größeren Projekten reichen und wir wünschen uns eben halt auch, dass Sie da ohne Scheu an uns herantreten und sozusagen auch gerne mit kleineren Projekten und Projektideen an uns herantreten. Genau. Zur kurzen Info in Ihrem Programmheft steht natürlich noch mein Kollege Alexander Musalka, unsere Teamleitung mit drin. Der ist heute leider verhindert, weswegen ich den Vortrag und sein Part hier übernehme. Genau. Und dann würde ich nämlich auch direkt mit dem Thema starten, digitale Medien. Was ist das eigentlich und was kann ich dann damit tun? Denn dieser Rahmenbegriff ist natürlich erstmal relativ oberflächlich und wenn wir uns jetzt beispielsweise auf der ersten Seite eine Auflistung verschiedener analoge Medien anschauen, dann haben wir natürlich einen Überblick darüber, wie kann sowas eigentlich aussehen und was ist da eigentlich aufgezeigt. Genau. Und es handelt sich hierbei um verschiedene Informationsträger. Die meisten werden ihnen geläufig sein, wie Bücher, Plakate, aber natürlich auch Kunstobjekte wie Skulpturen oder Datenträger wie VHS-Kassetten, wo ich beispielsweise bestimmte Hardware brauche, um diese Informationen abzurufen zu können. Auf der anderen Seite sehen wir klassische digitale Medien, mit denen wir sowohl eigene digitale Inhalte erstellen können, wie Fotos, Videos oder ähnliches. Und diese natürlich entweder a, informationstechnisch weiter aufbereiten können und auf verschiedenen Plattformen, wie der eigenen Website, über eine Webplattform, wie in Bezug auf die Sammlung oder beispielsweise auch für die Digitalisierung in unserem eigenen Museum nutzen können. Sie sehen mit dieser schönen grafischen Spielerei, dass diese beiden Sachen sich nicht zwingend gegenüberstehen müssen, sondern sich natürlich auch ergänzen können. Dass wir in dem Sinne nicht unbedingt das analoge Medium mit dem digitalen Medium ersetzen wollen, sondern dass sich diese beiden Dinge gut ergänzen können und dies auch in der Ausstellung so passieren kann. Ein kleines Beispiel, wie beispielsweise auch die Nutzung für externe Teilnehmer solcher Daten und solcher Medien funktionieren kann, finden Sie an dieser Grafik. Wenn wir beispielsweise das Beispiel zu dem Bildmaterial sehen, wir stellen uns da eine handelsübliche Grafik vor oder ähnliches, dann können wir uns vorstellen, okay, wir können Informationen, wir können beispielsweise eine Bilddatei oder ähnliches können wir im Internet extern zur Verfügung stellen. Das kann ganz unterschiedliche Nutzen haben, dass wir uns beispielsweise auf unser Museum aufmerksam machen in Form von Werbung oder dass wir Informationen zu beispielsweise Forschungszwecken oder Ähnlichem zur Verfügung stellen. Wir sehen dann hier auch schon den nächsten Punkt mit dem Laptop, dass wir uns beispielsweise eine Person vorstellen, die diese Informationen direkt verwertet und weiter nutzt. Oder beispielsweise wir stellen uns das Tablet vor, indem wir mobil eine Mobilität schaffen, wo wir beispielsweise auch sagen, Sie können sich diese Informationen entweder auch vor dem Museumsbesuch, während des Museumsbesuch oder beispielsweise während Sie am Erkunden sind abrufen. Das ähnliche Beispiel nochmal umgedreht, der interne Nutzen. Wir können natürlich auch das Internet nutzen, um beispielsweise uns gegenseitig zu vernetzen, innerhalb Ihrer Arbeit beispielsweise auch im Verein. Sie können sich Daten oder Ähnliches, können Sie sich teilen, Sie können auch von zu Hause recherchieren, Sie müssen nicht zwingend vor Ort sein, Sie haben die Möglichkeit flexibler zu arbeiten. Das ist beispielsweise auch dasselbe mit dem Laptop, Sie können sich beispielsweise mit solchen Daten auf bestimmte Events vorbereiten, auf eine Präsentation, so wie ich sie hier gerade halte oder beispielsweise auch eine Abendveranstaltung, die Sie geben möchten, in der Sie etwas vermitteln wollen. Dasselbe mit dem Tablet, Sie können beispielsweise, wenn Sie ein mobiles Bildarchiv haben, können Sie dies auch für Führungen oder Ähnliches nutzen, die Sie in Ihrem Museum geben. Ja, jetzt sind wir schon beim zweiten Punkt angekommen, nämlich digitale Vermittlung und digitale Kommunikation. Und da möchte ich Ihnen eine kleine Einführung geben, wie genau das eigentlich aussehen kann und dass es nicht zwingend immer sehr kompliziert sein muss, um diese Dachbegriffe quasi einordnen zu können. Generell, digitale Vermittlung und digitale Kommunikation sind nämlich auch Begriffe, die sich im Kern bedingen und dementsprechend auch ergänzen. Stellen wir uns die Kommunikation vor. Wir wissen, Kommunikation kann sowohl verbal als auch nonverbal passieren. Und dementsprechend haben wir auch die Möglichkeit, Informationen auf verschiedenste Arten und Weisen zu vermitteln. Beispielsweise können wir sie sowohl analog zur Verfügung stellen in Ausstellungen, wir können sie aber auch digital abrufbar machen oder beispielsweise so verpacken, dass wir Informationen über das Internet entweder vor, während oder nach des Museumsbesuchs verfügbar machen. Als kleines Praxisbeispiel hierzu noch einmal zur Visualisierung, da werden nachher noch weitere Folgen. Wie kann sowas eigentlich in der Praxis aussehen, wenn Sie beispielsweise mit Ihrer Sammlung arbeiten? Und zwar haben wir hier einmal auf der linken oder doch bei Ihnen ist auch die linke obere Seite ein Exponat. In diesem Fall ist es eine Postkarte mit Grüßen aus Münster in Westfalen. Ich dachte mir, das passt zu der Festivität hier. Und der Weg zur digitalen Kopie. Die digitale Kopie soll in dem Sinne nicht das originale Exponat ersetzen, sondern es soll quasi eine Stellvertretung herstellen, mit der Sie einiges schaffen können. Sie können beispielsweise das Original in dem Sinne so schützen, wenn Sie bestimmte Inhalte oder Informationen noch einmal abrufen möchten. Beispielsweise Sie haben, Sie fragen sich gerade, Mensch, wie war das denn nochmal? Was ist denn da für ein Poststempel? Wie kann ich das nochmal einordnen? Es kommt eine Anfrage bei Ihnen rein, eine Forschungsanfrage und jemand fragt sich, ah okay, gibt es denn Postkarten bei Ihnen mit dem Absender aus Münster, aus Potsdam oder ähnlichem? Und da können Sie beispielsweise dann auch darauf verweisen. Sie können das suchbar machen und wenn Sie wirklich den Gang gehen, dass Sie digitale Kopien oder ähnliches von Ihren Exponaten erstellen, ist es natürlich auch immer der Hinweis wichtig, dass Sie vorher schon mal in die Planung gehen und sich überlegen, wie können wir das eigentlich angehen? Welche Formate wählen wir? Wo speichern wir die Daten ab? Wie machen wir sie unter uns verfügbar? Und wie haben wir einen langfristigen Nutzen davon? Und gerade wenn man über Daten und deren Qualität spricht, dann ist natürlich wichtig, dass diese Qualität im Bestfall so gut wie möglich ist, damit man sie auch ein paar Jahre noch nachnutzen kann. Der weitere Weg, wie ich mit dieser Postkarte weiter in die Vermittlung treten kann und in die Kommunikation, natürlich einerseits über Vorträge und Führungen, über Pädagogik und die Vermittlung und in dem Sinne natürlich auch, ich kann es für meine eigene Pressearbeit nutzen, wenn ich die Rechte an diesen Bildern oder an diesem Exponat vorliegen habe oder sie dementsprechend auszeichnen kann. Ich kann sie für Forschung und Recherche zur Verfügung stellen und dann werde ich natürlich gleich im Anschluss noch ein paar Beispiele zeigen. Wir sehen hier einerseits, dass es die Möglichkeit gibt, ich kann natürlich ein Objekt dementsprechend auch digital erfassen. Auf diesen Screenshots sehen Sie gerade einen Ausschnitt aus Museum Digital Westfalen und was ich gemacht habe, ist, ich habe quasi vorgestern nochmal geschaut, was sind eigentlich die aktuellen Objekte, die dort eingearbeitet sind und was kann ich da eigentlich darunter finden. Und das ist nur ein kleiner Einblick quasi, wie Sie auch Ihr Sammlungsgut und Ihre Institution nochmal sichtbar machen können. Das Ganze ist ein kostenloses Portal, jetzt nur als Beispiel, ich möchte Ihnen hier natürlich keine Webportale oder ähnliches verkaufen oder ans Bein hexen, sondern es soll natürlich nur ein kleiner Ausschnitt sein, wie man sich quasi auch orientieren kann, wenn man seine Sammlung kostenlos online stellen will, wenn Sie sich einmal die Arbeit machen und sozusagen auch eine digitale Erfassung anstreben. Das Ganze ist nämlich auch ganz spannend, wenn man über die Nachnutzung nachdenkt, denn wie Sie hier auf den Bildern sehen können, das ist ein kleiner Ausschnitt einer digitalen Ausstellung im Themator, da sind dieselben Verantwortlichen dahinter, die sich auch für Museum Digital engagieren und wir sehen die digitale Ausstellung 101 Mal Müllrose, Müllrose ist eine Stadt in diesem Bezug, zwischen dem Zeitraum 1963 und 1984. Der Hintergrund dieser digitalen Ausstellung ist, dass 101 Exemplar eines Nachlasses, also fotonegative und ähnliches, dass die für eine digitale Ausstellung aufbereitet wurden und in gemeinschaftlicher Arbeit dort auch eingearbeitet wurden. Diese Ausstellung können Sie im Internet auch finden und sich selbst gerne nochmal anschauen. Das Spannende, was ich hier eben halt auch noch finde, ist, dass dort auf der Weg aufgezeichnet ist, wie die Objekte beispielsweise auch präpariert wurden, welche Arbeit dahinter steckt, diese Ausstellung zu gestalten und die Objekte dementsprechend zu inventarisieren. Als weiteres Beispiel gibt es noch die App der Geschichte der Dinge. Das ist ein relativ aktuelles Beispiel, da kann Ihnen auf Nachfrage natürlich auch noch meine geschätzte Kollegin Frau Dr. Koch weiterhelfen, denn sie war maßgeblich bei der Erstellung dieser App dabei. Es handelt sich um eine Wanderausstellung, die im letzten Jahr gestartet ist und diese App ist quasi eine Möglichkeit, zusätzliches Infomaterial vor, während und nach des Ausstellungsbesuches zur Verfügung zu stellen, denn die Ausstellung hatte quasi auch gerade in dieser Phase begonnen, wo wir natürlich immer noch pandemietechnisch eingeschränkt waren, in dem Maße, wie wir extra und extra Informationen quasi zur Verfügung stellen konnten. Und das war eben halt eine wunderbare Idee, nochmal zu schauen, wie kann man eigentlich solche Informationen abrufbar machen und frei verfügbar machen, je nach Interesse. Genau, und dahinter steckte der Anbieter Kuldig und das Ganze selbst ist der App Creator. Ja, nun kommen wir zum nächsten Thema, digitale Führungskonzepte und da haben wir uns ein kleines Beispiel überlegt für die Praxis, wie Sie beispielsweise auch digitale Inhalte für sich weiter nutzen können, auf eine relativ einfache Art, indem Sie ja über kostenfreie Bildplattformen gehen. Ganz kurz vorweg ein kleiner Hinweis nochmal zum Thema Bildrechte und zwar ist es natürlich bei solchen Bildern immer die Frage, darf ich das eigentlich verwenden und in dem Sinne, wenn Sie mit solchen Bildern konfrontiert sind, nicht nur im Internet, sondern eben halt auch in Ihrer eigenen Sammlung, stellt sich natürlich immer die Frage, welche Rechte gehören da eigentlich mit dazu, wie kann ich diese Rechte herausfinden und wenn ja, wie kann ich auch diese Rechte kenntlich machen. Genau, worauf muss ich achten und liegen in unserer eigenen Sammlung Bildrechte vor? Es ist natürlich, wenn Sie sich einmal die Arbeit gemacht haben und sich einer solchen Frage gestellt haben in Ihrer Sammlung, ist es natürlich von großem Wert, wenn Sie dies auch dokumentieren, für die, die beispielsweise nach Ihnen kommen und sich vielleicht in zwei, fünf Jahren nochmal dieselbe Frage stellen. Beispielsweise, gibt es noch Urheberrechte an dem Bild? Sind die Urheber bekannt oder gibt es vielleicht Persönlichkeitsrechte von Menschen, die bei einer Ausstellung oder ähnlichem verletzt werden können? Genau und zur Frage, wie mache ich Bildrechte eigentlich kenntlich und wie kann ich diese erkennen, gibt es natürlich verschiedene Lizenzformen, die Sie nutzen können. Als kleines Beispiel hier, Creative Commons Lizenzen, das ist eine Lizenz, die sich speziell der Frage widmet, wie kann man mit freien Lizenzen bestimmte Werke auszeichnen, darunter Musik, künstlerische Werke und ähnliches. Und die Frage ist natürlich nach wie vor aktuell. Die Lizenz hatte in den 2000ern bereits schon Fuß gefasst und entwickelt sich seitdem stetig weiter und es ist quasi eine einfache Form, auch Rechte anzugeben. Beispielsweise können Sie Rechte einschränken, indem Sie sagen, okay, es ist in jedem Fall eine Namensnennung notwendig. Sie können sagen, es darf nur auf dieselbe Art geteilt werden, wie Sie es vorgefunden haben oder wie es Nutzer vorgefunden haben. Beispielsweise, dass niemand anders es verwenden kann und kostenpflichtig auf eine andere, auf eine andere Website zur Verfügung stellen darf. Dass es nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden darf oder dass es beispielsweise nicht verändert werden darf. Genau, um da jetzt noch näher darauf einzugehen, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber das als kleine Einführung. Sie sehen schon das kleine Manneken da mit den Creative Commons Lizenzen, die es schön einsortiert. Und natürlich sehen Sie sich durch den Blick schon auf die Bildplattformen und die kostenlosen lizenzfreien Bild- und Videoaufnahmen richtet. Und da wollen wir natürlich noch ein kleines Beispiel zeigen, wie sowas aussehen kann, wo Sie sowas herbekommen können und wo Sie darauf achten können. Denn die schöne Frage, wo haben wir eigentlich unsere Bilder, die in der Präsentation auftauchen, her und wo haben wir uns da orientiert? Eine Seite, an der wir uns orientiert haben, ist Pixabay. Pixabay hat mit unter 1,8 Millionen Abbildungen, Fotos und Grafiken, die es zur Verfügung stellt, die es auch lizenzfrei zur Verfügung stellt. Und der Weg dahin, den können wir einmal kurz aufzeigen. Wir hatten uns ein schönes herbstliches Beispiel dazu überlegt, wie man auch Herbstangebote oder Ähnliches schalten kann und sich da eben halt dementsprechendes Bildmaterial aneignen kann. Sie sehen hier oben in der Suchleiste haben wir Kastanienmännchen eingegeben und hier unten in der unteren Ecke sehen wir die Pixabay-Lizenz, dass diese Bilder ohne Bildnachweis verwendbar sind und dass da eine kommerzielle Nutzung auch frei ist. Dasselbe haben wir mit unserer Postkarte Grüße aus Münster getan. Und zwar haben wir uns da an senno.org orientiert. Da gibt es auch mindestens 1,6 gut strukturierte Texte und Bibliothekseinträge, die Sie frei nutzen können. Und genau, unsere Suchanfrage war natürlich Münster und hier noch einmal der Weg, wie wir dort hingekommen sind. Und genau, nochmal der Hinweis auf die Lizenz, dass es gemeinfrei nutzbar ist und wie man dort hinkommt. Ja, jetzt bin ich ein bisschen hier durchgerauscht im Hinblick auf die Zeit. Aber genau, wenn wir jetzt schauen, dass wir noch die Fragerunde haben oder uns bei einer gemütlichen Tasse Kaffee noch zusammensetzen, dann denke ich, sollten wir da gut auseinander kommen. Dann, ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war jetzt, fand ich einfach eine sehr, sehr schöne Mischung. Also es sind sozusagen zwei wesentliche Parameter hier genannt worden. Also wie gehe ich zum einen an meine Sammlung ran? Wie gehe ich an mein Museum ran? Welche Ideen kann ich da mit einbringen? Welchen Blick kann ich auf meine Sammlung werfen? Und dann genauso dieser andere Schwerpunkt, auf den wir von der Museumsberatung übrigens auch immer sehr, sehr gern angesprochen werden. Wie kann ich sozusagen auch das Ganze stärker in das digitale Zeitalter bringen? Also ich finde, es sind jetzt fast so ein bisschen Antipoden. Also es sind zwei sehr, sehr wichtige Themen, die eigentlich, ehrlich gesagt, jedes ein eigenes Panel hätten haben können. Wir haben sie jetzt zusammengetan, aber finde ich auch durchaus mit gutem Grund. Denn so eine Neugestaltung eines Museums, wenn man dann so einen Schritt wagt wie in Äxten, empfiehlt es sich heutzutage auch immer, die digitale Vermittlung mitzudenken. Und da hat ja Frau Krause jetzt auch ganz hervorragend entsprechende Beispiele gebracht. Genau, aber ich möchte sehr gerne die Runde öffnen für Fragen, Anregungen, Vorstellungen. Genau, aus der Runde. Also Sie sprachen über die große Bedeutung der Gegenwartsbezüge, um das Museum lebendig zu halten, damit die Leute auch da motiviert werden und Ideen kriegen. Denn inwieweit werden diese Gegenwartsbezüge auch schon im Museum selbst praktisch mit angerissen? Oder muss man sich das alles erarbeiten nachher durch Gedanken und durch Diskussionen? Nee, das nicht. Tatsächlich spielt die Textebene eine wichtige Rolle. Natürlich sind diese Gedanken, die ich jetzt eben als Praxisbeispiele gezeigt habe, sowohl auf der Abteilungstextebene als auch auf der Objektbeschilderungsebene mit angelegt. Aber zum anderen geht es auch häufig darum, man muss ja nicht immer ganz so mit der didaktischen Brechstange ran, dass man Dinge sich einander einfach auch im Raum gegenüberstellt und so dann darauf hinweist. Also das sind eben dann so die feineren Sachen, wenn ich irgendwie tatsächlich diese Trauerabteilung dem Schützenfest räumlich unmittelbar gegenüber stelle, dann führt das natürlich zwangsläufig auch dazu, zwangsläufig nicht, aber in der Regel dazu, dass da zumindest eine Verbindung hergestellt wird und man vielleicht ein bisschen nachdenklicher wird, als wenn man das würde, wenn man Bewirtschaften zum Beispiel neben das Feiern gesetzt hätte. Also da gibt es sowohl Möglichkeiten der räumlichen Anordnung, vielleicht auch indem sich Objekte begegnen, die aus verschiedenen Zeitebenen stammen, indem ich bestimmte Durchblicke in den Ausstellungen schaffe. Da muss ich jetzt gerade ans Landesmuseum Oldenburg denken. Wenn ich da in der Abteilung stehe zum Bereich der NS-Zeitmachtergreifung, habe ich aber einen ganz langen Durchblick, wo ich hinten eben Flüchtlingstracks sehe, eine große Aufnahme. Auch das sind so Dinge, also das heißt, das kann sprachlich passieren, das kann räumlich passieren und das kann natürlich auch durch eine direkte Ansprache in Vermittlung passieren. Ja, das Digitale und die Museen, das ist ja irgendwie eine Affenliebe. Also es ist ja ganz klar, dass wir diese Vermittlungsformate brauchen und auch einsetzen. Aber es ist ja auch so, dass Kinder zum Beispiel in der digitalen Welt leben und aufwachsen. Die haben das Smartphone am Körper, die haben das Smart-TV zu Hause, die sind sozusagen voll digital und ich habe die Erfahrung gemacht, sie gehen in ein Heimatmuseum und erleben genau das Andere, also das Analoge und erleben es gerne und fragen nicht, wo kann ich mein Smartphone dranhalten, wo kann ich einen QR-Code scannen, wo kriege ich irgendwelche blinkenden Bilder, sondern sie sind total begeistert von dem echten, authentischen Objekt und sie sind auch begeistert von einer richtig guten personalen Vermittlung. Also ein Mensch, der sich Zeit nimmt, der sich einstellt, der auf Fragen eingeht, der individuell auf die Wünsche eingeht und da habe ich manchmal den Gedanken, vielleicht müssen Museen ja das rausstellen und da einen Schwerpunkt setzen und das andere, ich sage es mal so, als Gimmick nutzen. Ja, genau, vielen Dank für Ihre Frage, das ist natürlich eine spannende Anregung jetzt auch, weil das ist natürlich auch der Charakter, den wir häufig in kleineren Museen und Heimatmuseen finden, also dass es dieses Persönliche gibt, dass man aufeinander eingehen kann, da haben Sie schon ganz recht und es muss natürlich auch der digitale Rahmen zum Museum passen und zu dem, was natürlich da auch an Arbeit anfällt, denn wie Sie in Ihrem Vorschlag ja auch schon so spannend erzählt haben, ist, dass da ja einfach auch eine Masse an Aufgaben anfällt, die ja so schon schwer zu bewältigen sind und diese schmale Gratwanderung zu finden, diese ganzen Aufgaben zu bewältigen und natürlich dann auch noch diesen Ansprüchen gerecht zu werden, das ist natürlich immer wirklich eine Gratwanderung und man muss da natürlich auch als Museum und besonders als Keiner das Museum schauen, wie man da ein gutes Miteinander finden kann zum Digitalen und natürlich auch zum Analogen, was ja auch den Charakter des Museums ausmacht dementsprechend. Und genau, also um das nochmal so zu schließen, es sind natürlich jetzt nur Beispiele, die ich bringen konnte und es ist natürlich auch immer je nach Museum zu sehen, also das ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, wie ist die Lage vor Ort und was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten, genau. Aber ich würde das unbedingt auch unterstreichen, also diese Zugabe, also ich sehe ein Museum auch immer als Ort der Kommunikation und wenn jeder auf sein Telefon guckt und dann am Lesen ist oder dem Media-Guide da irgendwie zuhört, dann entwickelt sich eben sehr schwer so eine Kommunikation. Und jetzt auch, ich sehe gerade Herrn Frese an, also ich glaube auch, dass von diesen kleinen Museen auch diese persönlichen Führungen auch immer eine ganz große Stärke sind. Also diese direkte Ansprache des Museumsbesuchers, die fühlen sich aufgehoben, die fühlen sich geborgen, die fühlen sich mitgenommen und das ist natürlich was, was da auch unbedingt mit betont werden sollte. Aber nichtsdestotrotz sind eben verschiedene Formate möglich, um noch digitale Neuerungen mit in die Ausstellung reinzubringen. Also ich denke nicht, dass sich das ausschließt, sondern es sollte sich unbedingt ergänzen. Das sehe ich auch so. Ja und da stellt sich ja auch die Frage, wie man das digital darstellt, was man sieht und das nicht sichtbarer. Also die Frage bei kleinen Museen, wie organisieren Sie das? Sie haben das so ein bisschen beschrieben mit dem Digitalisieren von Beständen, die man hat. Das ist ja erstmal für den Besucher gar nicht sichtbar, sondern man organisiert sich digital. Und dann das Zweite, was gerade diskutiert wurde, eben das Digitale, was für den Besucher dann sichtbar ist. Wie schätzen Sie das ein? Welche Bedeutung hat das eine und das andere? Wenn wir jetzt natürlich in Bezug auf die Sammlung gehen, ist es natürlich auch eine große Bedeutung, dadurch, dass es natürlich auch um das Festhalten von Wissen geht einerseits. Dass es auch um eine Bewahrung geht, selbst wenn der physische Gegenstand nicht mehr besteht. Dass es auch um das Festhalten von Wissen geht. Und dass man da eben halt beispielsweise auch, also es muss jetzt auch nicht nur in Richtung Sammlung gehen, sondern es kann auch Zeitzeugeninterviews oder Ähnliches sein, wo ihr Wissen festgehalten wird. Also dass man eher solche digitalen Ansätze wählt, um beispielsweise gerade dieses enorme Wissen, was in einem Heimatmuseum besteht, einfach auch durch die einzelnen Experten, die da zusammenkommen, dass da vielleicht auch eher der, also aus meiner Sicht jetzt, dass da eher der Fokus drauf liegt. Und vielleicht auch, also man müsste natürlich schauen, wo es Sinn macht, gerade auch so eine kleine Ausstellung dann technisch zu erweitern und wo es eben halt wirklich der Charme und der Charakter des Hauses dann sonst im Wege stehen würde. Da würde ich vielleicht auch nochmal kurz einfädeln. Auch für mich flankierende Maßnahmen, aber gerade im Bereich, den Sie auch ansprechen, Wissenssicherung im Bereich Inventarisierung natürlich relativ alternativlos, um die Daten eben auch einfach abzusichern. Und bei der Inventarisierung kann ich nur sagen, haben wir es in Äxten so gemacht, dass wir, da komme ich jetzt zur Sichtbarkeit für die Besuchenden, dass wir es so gemacht haben, dass wir dort einen Abteilungsbereich haben, der nennt sich Forschen. Da ist der einzige Arbeitsplatz der Ehrenamtlichen im Ausstellungsraum untergebracht als eigene Abteilung. Da wird die Arbeit des Vereins dargestellt und da gibt es einen Arbeitsplatz, der dann auch für Besuchende zugänglich ist, die in der Inventarisierungsdatenbank recherchieren dürfen, unter Anleitung dann. Und da begegnen sich die beiden Ebenen ganz gut, weil, das schiebe ich jetzt nur einmal ran, für mich auch eine Erkenntnis war in der Arbeit, auch später in der Doktorarbeit nochmal, dass dieses Fehlen von Deporäumen auch so eine Geschichte ist, die ich nicht nur durch äußere Faktoren erklären kann und die die Ehrenamtlichen auch nicht nur so erklärt haben, sondern auch aus dem Bedürfnis heraus, die Dinge bei sich zu haben. Also nicht nur aus dem Grund keine Deporäume zu haben, kein Geld für Depots zu haben, sondern sich selber ihren Gemeinden gegenüber darüber zu legitimieren, dass sie den Dingbestand des Ortes, das materielle Gedächtnis bewahren, dass das immer für jeden einsehbar ist und dass sie permanent Zugriff drauf haben. Und diese Datenbank zu haben in den Räumen und die Recherchemöglichkeiten hat auch dazu geführt, dass es leichter dann im nächsten Schritt war, ein externes Depot überhaupt anzulegen aus diesen Gründen. Und da begegnen sich die Ebenen dann eigentlich sehr schön. Ich würde ganz frech mich zwischendrängeln, weil es einfach jetzt ganz gut passt. Also auch gleich nach Ihrem Vortrag dachte ich, wollte ich die Frage eigentlich gerne schon gestellt haben, nämlich wie ging diese Neugestaltung vom Heimatmuseum in Echsen vonstatten? Also wer hat sich da gefunden? Kamen Anregungen von außen? Nur ein kurzer Abriss. Ja, also ich muss sagen, ich bin in meinem Heimatort noch sehr verankert, auch wenn ich seit 15 Jahren nicht mehr dort lebe und bin dort auch im Schützenverein und solche Sachen und fiel dort und bin aktiv angesprochen worden. Du machst doch irgendwas mit Museen, kannst du nicht mal. Und da war ich noch Studierende und habe mich dann mit den Ehrenamtlichen, die mich ja auch alle kennen, seitdem ich in den Sandkasten, deswegen sage ich, das ist irgendwie alles auch sehr spannend gewesen, auch auf persönlicher Ebene, habe mich zusammengetan und habe dann auch mit meiner Chefin, heutigen Chefin Professor Karin Ellwanger, darüber gesprochen, ob wir daraus ein Projekt machen können. Und habe dann in meinem ersten Semester als Lehrende meine Studierende mitgenommen und war dann zwei Jahre zum Einstieg meiner Berufstätigkeit eben vor Ort. Und wir haben das in so einem gemischten Team gemacht und wir haben es auch so gemacht, dass wir die ersten Konzeptideen gleich in der Aula vorgestellt haben und da waren 200 Menschen dort aus dem Dorf und wir haben das diskutiert und das war auch gut für die Akzeptanz des Projektes, weil dabei rauskam zum Beispiel, das ist auch die ehemalige Dorfschule und ich wollte halt, so als Greenhorn wollte ich gerne erstmal den alten Linoleum-Boden raus und wollte was Neutraleres haben und so weiter und dann kam sofort, nein, das muss man weiter sehen. Da muss dieser grüne Linoleum, da haben wir schon darauf gelitten in den 60er, 70er Jahren, der muss da drin bleiben, Blut, Schweiß, Tränen sind da drin und solche Sachen, das haben wir halt von Anfang an gemacht, so in Gruppendiskussionen dann auch und so ist das Projekt ins Rollen gekommen, hat aber auch nur funktioniert, weil ich tatsächlich während des Studiums nochmal ein halbes Jahr nach Hause gezogen bin zu meinen Eltern und Praktika in Hannover gemacht habe und abends dann inventarisiert habe mit den Ehrenamtlichen. Aber also das ist dieses, auch die Seminare waren immer zusammen mit dem Verein, oder? Ja, okay. Ja, ja, also wir haben das dann so gemacht, dass die Studierenden mit mir über die Wochen, also waren mehrere Wochenendaufenthalte, dann dort haben im Dorfgemeinschaftshaus geschlafen, auf Klapp liegen, abends gab es gemeinsame Grillfeste und dann hat das funktioniert. Schön. Ja. Ja, meine Frage passt eigentlich auch dazu zu Ihrem Projekt. Sie haben das total super anschaulich dargestellt und Ihre drei Impulsfragen haben, glaube ich, es ganz einfach runtergebrochen, sich Objekte anzuschauen und zu sagen, ist das jetzt interessant und relevant für uns? Was mich jetzt dabei noch interessieren würde, wäre die Zielgruppe des Museums. Es schien mir doch manchmal auch wirklich sehr, von Herrn Kappe, es ist die Pfeife noch da, gibt es eben auch über das Dorf hinaus eben Besucher und wurde das nach der Aktualisierung evaluiert? Danke für die Frage. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich mich kurz fasse, weil das ist auch so eine Grundsatzfrage. Da habe ich vorhin auch bei den Vorträgen beim zweiten Impuls so ein bisschen überlegt, es gibt ja zwei Arten ranzugehen. Es gibt den Blick zu sagen, wir zentralisieren bestimmte Aufgaben, wir professionalisieren, wir gucken, wir machen quasi eine Marktanalyse, welches Museum kann welches Alleinstellungsmerkmal haben. Ich bin da eher auf der Linie unterwegs gewesen und Frau Bollmann, glaube ich, auch im Einzelfall zu gucken. Sie erinnern sich an Heimatmuseum 3.0, Funktion vor allen Dingen für den Ort. Das heißt, wir sind tatsächlich davon ausgegangen, primär die EinwohnerInnen des Dorfes anzusprechen und es ernst zu nehmen, dass dieses Haus eine Funktion hat für die Menschen vor Ort und sie danach zu fragen, was diese Funktion sein könnte. Und der Ansatz war jetzt weniger zu gucken, in welcher Gemeinde könnte man welche Schwerpunkte in der Sammlungsarbeit setzen und so weiter und so fort. Das muss ich ehrlich sagen, das sind zwei ganz diametral unterschiedliche Herangehensweisen. Aber mein Ansatz und unser Ansatz ist eigentlich immer zu fragen, welche Relevanz hat dieses Museum für den Ort, in dem es sich befindet. Auch aus der Erfahrung meiner Dissertation wiederum heraus, wo ich ein Haus untersucht habe, was an einem touristischen Hotspot in Niedersachsen sich befindet, wo es so ist, dass die sehr stark auf Tourismus sich orientiert haben, was dazu führt, dass sie super BesucherInnen zahlen, haben aber null Ehrenamtliche. Weil der Ort sich eigentlich nicht mehr mit diesem Museum identifiziert, sondern eher das Gefühl da ist, dass das ein weiteres touristisches Angebot ist, was dann auch bitte finanziert werden kann von der Gemeinde, vom Tourismusverband, von sonst was. Und das ist ein sehr großer Spagat. Ich sehe auf der anderen Seite natürlich, dass man mitdenken muss, welche Alleinstellungsmerkmale hat eine Sammlung, dass man die Sammlung konsolidieren muss. Aber man muss dabei auch aufpassen, dass man wirklich an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort bleibt. TouristInnen kommen trotzdem, weniger wahrscheinlich, als wenn man das gleich gezielt angesteuert hätte, ganz bestimmt. Aber in dem Ort gibt es eben noch zwei Industriedenkmäler auch, die immer attraktiv sind für TouristInnen und da wird es quasi mitverkauft. Also wenn die da hinwollen, dann sagt man, wollt ihr nicht danach noch auch die Heimatstube angucken, wollt ihr danach noch auf unserem Bauernhof irgendwie ein Mittagessen bekommen. Ja, vielen Dank für die sehr guten Impulsvorträge. Ich habe jetzt noch eine Frage zu diesem Erstellung eines Museumskonzeptes. Ich habe jetzt noch mal ganz deutlich gesehen, heute an dem Tag, dass da der ehrenamtliche, sag ich jetzt mal, Vorstand doch sehr leicht überfordert ist, wenn man das fachlich gut machen will. Ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung vom Kettenschmiedemuseum in Fröndenberg. Wir haben, sag ich jetzt mal, den richtigen Ansatzpunkt, die richtige Idee, aber das muss irgendwo professionell umgesetzt werden. Und da braucht man auch wirklich Hilfe. Wir fahren uns dann auf der ehrenamtlichen Schiene fest. Jetzt ist die Frage, natürlich LWL Museumsamt wäre jetzt für mich der erste Ansprechpartner, aber ich habe eben jetzt auch gelernt, es gibt da auch freie Beratungsfirmen sozusagen, die einem da eventuell auch weiterhelfen können. Ja gut, natürlich. Kosten tut alles was. Also ich kann auch nur kurz mal erzählen, wir hatten jetzt das Problem, dass unsere alte Museumsführermannschaft, die das sehr gut gemacht hat, jetzt einfach biologisch ausgedünnt ist in den letzten zwei Jahren, sag ich mal. und wir haben uns versucht, damit zu behelfen, dass wir diesen Reiz, den die laufenden Maschinen haben, sag ich mal, dadurch im normalen Museumsbetrieb auffangen, dass wir von allen Maschinen Filme gedreht haben, die man dann über QR-Codes abrufen kann. Und je nachdem, also ich kann das bestätigen, dass, also viele Leute haben wirklich das Smartphone immer in der Tasche und können sich das dann wenigstens angucken, wie es eigentlich wäre. Ersetzt nicht die 1 zu 1 Führung vollkommen klar, aber da sind wir eben auch so am Limit bei der Gewinnung der Ehrenamtlichen dafür. Ja, ich würde vorschlagen, wir beide, also eben, Sie sprechen ja da einen Punkt an, auf den treffen wir immer wieder jetzt bei uns vom LWR-Museumsamt in der Landschaft, dass die, gerade die vereinsgetragenen Museen eben vor der Schwierigkeit stehen. Uns ist schon klar, dass sich was ändern muss. Wir würden auch gern, wir können auch was dazu sagen, aber umsetzen können wir es am Ende nicht. Und dann eben gibt es Leute, wie eben auch vor allen Dingen Frau Bollmann, es gibt auch noch diverse andere Firmen, die nicht ganz so weit weg sind, sondern hier in Nordrhein-Westfalen verankert sind. Und dann, also um jetzt gleich diese Diskussion von vornherein zu schließen sozusagen, das Blöde ist einfach, das Museumsamt kann das zum Beispiel nicht fördern. Also es gibt ganz, ganz viele, also es gibt beziehungsweise sehr, sehr wenige, ich würde mal behaupten, keine öffentlichen Fördergeber, die eben diese Konzepterstellung fördern, sondern das ist allein die Verantwortung, der Museen. Und ich sehe auch durchaus, dass es immer schwieriger wird, dass die Museen, gerade die vereinsgetragenen Museen, dieser Verantwortung nachzukommen. Also ohne Frage. Genau. Ich hätte jetzt auch gesagt, es kostet was, aber die Frage ist eher, zahlt es sich aus am Ende? Und ich glaube, da würden viele Kolleginnen zustimmen. Ich möchte mich da jetzt in den Feinheiten von Finanzierungen solcher Möglichkeiten nicht verlieren. Da haben Sie ja dann auch eine kompetente Ansprechpartnerin beim Kaffee gleich nochmal, die Ihnen dazu was sagen kann. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich bin ja auch als Freimitarbeiterin dort tätig, dass es Einrichtungen sind von zwei Mann und Frau betrieben bis zu großen Häusern, die dort beraten werden und das als sehr hilfreich empfunden haben und wo sich auch Möglichkeiten zur Finanzierung gefunden haben, sobald das Konzept dann stimmte. Was ich nur dafür mit auf den Weg nehmen will ist, oder mitgeben will, ist, dass das ein langer, kooperativer Prozess und eine Beratung ist, egal ob Sie da beim LWL Museumsamt oder anderen öffentlichen Einrichtungen sind oder sich privat beraten lassen. Und das auf zwei Seiten. Ich sehe das immer nur als längerfristig. Nämlich wenn Sie als Externe oder Externer in eine Einrichtung kommen wie Ihre, die sehr eingespielt ist, wo sich erste Konzepte entwickelt haben, die eine lange Geschichte miteinander haben, dann kommen Sie an und ich nenne das immer so ein bisschen Schriftlosigkeit und Sprachlosigkeit im Ehrenamt. Wenn Sie als Außenstehender rankommen, viel von dem Wissen, das haben wir heute schon gehört, wird zwischen Ihnen mündlich weitergegeben. Es gibt kaum was schriftlich Fixiertes und es gibt Beziehungen zwischen Ihnen als Ehrenamtlichen, die von außen ganz diffizil überhaupt zu verstehen sind. Und auch wie Ihre Arbeit funktioniert als eingespieltes Team, verstehe ich nicht bei einem punktuellen Besuch. Das heißt, Sie müssen auch als externe Beraterin von wo auch immer die Chance haben, über einen längeren Prozess sich das erstmal mit anzugucken, aber dann auch die Chance haben, sich selber mit Ihren Ideen noch einzubringen. Die Offenheit muss natürlich auch da sein. Wenn der Verein innerlich schon diesen Weg zur Neukonzeption ein ganzes Stück gegangen ist und eigentlich sagt, jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der uns die Kohle ranholt, A, und B, und sagt, wo wir Firmen kriegen, die das dann realisieren, so kann es auch nicht funktionieren, sondern das muss wirklich etwas sein, was dann in Ruhe gemeinsam entwickelt wird. Und das ist immer eine wichtige Bedingung. Deswegen ist das, was bei mir auch immer rausgekommen ist, jetzt in der Auseinandersetzung, dass das, was man eigentlich braucht, auch von so einer Verbandsseite, so lange Patenschaften sind. In Niedersachsen fängt man jetzt mit so einem MentorInnen-Programm an vom Museumsverband. Das finde ich zum Beispiel einen sehr guten Ansatz, wo Ihnen dann ein Profi oder jemand, der hauptamtlich am Museum gearbeitet hat, über längere Zeit unterstützend zur Seite steht. Finde ich eine sehr interessante Anregung. Können wir ja auch mal intern überlegen. Ich sehe durchaus die Schwierigkeit. Das ist also so dieser langfristige Partner. So etwas sehe ich ja durchaus auch das Museumsamt. Also hoffe ich, dass ich hier nur nickende Köpfe sehe. Wir sind ja durchaus bei Ihnen dran. Wir sind ja auch einfach Partner über eine lange Zeit. Aber was ich bei uns beim Museumsamt natürlich die Schwierigkeit sehe, ist A, diese Konzepte, also die konkreten Konzepte können wir Ihnen nicht erstellen. Wir können sie bei der Konzepterstellung durchaus begleiten. Die Schwierigkeit ist nur einfach, dass es sehr, sehr viele Museen gibt in Westfalen und einfach der Arbeitsanfall bei uns nur bedingt zu bewältigen ist. Also es ist eher eine langfristige Begleitung aus der Ferne. Also dass wir durchaus auch mal Moderationsfunktionen übernehmen können und ähnliche Geschichten, aber eben immer nur punktuell. Und da wäre dann so eine professionelle Beratung, so ein professioneller Begleiter hat dann nochmal eine ganz andere Verpflichtung. Also geht er ja monetär schon mit Ihnen ein, vertraglich ein. Und so, dass das durchaus enger, intensiver und damit schneller vom Erfolg gekrönt sein könnte. Ja, ich möchte meinen Wortbeitrag zunächst beginnen mit einem sehr, meines Erachtens sehr gelungenen Beispiel von Digitalisierung. Es handelt sich um das Heinrich-Lübcke-Museum in Sundern. Das war ein Museum, wo man sagen muss, das war wirklich am Ende ziemlich angestaubt. Es wurden Fotos ausgestellt und Exponate. Ohne Führung konnte man da fast gar nichts mehr verstehen. Und dann sind die auf die Idee gekommen, einen Teil des Ganzen zu digitalisieren. Und da wurden dann zum Beispiel Wochenschauberichte aus der Zeit Heinrichs-Lübcke dargestellt. Und plötzlich bekommt diese Ausstellung ein ganz anderes Flair und ein ganz anderes Verständnis. Wenn man da durchgeht, hat man plötzlich, fühlt man sich in diese Zeit versetzt und versteht sehr viel mehr von dem, was das Museum eigentlich rüberbringen will. Das Ganze ist gemacht worden durch ein Institut an der Fachhochschule Meschede. Das Institut stellt sich als Partner für das Ehrenamt zur Verfügung. Wir haben dazu auch in der Zeitschrift Sauerland eine Artikelserie veröffentlicht. Können Sie gerne im Internet unter www.sauerländerheimatbund nachlesen. Der letzte Artikel ist in der Ausgabe 2. 2019 erschienen und da können Sie zurückblättern. Ist ganz informativ und die Hochschule macht das gerne, weil das studentische Arbeiten sind, die das Institut dann erstellen kann. Danke. Der Blick nach draußen sagt mir, dass wir zum Schluss kommen sollten und ich fürchte auch genau jetzt, also leider keine weiteren Fragen mehr. Alles, was sonst noch das Publikum von den Referenten interessieren könnte, kann ja dann gerne auch im Anschluss in der Kaffeepause noch gestellt werden, also in anderthalb Stunden. Ich fürchte, wir machen jetzt hier ohne Pause weiter. Tut mir leid, dass Sie nicht noch mal kurz Luft schnappen können. Aber vielen Dank für die rege Diskussion. Genau, ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zurück, kann ich sagen. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Pause zwischendurch und haben jetzt auch die Gesprächsrunden als impulsgebend erfahren. Wir haben jetzt noch mal eine kleine Pause danach vorgezogen. Ich denke, das war ganz gut, um sich noch mal so ein bisschen zu erfrischen. Es war ja sehr viel Input, deshalb hat sich das jetzt so ein bisschen verzögert, aber ich denke, das war ja auch in Ihrem Sinne. Ja, nun werden Sie die Gelegenheit haben, die ausgewählten Museen, die wir im Rahmen unseres Wettbewerbes ausgesucht haben, näher kennenzulernen. Die beiden Einrichtungen werden einen Erfahrungsbericht aus dem Projekt herausgeben, sodass Sie dann auch sehen, was ist eigentlich die ganze Zeit gelaufen seit der Auswahl und wie wird das auch von den Einrichtungen wahrgenommen, konnten Sie davon profitieren, was war gut, was ist vielleicht auch nicht so gut. Also da können Sie ganz offen berichten und es ist so, das ist ja auch schon heute Morgen angedeutet worden, das Programm, das diese zwei Einrichtungen durchlaufen, das besteht im Grunde aus zwei Säulen, also zum einen wird die museale Arbeit in den Blick genommen, da ist das LWL-Museumsamt natürlich der fachlich versierte Ansprechpartner, da werden dann genau noch einmal die Ausstellungen fokussiert und modernisiert. Es wird jeweils ein Ausstellungskonzept erstellt für die beiden Einrichtungen, damit diese sich dann auch dahingehend zukunftsfähig aufstellen können. Darüber hinaus gibt es ein mehrmoduliges Fortbildungsprogramm, was ganz individuell auf diese beiden Einrichtungen und ihre Bedarfe zugeschnitten ist. Da geht es zum einen sowohl um vereinsbezogene Aspekte, das sind Kernthemen wie Steuern und Gemeinnützigkeit, Haftung, Versicherung, Fördermittelakquise, alle die Dinge, die Sie natürlich auch aus Ihrer Arbeit, wenn Sie als Verein unterwegs sind, kennen. Und zum anderen geht es auch um museumsspezifische Kompetenzen vom Sammeln über das Ausstellen bis hin zum Vermitteln. Das sind Dinge, die wir im Rahmen von Fortbildung gemeinsam erarbeiten und vermitteln. Jetzt soll es aber dann einen Blick hinter die Kulissen geben. Da möchten wir mit dem Museum der Stadt Maasberg starten. Vielleicht noch zwei, drei Worte, warum wir das Museum ausgewählt haben. Eine fachkundige Jury hat das Ende des vergangenen Jahres getan. Es wurde ausgewählt aufgrund seines historischen Potenzials. Die Motivation des Trägervereins hat die Jury überzeugt. Man arbeitet schon seit Jahren an einer ständigen Erweiterung der Schauräume und hat da auch erste Erfolge im Bereich der Dokumentation. Der Verein zeichnet sich dadurch aus, dass er sich kontinuierlich auch in der Vergangenheit schon weitergebildet hat und auch Beratungen in Anspruch genommen hat. Und im Grunde haben sowohl Verein als auch Museum beste Voraussetzungen, ein dritter Ort zu werden. Und gerne übergebe ich jetzt das Wort an den Heiner Doppelfeld, den Leiter des Museums und zweiten Vorsitzenden des Vereins historisches Obermaßberg. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie gesagt, mein Name ist Heiner Doppelfeld. Ich bin seit viereinhalb Jahren, seit meiner Pensionierung, Leiter des Museums der Stadt Maßberg. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Und zwar haben wir uns auf den Weg gemacht, schon bevor dieser Wettbewerb ausgeschrieben worden ist. Mir war sehr schnell klar, dass wir ein Museum sind, was so eine Zwitterposition hat zwischen einem größeren oder einem ganz kleinen Museum. Und die Ausstellung, wie ich sie dann kennenlernte, muss meiner Ansicht nach auch gemacht werden. Ich berichte jetzt einfach mal, wie wir vorgegangen sind mit dem LWL jetzt bis jetzt sehr stark. Zunächst mal mit dem WHB werden wir demnächst sehr viele Module erarbeiten. Corona hat das Ganze auch am Anfang erschwert. Wir haben uns also zunächst mal gemacht und so kenne ich das auch aus meiner vorigen Arbeit, Schulprogramm schreiben und so weiter. Man muss ja erst mal sehen, was ist eigentlich vor Ort. Und das haben wir auch gemacht, indem wir eine Ausgangslage, eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Wir sind ein Museum, was in einer alten Volksschule in Obermaßberg gelegen hat, liegt und wir haben gemeinsam die Stärken und die Schwächen des Museums herausgearbeitet. Zunächst mal zu den Schwächen. Da ist ja auch einiges schon gesagt worden. Vieles von dem, was hier heute Morgen formuliert worden ist, passt eigentlich auf unser Museum. Wir sind eine Ausstellung, aber man muss sagen, ohne ein Gesamtkonzept, sondern es ist eigentlich mehr eine Addition einzelner Themen. Es ist also kein roter Faden, keine geschlossene Narratio da drin und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Dicke stehen mehr so hintereinander. Das ist eine alte Schule, die Hausgeschichte. Eine alte Schule fehlt zum Beispiel völlig. Wir haben viele Gerätschaften da noch. Die Ausstellung ist eindeutig überfrachtet. Die Texte, also ich habe mit den Texten, die da an der Wand hängen, gearbeitet, mit Schulen und so weiter. Viel zu schwierig, viel zu lang. Man muss Interpretationshilfen geben. Dann muss man sagen, es war also ein Heimatmuseum richtig im klassischen Sinne, im traditionellen Sinne. Der erste Schritt, den wir gemacht haben, schon bevor wir angefangen haben, war, dass ich im Stadtrat eine Veränderung des Namens vorgesehen habe, um auch eine konzeptionelle Neuausrichtung zu dokumentieren. Wir heißen also nicht mehr Heimatmuseum der Stadt Maasberg, sondern wir sind das Museum der Stadt Maasberg. Da drückt sich eines in, obwohl man zu dem Heimatbegriff auch vieles sagen kann, habe ich auch schon Vorträge zugehalten. Was für uns auch ein ganz wichtiger Punkt war, uns auf den Weg zu machen, ist, dass das insgesamt ein nachlassendes Interesse an der Ausstellung gegeben ist. Jetzt besonders deutlich in Corona, aber die Leute aus Maasberg, die kennen diese Ausstellung, die waren ein paar Mal da und dann kommt man auch nicht mehr oder nur, wenn man noch mal was Besonderes hat. Womit wir eigentlich in der letzten Zeit Besucher gezogen haben, das waren viele Sonderausstellungen, die wir seit viereinhalb Jahren auch machen, manchmal zwei pro Jahr. Auch sehr gute dabei. Ein ganz wichtiger Punkt ist, ist auch angesprochen worden, unser Museum ist überaltert, die Mitarbeiter. Da muss man was passieren, es sind mir auch persönlich viel zu viele, viel zu wenig Frauen da drin. Also wenn ich das heute Morgen hier sehe, ich finde das einfach klasse, mit welcher Power hier die Damen hier auftreten und das Ganze managen. Das ist bei mir viel zu wenig und auch junge Leute. die Nachhaltigkeit des Museums ist also aufgrund der Struktur, der Ausstellung, aber auch aufgrund der Überalterung der Mitarbeiter einfach gefährdet und was mir ein ganz wichtiger Punkt ist, komme ich gleich noch ein bisschen mehr drauf, ist die zu geringe Beachtung eigentlich auch in der Stadt. Positiv ist, hier nur einige Aspekte zu erwähnen, dass wir sehr, sehr viele Themen, historische Themen anbieten können. Marsberg ist ein historisch äußerst interessanter Ort, angefangen von Karl dem Großen bis hin zu Bergbau, geologischer Geschichte, will ich jetzt gar nicht alles im Einzelnen aufzählen. Wir liegen im historischen Zentrum von Obermaßberg mit all seinen Bezügen, Kirchen, Pranger, Stadttürme, Mauern, Kilianstollen, was also in unsere unmittelbare museale Arbeit eingebunden werden kann. Wir verfügen über eine große Aula, wo ich meine Sonderausstellungen drin machen kann, wo ich Vorträge drin halte oder mir Vorträge halten lasse. Wir machen viele kulturelle Veranstaltungen, einmal im Jahr zum Beispiel historische Mahlzeiten, da kommen immer so über die 100 Leute, die sitzen da, es wird zu dem Thema ein Essen gereicht und in den Pausen habe ich dann meistens eine Präsentation gemacht zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Luther Mahl, Zünfte Mahl, Karl der Große Mahl und so weiter. Wir haben einen großen Außenbereich mit einem Gräberfeld, wo man jetzt schon mit Kindern archäologisch was machen kann und wir haben ein enormes ausbaubares Raumpotenzial durch die Schule bedingt und eine eigentlich vom Verein zurecht gebaute technische Ausstattung. So, da ist vieles negativ, manches oder vieles aber auch positiv. Das Erste, was wir dann festgelegt haben und das ist auch ganz wichtig, so habe ich das auch noch in meiner Schulausbildung gelernt, Lernziele formulieren, Zielformulierung. Was wollen wir eigentlich erreichen mit diesem Museum? Erstens, ganz klar für mich Nachhaltigkeit sichern, Museum also auf einen modernen Stand bringen, die Wirkung verbessern, das Themenspektrum, was wir bis jetzt haben, deutlich erweitern, verbessern und das, was nicht authentisch ist, raus aus der Ausstellung. Die Besucherzahl erhöhen, Einbindung in ein Marketingkonzept der Gesamtstadt, also auch in ein touristisches Konzept der Gesamtstadt und natürlich auch die Erhöhung der Mitgliederzahl des historischen Vereins und um es aktuell zu machen, glaube ich auch in der Ausstellung, was wir heute Morgen auch gehört haben, diese Gegenwartsbezüge da reinbauen. Das heißt aber konkret Beschränkung auf Kernkompetenzen. Wir müssen uns darauf beschränken, das zu machen, was machbar ist und einige Themen, die da jetzt drin sind, auch rauszunehmen. Dann haben wir den nächsten Schritt unternommen mit dem LWL zusammen. Die haben sich auch erst mal selbst einen Überblick verschafft. Ist auch richtig so. Wir haben dann die Räume gesichtet und die Themen festgelegt. Ich habe schon vor zweieinhalb Jahren im Stadtrat ein Themenkomplex vorgelegt. Da ist vieles in die Konzeption eingeflossen. Einiges haben wir wieder rausgenommen oder anders strukturiert. Also ein wichtiges Thema. Ich will dir jetzt hier gar nicht sagen, dass wir sagen, wir müssen, weil wir eine alte Schule sind. Das ist eine Idee, die kam von Frau Dr. Schove. Mit einem Klassenzimmer, mit einem alten Klassenzimmer anfangen. Das ist ein Publikumsmagnet, solche Schulmuseen. Wir haben das ganze Potenzial dafür. Ausgehend davon kann man dann sagen, was wollen wir eigentlich Heimatkunde unterrichten? Was gehört zur Heimatkunde? Ja, da gehört auch lokale Geschichte, Karl der Große und so weiter dazu. Und damit kommen wir dann auf die thematischen Gesichtspunkte der Marsberger Stadtentwicklung und so weiter. Ein ganz großer Bereich wird die Bergbaugeschichte mit all ihren Aspekten sein. Dann auch im weiteren Ausbau. Etwas, was wir bis jetzt gar nicht in der Ausstellung drin haben, aber wo wir Potenzial haben, die Darstellung der Marsberger Industrie, vor allen Dingen der Glasindustrie, eventuell auch der Papierindustrie und die Geschichte der Psychiatrie. Früher haben Sie immer alle gelacht, wenn man sagt, man kommt aus Marsberg. Wir sind eben auch neben Warstein ein großer Stammort der Psychiatrie, ist ein bedeutender Arbeitgeber. Und nicht zu vergessen, das haben wir jetzt vor kurzem reingenommen, Frau Dr. Gillaus, das Thema mit den Juden. Marsberg ist nach Berlin die Stadt gewesen, die den zweitgrößten Anteil jüdischer Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung hatte. Wir haben fünf jüdische Friedhöfe im Stadtgebiet. Wir haben eine alte Landsynagoge, die eigentlich auch zum Museum gehörte. Mein Vorgänger hat das ein bisschen vernachlässigt. Die haben sich fast verselbstständigt, aber das gehört eigentlich auch dazu in Pattberg. Wir können sich vorstellen, und ich will das auch nicht verhehlen, die Schwierigkeiten, die bei diesen Dingen natürlich automatisch kommen. Man muss alles das, was nicht authentisch ist, nicht mit dem Ort unmittelbar zu tun hat, rauspacken. Und da kommen auch die ersten Schwierigkeiten. Das ist so. Man kann nicht alle Mitarbeiter von der neuen Konzeption überzeugen. Da haben wir auch in unserem Fall zwei Leute dabei, die ganz eindeutig sagen, wir haben das seinerzeit aus einer Rumpelkammer in Niedermarsberg überhaupt in diese Schule geholt vor einigen Jahren. Wir haben hier alles aufgebaut und jetzt kommt ihr hin und reist da, weil ihr auch baulich was verändern müsst. Mein Lebenswerk kaputt. Ja, das sind dann Diskussionen, da kann man dann versuchen, die einzubinden und auch zusammen, das ist auch meine Aufgabe, klar zu machen, sachlich, dass man, dass das alles nicht der Nachhaltigkeit dienlich ist. Und wenn man das verändert, dass das auch hinterher damit dein Lebenswerk auch gesichert wird. Und sonst verschwinden wir irgendwann in der Versenkung. Das heißt also da wird was Schönes nachkommen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das so ist. Wir kommen damit auf einen weiteren wichtigen Gesichtspunkt, der die letzten Sitzungen auch sehr stark geprägt hat, nämlich Sie können sich denken, die baulichen Veränderungen, die damit verbunden sind. Wir haben eine geschlossene große Abteilung von ein paar hundert Quadratmetern noch oben drüber, was ehemalige Lehrerwohnungen war. Und da sind wir seit zweieinhalb Jahren dran. Das muss in den musealen Komplex mit einbezogen werden. Und da muss ich sagen, da kriege ich langsam wirklich lange Zähne. Frau Dr. Gielhaus könnte da auch einiges zu sagen. Es ist eine sehr intensive, aber auch eine sehr schwierige Kommunikation mit der Stadt, vor allen Dingen mit der Verwaltung. Die politische Ebene steht da eher hinter uns. Da werden Machbarkeitsstudien gemacht. Wir haben Zahlen auf dem Tisch liegen. Wir haben die Statik berechnet. Wir haben den Brandschutz diskutiert. Wir haben Kostenschätzungen, was so ein Umbau kostet auf dem Tisch. Und immer wieder Ja, aber und jetzt habe ich aktuell schon wieder auf dem Tisch liegen. Jetzt wollen sie es wieder ein Jahr schieben. Meine Grenze ist erreicht. Ich werde nächste Woche, ich sitze auch im Schulausschuss und Kulturausschuss, da werde ich ganz deutliche Worte finden. Ohne den Bürgermeister, der uns sehr wohl besonnen ist, da bloßzustellen, werde ich einige ganz klare Worte sagen. Also meine oder unsere, muss man sagen, Machbarkeit ist da auch begrenzt. Also jetzt müssen sie sich langsam wirklich überlegen. Insofern war das wirklich das, was ich mache. Ich mache das ja nicht, weil ich Langeweile habe oder weil ich das für meine Existenzsicherung brauche. Die müssen entweder kapieren jetzt, dass das für die Stadt ein ungeheurer Gewinn ist, wenn wir da so ein Ding hinbringen. Und wenn sie es nicht kapieren, ja, dann kann ich es auch nicht mehr ändern. Dann ist es halt so. Die Umgestaltung muss eindeutig, ich bin bei Ihnen, das war ein sehr guter Vortrag, habe ich Ihnen eben gesagt, mit Einbindung des Trägers erfolgen, dem das Gebäude gehört. Und wir müssen natürlich bei so einer Ausstellungskonzeption auch externe Gestalter mit einbeziehen. Selbstverständlich, das können wir nicht alles alleine machen. Ich kenne das. Ich habe als Lehrer im gymnasialen Bereich 40 Jahre, auch 25 Jahre vom Kultusministerium in der Gedenkstätte Wewelsburg politische Bildungsarbeit gemacht. Und ich weiß von daher, wie Museen gestaltet werden. Aber das geht nur, die haben das zweimal in der Zeit, wo ich da war, umgestaltet. Das geht wirklich nur mit externen Büros. Im Augenblick sind wir dabei, zu eruieren Fördergelder. Da haben wir verabredet. Wir kümmern uns um den Inhalt. Die inhaltliche Gestaltung, die Stadt muss sich da auch kundig machen als Fachleute, die bezahlt werden, wo eventuell Gelder herkommen für den äußeren Umbau. Hier werden auch vor allen Dingen die Themen im Augenblick verschleppt. Da kommt dann immer wieder aus der Verwaltung, Sie merken, ich bin da ein bisschen ärgerlich frustriert. Immer wieder, das können wir doch gar nicht leisten. Und wir haben im Augenblick so viel zu tun. Und dann muss ich ja einen Förderantrag schreiben. Also da wird mir langsam schlecht bei. Das sage ich ganz deutlich. Und das werde ich auch meinen Unmut äußern. Ein ganz wichtiges Thema, meiner Ansicht nach, was wir angesprochen haben in einer der letzten Sitzungen, ist das Thema der Vernetzung. Das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kein Museum kann heute mehr alleine vor sich hinwursteln, sondern das geht nur im Kontext. Da haben wir die wunderbare Einbindung in die Museumslandschaft Hochsauerlandkreis, wo ich schon in den Tagungen der letzten Jahre vieles mitgenommen habe. Da kriegt man Anregungen, gegenseitige Hilfe. Wir können voneinander profitieren. Man kann einfach nicht alles machen. Da läuft bereits einiges bei uns, zum Beispiel mit Brilon. Die sind jetzt gerade gegangen. Da tauschen wir uns zum Beispiel bezogen auf Sonderausstellungen auch aus. Wir haben mit dem Geopark Grenzwelten. Gerhard Rosenkranz, einer meiner Mitarbeiter. Und ich haben da ganz enge Drähte hin zu dem Geopark Grenzwelten, wo wir zugehören. Mit dem Kilian Stollen, Manfred Pauli auch heute dabei. Wir haben jetzt Kontakte diese Woche noch mit dem Museum in Korbach geknüpft. Ein Nachbarstadt von uns. Das ist ein ganz junger Museumsleiter, der ganz offen ist. Dem Alten war das schwieriger. Ich habe Kontakte zur Wewelsburg. Ich habe Kontakte zu Darlheim. Aber wir müssen eben auch Verkehrs- und ich bin gleich fertig und Tourismusvereine ansprechen. Vielleicht eine wichtige Anregung für Sie, mal darüber nachzudenken in unserer Museumslandschaft, dass Frau Dr. Gillos da angesprochen hat, man könnte ja auch mal mit den Nachbarmuseen alle paar Jahre mal ein gemeinsames Projekt entwickeln und meinetwegen eine Sonderausstellung machen und die weiterbringen. Dann Schaffung eines Zentraldepots halte ich für sehr wichtig. Wir haben zwar sehr viel Platz bei uns, unsere Dinge zu lagern, aber da sind auch viele Dinge bei, die durchaus in so ein Zentraldepot kommen könnten, wo alle Museen von profitieren können. Man kann dann für eine Sonderausstellung sich daraus bedienen. Man verliert ja auch nicht seine Eigentumsrechte an den Dingen. Aber halte ich auch für wichtig. Und es schafft Platz im eigenen Haus. Ja, ein wichtiger Punkt, wenn man sich auf den Weg macht, ist natürlich auch die Frage Zielgruppen. Wen will ich eigentlich mit der Ausstellung erreichen? Und das ist eine ganz klare Sache. Je nachdem, welche Zielgruppen ich habe, wirkt sich das auf die Konzeption der Ausstellung natürlich ganz klar. Ich habe also mit allen Schulen Marsbergs schon Kooperationsverträge in den letzten Jahren geschlossen. Das muss ausgeweitet werden, auch über Marsberg hinaus. Das erhoffe ich mir. Erwachsenengruppen sind bei uns auch sehr wichtig. Das heißt also, dieses zielgerichtete, zielgruppenorientierte Arbeiten ist ganz wichtig. Und das heißt natürlich auch, gerade für junge Leute muss man dann natürlich auch sich Konzepte überlegen, die junge Leute ansprechen. Das heißt, die Themen zum Beispiel so aufbereiten, wie es auch in den Schulen heute ist, dass junge Leute selbst erkundentätig werden können. Haptische Gesichtspunkte sollten berücksichtigt werden. Ausarbeitung von museumsdidaktischen Konzepten und wirklich nur die Reduzierung auf Schlüsseldokumente oder Schlüsselobjekte, an denen man eben sehr viel aufzeigen kann. Dann, wo wir dernächst sehr viel Arbeit mit haben werden, also das ist noch nicht so ganz einfach. Wir müssen natürlich Exponatslisten jetzt erstellen. Da will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen. Und wir werden bezüglich der Vereinsarbeit mit Frau Dr. Eilhaus jetzt auch da sehr viel in diese Richtung machen. Eine wichtige Anregung vielleicht für alle anderen Museen ist die, was wir gestern gemacht haben. Herr Frese von Düdinghausen war auch dabei. Das haben wir in Webelsburg übrigens auch so gemacht. Schauen Sie sich andere Ausstellungen an. Und sehr kritisch an. Und Sie kriegen von anderen Ausstellungen in anderen Museen sehr viele Anregungen, was man machen kann und was man nicht machen sollte. Gestern waren wir in einem sehr interessanten Ding im Hessischen, haben uns eine Psychiatrieausstellung angeguckt. Was die bauliche Gestaltung oder die Gestaltung der Ausstellung an sich anbetrifft, wunderbar gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Inhaltlich könnte man an der einen oder anderen Stelle da noch nachbessern. Also das tun Sie. Sie kriegen eben sehr viele Anregungen. Ja, was bleibt mir zum Schluss zu sagen. Vielen Dank. Auch für die jetzige Unterstützung. Auch in nicht immer ganz einfachen Gesprächen mit den Trägern. Das ist meiner Ansicht nach eine sehr gute Zusammenarbeit bis jetzt mit Frau Dr. Gillhaus vom LWL, mit Frau Dr. Eilers und auch mit Frau Dr. Schove gewesen. Also ich bedanke mich da auch noch mal ganz herzlich, dass ich bei Ihnen immer wieder auch ein offenes Ohr für meine Sorgen finde. Und wenn ich manchmal da anrufe und habe wieder ein Problem. Also die haben sich das immer brav angehört. Vielleicht bin ich auch manchmal auf den Nerv gegangen. Dann tut mir das leid. Aber mir war das auch sehr wichtig, das mit Ihnen zu kommunizieren. Und das ist wirklich wichtig, dass man die Unterstützung auch von solchen Organisationen hat. Das macht die Diskussion in der Stadt auch einfacher. Wenn man sagt, da steht das LWL hinter. Da steht die Museumslandschaft hinter. Da steht der Westfälische Heimatbund hinter. Da haben Sie dann doch ein bisschen mehr Respekt und sagen, das sind nicht nur so ein paar Spinner, so ein paar Opis, die jetzt ihre Rente da oben attraktiv gestalten wollen, sondern da steckt mehr hinter. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Doppelfeld. Man merkt wirklich, dass Sie mit Herzblut bei der Sache sind und sehr engagiert. Das haben wir schon gesehen. Vielen Dank für den Einblick in den Prozess. Dann würde ich vorschlagen, starten wir gleich weiter durch mit der zweiten Einrichtung mit der Pastorenscheune Düdinghausen, die für die Qualifizierung ausgewählt worden ist. Die Jury hat gesagt, das Museum besticht durch seine starke Verankerung im Ort und in der Bevölkerung. Das ist besonders herausragend. Die Pastorenscheine hat mit der Drechseldorfgeschichte ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal. Das ist vielseitig transportiert. Das Arbeitsspektrum ist ansonsten sehr breit gefächert. Neben Geschichtsvermittlung geht es auch um Angebote zum Naturschutz. Es gibt Rundwege zur Erd- und Landschaftsgeschichte beispielsweise. Und insgesamt ist die Pastorenscheune bereits jetzt ein attraktiver außerschulischer Lernort, der auch Kinder und Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte in den Blick nimmt. Nun bitte ich Herrn Horst Dreser auf die Bühne, der erste Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins-Düdinghausen e.V. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank für die netten Einführungsworte. Ja, ich komme aus einem kleinen Dorf, 450 Einwohner, bin da auch geboren, oben im ersten Stock der Gastwirtschaft und war dann natürlich draußen, weil ich in der Umweltbildung aktiv und im Projektmanagement, auch in Ostdeutschland. Und ja, schon vor der Pensionierung habe ich mich dann auch dem Heimatverein Düninghausen zugewandt. Und wir haben dann 1998, haben wir von der Kirchengemeinde Pastorenscheune gemietet, bis 2033 erst mal, und wollten daraus ein Heimathaus machen. Und der Kern oder die Idee war, wollten unsere Drechseldorf-Geschichte dort erst mal darstellen, durch eine Drechselstube, Dreggesturbe auf Plattdeutsch. Und die hat die Besonderheit, dass sie nicht nur Sammlungsergebnisse darstellt, sondern dass da jeden Donnerstag seit dem Jahr 2000 bis heute, jeden Donnerstag in der Saison, eine Drechselvorführung ist, von 15 bis 17 Uhr. Also ohne irgendeinen Ausfall. Und diese Drechselvorführungen, die sind also, egal jung oder alt, ist völlig egal, evangelisch, katholisch, für alle sind die äußerst spannend. Und das zu dem Kern, den wir haben, das wird alles getragen durch einen Verein. Der Verein hat 70 Mitglieder, von ca. 50, aktiver, wenn man so will, der Kern. Und Pastorenscheune selbst ist 8 mal 14 Meter groß im Grundriss, also nicht allzu groß. Und damals, 1998, haben wir das Dorf mitgenommen, indem wir eine Dörfversammlung gemacht haben und gesagt haben, wollt ihr, dass wir hier eine Drechselstube einrichten? Ja, und da waren sie alle für. Und seitdem ist das an sich vom Dorf auch getragen. Und ja, das dazu. Dann haben wir das Haus recht schnell barrierefrei gemacht. 2018 war das. Durch einen Aufzug. Der kostete immerhin fast 50.000 Euro. Und 500 Euro jährliches an TÜV-Kosten. Also es ist eine gewaltige Menge für so einen kleinen Verein. Und wir haben dann auch die erste Etage ausgebaut im Balken, mit Hilfe von Fördergeldern natürlich, wo wir einen Kulturspeicher haben. Und in der ersten Etage, da gibt es dann auch hier die anderen Ausstellungsthemen, die wir haben. Also unten die Drechselstube und vor allem oben dann die anderen Ausstellungsthemen. Und da haben wir insofern aus unserer Sicht Glück gehabt. Wir haben 2013 so eine große Kampagne gemacht, zur Erinnerung an die ehemalige acht Dörfer der Fahrgastschaft Lüdinghausen. Hochspannende Angelegenheit. Und da hat jedes der acht Dörfer mitgemacht. Wir haben in jedem der acht Dörfer eine Großveranstaltung gehabt. Und wir haben gemeinsam eine Wanderausstellung gemacht. Und diese Wanderausstellung, die haben wir dann erstmal bei uns oben in die erste Etage gestellt, war natürlich ganz stolz. Das andere kommt dann gleich noch. Und ja gut, das ist auch noch ganz wichtig, die Unterhaltung des Hauses kostet uns 3000 Euro, jährlich ungefähr. Und die tragen wir auch selbst. Wir haben bisher seit 2000 immer schwarze Zahlen geschrieben. Und das ist also ganz wichtig für uns, dass wir unabhängig sind. Wir warten nicht darauf, dass irgendwo mehr Geld kommt. Allerdings, was wir gut gelernt haben, an Fördergelder zu kommen, mit Eigenanteil und so weiter. Und wir verdienen genug Geld durch Waffelverkauf oder ähnliche Sachen, Führungen, um den Eigenanteil zu erwirtschaften. Und dann, darauf bauen wir dann einen Förderantrag auf. Und das ist sehr gut gelungen in den letzten 20 Jahren. So. Und jetzt komme ich zur, und wir sind einmal in der Woche geöffnet, das sagte ich schon. Jetzt komme ich zu unserem Beratungsprozess. Und zwar sind gerade mittendrin. Insofern kann ich noch nichts endgültiges sagen. Aber eins kann ich schon sagen, die hat zwei Teile. Einmal die Qualitätsberatung durch Frau Dr. Eilers und den Westfälischen Heimatbund. Die ersten Videokonferenzen, die wir gehört haben, haben uns wirklich hervorragende Ergebnisse gebracht. Was also Satzungsrecht und was auch hier Steuern angeht. Und das zweite war Versicherungsrecht. Also das konnte man praktisch eins zu eins übernehmen und hat uns die Arbeit schwer erleichtert. Der zweite Bereich, das ist hier die museale Neuausrichtung. Das ist von vornherein als Prozess angelegt. Der war auch nötig, weil wir erstmal in Bewegung kommen mussten. Das heißt, wir haben ja auch jahrzehntelang sind wir ganz gut gelaufen an sich mit unseren Gruppenführungen auch. Aber wir mussten erstmal in Bewegung kommen und das war gar nicht so einfach. Und immerhin haben wir in unserem kleinen Verein vier, fünf Leute, die sich fürs Museum interessieren, die da mitwirken wollen. Das ist schon eine Menge für so ein kleines Dorf. Und wir sind dann auch in Bewegung gekommen. Und eins ist auch ganz wichtig, das sagten Sie auch, man muss das auf der Ebene der Augenhöhe machen. Wenn man alles nur auf sich niederpassen lässt, was an tollen Ideen kommt, dann sagt man zwar ja, der Berater ist zufrieden, aber nachher passiert nichts. Also insofern ist es ganz wichtig, dass wir in einem manchmal auch harten Ringen haben wir also praktisch versucht, hier die Linie zu finden. Und ich bin ganz sehr zufrieden sogar, dass wir da ganz weit gekommen sind inzwischen schon beim Finden dieser Linie. Das war also aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht der Haupteindruck, den wir hatten, dass wir uns wirklich anstrengen mussten und auch noch weiter anstrengen müssen, jetzt auch in der nächsten Zeit. Aber das wäre sehr viel Lernen dabei. Gut, das dazu nur generell. Dann dieser Prozess, der begann dann mit einer Ortsbesichtigung mit mehreren Videokonferenzen, was ja auch neu war für einige von uns. Und wir lernen da also auch, damit umzugehen. Ja, das ein Thema war die Themenauswahl. Ja, Reduzierung, das war schon mal ganz wichtig, weil wir auch wesentlich zu viel haben. Das hat ja Herr Dubelfeld eben auch schon gesagt. Reduzierung war ganz wichtig, das Thema. Ja, aber das Zweite ist auch, andersrum gesagt, wir dürfen nicht im Mittelalter hängenbleiben, bei dem, was wir anbieten, sondern wir müssen die Brücke zur Gegenwart finden, damit das spannend wird. Also die Brücke zu dem des 20. Jahrhunderts jetzt erstmal. Und da man Glück hat, weil uns also auch hier Frau Dr. Gillaus war es, sagt, wir müssen unbedingt die Hausgeschichte stärker da präsentieren. Und zur Hausgeschichte gehört gerade, dass eine vertriebene Familie 1946 dort ihre Notunterkunft hatte, über ein Jahr. Und die haben Tagebuche geschrieben und haben uns das Tagebuch geschenkt. Also da steckt unheimlich viel drin in diesem Tagebuch. Und da könnte man praktisch dieses gesamte Thema der Vertreibung nach dem Kriege gut darstellen. Aber dann aber auch die Brücke zur Kriegszeit, zur nationalsozialistischen Zeit und die Brücke zur Nachkriegszeit, also praktisch bis 1950, bis die Bundesrepublik kam. Das ist also ein geschichtliches, aber auch ein hochaktuelles Thema. Also da sind wir sehr mit Einverstand, dass da jetzt so ein Schwerpunkt gelegt wird. Ja, und der rote Faden, der muss im Übrigen natürlich sein. Und das Erste, was uns natürlich die drei Beraterinnen mutig sagten, die Wechselaufstellung muss weg. Weil das ist eben nur eine Wanderausstellung. Und wir haben das dann auch begriffen. Und das ist klar, die muss weg. Und dafür wird das ganz anderes und viel schöneres, aber auch viel konzentrierteres dann da hinkommen. Und es wird da mehrere Themenräume geben. Und jeder Themenraum, der wird erstmal durch so ein Leitexponat seine Ausstrahlung kriegen. Wir suchen teilweise noch nach solchen Leitexponaten, die es auch im Dorfgebiet noch irgendwo gibt. Aber einige haben wir auch schon. Und darum gibt es sicherlich weitere interessante Sachen wie Fotos oder dies umgeben. Ich habe gerade ein Foto eingeschickt. Ein tolles Foto ist das aus dem Jahre 35. Das NS-Erntedankfest, wo auf einem Erntewagen mit dem größten Holzklang der Welt, der auch über unsere Pastoren-Scheune hängt heute, da zog dann die NS-Frauenschaft des Dörfes ein mit fünf, sechs Hakenkreuzfähnchen. Und so, also genauso wie wir heute auch feiern praktisch. Nur, dass die Fähnchen dazwischen waren. Also das zeigt auch so ein bisschen dieses Selbstwertgefühl, was die Leute damals 35 auch hatten. Die haben damals auch gefeiert. Und nicht nur, ja, mehr will ich ja nicht erzählen drüber. Gut, das dazu. Und ja, also einmal müssen die, wir haben gesagt, diese Wanderausstellung, die muss weg, die muss ersetzt werden, vor allem auch im Wege der Textreduzierung, durch konzentrierte Angebote, die wir gestern auch sehr gut gesehen haben in dem Museum. Leitexponat und dann eben Vertiefungen. Vertiefungen zum Beispiel durch Hörstationen, haben wir gestern auch gesehen. Oder auch eventuell durch Medientische oder eben durch gewisse Monitore. Das Thema ist aber im Augenblick noch im Prozess, da sind wir noch nicht zu Ende mit. Was die Pädagogik angeht, ja, wir machen sehr viele Führungen, ja. Also wir machen Storytelling. Auf plattdeutsch Geschichte können vertellen, oder? Und wir haben auch einen plattdeutschen Arbeitskreis, wir reden plattdeutsch da auch, ja. Das ist auch ein Teil der Kultur, der Geschichtskultur. Seit tausend Jahren schon, seit tausend Jahren. Und ja, und damit kommen wir sehr gut mit Gruppen ins Gespräch. Wir bringen die immer ins Gespräch rein. Die antworten auch, wenn wir über was diskutieren, dann was meinen sie denn dazu, oder was meint ihr dazu, oder so. Dann haben wir die sofort mit im Gespräch, und dann kommt es automatisch auf Gegenweisbezüge auch. Da kommt man gar nicht drum rum. Also das ist ein sehr gutes, erfolgreiches Konzept, was wir haben. Und die Gruppen, das sind einmal Touristen, auch viele Holländer, so Busgruppen. Da haben wir auch uns schon so ein holländisches Vermittlungskonzept erarbeitet, mit holländischen Tafeln, die wir hochhalten, und so weiter. Und viele Wandergruppen, Heimatvereine, Geschichtsvereine und so weiter. Im Augenblick ist das Dorf so ein bisschen, das muss noch stärker integriert werden wieder. Das hat 98, war da stark, aber jetzt inzwischen haben wir die Gruppen vor allem. Und jetzt müssen wir wieder stärker aufs Dorf zugehen. So, das dazu. Ja, das Ergebnis wird jetzt sein, das Zwischenergebnis wird jetzt sein. Ein baldiges Grobkonzept wird entwickelt, seitens der drei Beratungsorganisationen und Beraterinnen vor allem auch. Aber Herr Oliver Schmidt war auch mit dabei vom Sorglandmuseum. Und Frau Lieneke ist die Projektleiterin. Und ja, das Grobprozept soll 15, 20, 25 Seiten lang sein. Darauf aufgebaut wird dann ein Förderantrag, Projektmaßnahmen, da müssen die ganzen Maßnahmen aufgeschrieben werden und die Kosten aufgeschrieben werden. Das ist schon nicht so einfach. Und da will uns aber auch der LWL helfen, des Museums helfen, dass wir den Projektförderantrag hinkriegen. Und da muss man natürlich noch ein Förderprogramm suchen, was genau dazu passt. Wir haben schon eine Idee, die gut wäre, dass wir das Heimatzeugnis des Heimatministeriums, aber da gibt es noch so gewisse kleine Schwierigkeiten, aber ich denke, die könnten auch vielleicht überwunden werden. Das dazu. Ja, die Zwischenbewertung, die BeraterInnen haben uns in Bewegung gebracht. Und wir sind weiter in Bewegung. Das ist, würde ich sagen, das Hauptergebnis. Dann zweitens, was ganz wichtig war, diese partizipative Kooperation, also dass wir uns auch mit einbringen können, selbst wenn wir mal anderer Meinung sind und so. Dass wir die auch vortragen und dann wird gerungen um das richtige Ziel. Und das Dritte ist, wir lernen viel, sind also sehr zufrieden damit und danken auch hier Frau Dr. Eilers, Frau Dr. Gelaus, Frau Dr. Schove, Frau Liedeke und Herrn Schmidt für ihre engagierte Beratung. Und was den Ausblick angeht, wir sind bereit, unser Wissen, was wir mit Sicherheit verstärkt haben werden, nach diesem einen Jahr der Fortbildung, so kann man sagen, wir sind gerne bereit, dieses Wissen auch anderen Museen dann zur Verfügung zu stellen. Und wir haben eben die Besonderheit, dass wir wirklich ein kleines Museum sind. Wir können nicht darauf warten, dass die Stadt uns irgendwie was gibt oder so, sondern wir müssen selbst hier unabhängig bleiben. Wir müssen selbst zudehnen, dass wir auch unser Geld verdienen dafür. Und das wird natürlich alles durchs Ehrenamt sein und war auch schon seit 20 Jahren durchs Ehrenamt. Also das sind wir gewohnt an sich. Wir haben auch zum Beispiel vor einer Woche haben wir ein Dorfsommerfest durchgeführt. Das ganze Dorf war dann da, mit Musik auch, wunderschön da, also alle strahlten endlich mal wieder aus der Pandemie heraus. Und ja, dann haben wir auch 1.000 Euro verdient, sodass wir da auch schon wieder unsere Bilanz da ganz gut stabilisieren können. Also so ist das. Man muss auch Dinge außerhalb des Museums machen, damit das Museum stabilisiert wird. Gleichzeitig wird die Bevölkerung dadurch einbezogen. So, das war das. Ein wenig, wir hatten ja gesagt, 10 Minuten. Ich habe nichts mehr zu sagen. Sie haben nichts mehr zu sagen. Selbst wenn ich wollte, ich habe nichts mehr zu sagen. Okay, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, Sie könnten noch ganz viel erzählen. Sie sind ja auch wirklich sehr engagiert vor Ort und da könnten wir Ihnen auch noch Stunden zuhören. Aber leider muss ich denn jetzt hier einen Cut setzen. Ganz herzlichen Dank. Und ich würde vorschlagen, dass wir dann in die Schlussrunde sozusagen die Abschlussdiskussion starten, weil wir natürlich auch gerne noch mal mit Ihnen allen ins Gespräch kommen möchten. Sie haben ja sicherlich Fragen, Anregungen, Anmerkungen. Und ja, an dieser Stelle möchten wir dann in die Diskussion starten. Möchtest du noch was sagen, Ulrike, zum Prozess, vielleicht noch mal zur Einwertung? Ich glaube, das wäre vielleicht noch mal ganz gut. Ja, das ist jetzt natürlich ein schwieriger Punkt. Wir haben heute unglaublich viel Input bekommen, auch noch mal in den verschiedenen Panels. Wir wissen noch gar nicht voneinander, was wir in den Panels jeweils so an Erlebnissen und Eindrücken und neuen Informationen bekommen haben. Und das jetzt alles sozusagen zu strukturieren und Ihnen den Ball zuzuspielen, fragen Sie. Das ist sehr schwer. Wir hatten ja einmal eine sehr gute Orientierung von Frau Schove bekommen, wie die Situation im Hochsauerlandkreis ist, wo wir stehen, was sozusagen die Probleme sind, wo der Schuh drückt. Und wir haben auch einen Einblick bekommen, welche zukunftsgerichteten Vorstellungen der Hochsauerlandkreis hat und wie das möglicherweise auch mit den Interessen der Heimatverbände und Heimatbünde und der kleinen Museen zusammenpasst. Wir haben von Herrn Sonnenburg einen Einblick bekommen in Strukturen der Museen, wie Träger sich verhalten, wie man auch mit den Trägern ins Gespräch kommt, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Und ich glaube, dazu haben gerade auch einige von uns hier sehr persönliche Erfahrungen gemacht, die nicht alle nur positiv sind. Und wir haben dann von Frau Bollmann einen Vortrag bekommen, der sehr weit über das hinausgeht, was Museen gegenwärtig so direkt umtreibt. Sie hat eine Perspektive in die Zukunft gerichtet. Und sie hat einen Impuls gegeben, erstens die eigenen Qualitäten besser wahrzunehmen. Das sind sozusagen die Qualitäten, die ein kleines Museum schon hat und noch ausbauen kann und stärken kann. Aber darüber hinaus auch in die Zukunft gerichtet, das Heimatmuseum 3.0 bei Prozessen wie der Beheimatung, Kulturvermittler, eine stärkere gesellschaftliche Rolle, eine kommunikative Rolle wahrzunehmen. Ich glaube, das haben wir an den Anfang gestellt, weil wir gedacht haben, das muss das Selbstbewusstsein von Ihnen allen doch auch stärken zu hören. Sie sind nicht verzichtbar für Ihre Orte, für Ihre Städte, für Ihre Gemeinden. So, das ist der gemeinsame Bezugsrahmen und dann das, was die beiden Museen in Maasberg und Düdinghausen uns jetzt vorgestellt haben. Dazwischen liegen dann noch die Panels. Das können wir jetzt nicht mehr alles zusammentragen. In den Panels, in meinem Panel 2 hat es aber eine Diskussion gegeben, und ich weiß es auch vom Panel 3, ich nehme an, bei Panel 1 war es auch so, dass da diskutiert worden ist über das jeweilige. Deswegen schlage ich vor, dass wir uns jetzt erstmal hier auf die Gesamtdiskussion beschränken, was im Plenum an Impulsen gekommen ist. Also wer sozusagen direkte Bezüge zu Einzelnen dieser Referate und Präsentationen herstellen möchte, Fragen hat, der ist jetzt aufgefordert, das zu sagen, oder möglicherweise auch zur Museumslandschaft Hochsauerlandkreis. Da würden wir uns jetzt wirklich freuen, wenn die Referentinnen und Referenten nochmal ein Feedback auch von Ihnen bekommen könnten. Wir haben unsere Kolleginnen, die Ihnen ein Mikro bringen können. Sie müssen nicht ohne Mikro sprechen, sondern wir würden Ihnen das an den Platz bringen. Ja, bitte Herr Doppelfeld. Ich kann eigentlich zu vielen Vorträgen sagen, ich finde, das ist eine sehr gelungene Veranstaltung gewesen, wahnsinniger Input, ob das Frau Bollmann war, andere genauso. Also, mir hat vor allen Dingen auch der Vortrag von Herrn, ja genau, sehr stark auch nochmal die Denkweise sehr imponiert und auch für mich persönlich ganz wichtig, nicht mehr als, ja ihr müsst jetzt, weil wir das wollen, sondern ihr müsst, wenn ihr das, ihr müsst das wollen. Und wir sind da und setzen das um. Also das ist, ich bin nicht der Hampelmann der Stadt, um es deutlich zu sagen. Die müssen kapieren, dass wir da eine sehr intensive Arbeit leisten, die wirklich intensiv ist. Meine Frau hat schon gesagt, bis seit ich diese Woche mal zu Hause war, ich war jeden Tag unterwegs. Und das ist genau der Punkt. Alles gratissime und die sitzen da und machen ihre Hausaufgaben nicht. Und da fand ich diese Anregung, Ihnen den mal klarzumachen, und ihr müsst sagen, was ihr wollt, fand ich für mich persönlich sehr, sehr wichtig und gut. Wir haben da auch intern schon drüber gesprochen, aber das war für mich sehr wichtig. Da hinten ist eine Wortmeldung. Ja, die Städte- und Gemeindebund, der hatte kürzlich eine Ausschreibung über lebendige Stadt, Heimatmuseum. Die suchten in der Bundesrepublik das beste Heimatmuseum. Wir haben uns dann auch daran beteiligt und haben dann gewartet. Die Stadt hat auch noch ein Schreiben, Empfehlungsschreiben losgelassen an diese Kommission. Und wir kriegten dann jetzt vor kurzem eine Urkunde überreicht. Und wenn ich denn dann nachguckte, welche Städte waren denn da oder welche Heimatmuseen wurden denn überhaupt aufgeführt? Da war Kempten im Allgäu, Frankfurt Museum und den Norden und noch eins. Ja, aber nur große städtische Museen. Aber das, was wir hier heute suchen und was wir heute hier behandeln und wo wir Hilfe brauchen, das kam gar nicht da zur Sprache. Ja, also wir müssen einfach auch, wie das gesagt wurde, von den Kommunen auch einfach mehr verlangen und auch sagen, wir sind hier und wir müssen was tun. Ich habe für uns in Nieheim das Sackmuseum. Ja, das ist zwischenzeitlich das Aushängeschild für die Stadt Nieheim. Aber keiner von den städtischen oder auch von der Politik her unterstützt das. Wir tragen uns alles selber und man steht im Grunde hilflos da. Und insoweit ist diese Tagung heute gut. Ich nehme vieles mit. Leider konnte meine neue Mitarbeiterin oder meine Nachfolgerin heute beruflich nicht hier sein. Aber wir werden ja aufgrund dieser Tagung heute noch einiges in Bewegung setzen. Danke für diese Veranstaltung. Ja, bekannt durch Presse, Funk und Fernsehen, das Sackmuseum in Nieheim. Aber es ist schade, dass Sie da so wenig Unterstützung bekommen. Das ist ja Ziel dieser Veranstaltung, dieser Qualifizierung, dass wir gesagt haben, wir greifen eine Region heraus mit besonders vielen kleinen Museen. Das ist eben der Hochsauerlandkreis. Und aus dieser Vielzahl der Museen versuchen wir zwei mit besonders guten Voraussetzungen auch zu identifizieren. Denn es gibt natürlich auch welche, die ausgesprochen schlechte strukturelle Voraussetzungen haben. Und da arbeitet man sich dann nur ab, ohne auch einen Erfolg herbeizuführen. Sondern wir wollen ja zeigen, welche Potenziale sind da. Ich sage mal, wir sind noch mitten im Prozess. Aber ich bin auch von meiner Seite sehr positiv und sehr zufrieden. Ich treffe auf aufgeschlossene Menschen, die Ideen haben, die sich öffnen für Ideen. Und mit ihrer Hilfe werden wir versuchen, eine Qualifizierung dieser Häuser so herbeizuführen, dass man sieht, wenn sich sozusagen externer Sachverstand, externe Finanzmittel, aber auch die Ehrenamtlichen als die treibende Kraft und die Träger dieser Bewegung zusammentun, dann kann daraus richtig etwas Gutes werden. Es bedarf natürlich da auch der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Das ist nichts, was so statisch dann für die nächsten 20 Jahre stehen bleiben kann. Aber so wollen wir ein kleines Beispiel geben. Und wir hoffen, dass das gelingt und dass wir das dann auch kommunikativ in die Öffentlichkeit bringen, damit auch andere sehen, es lohnt sich, an so etwas zu arbeiten. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig die viele Kommunen, also nicht alle, aber viele Kommunen erkennen dieses Potenzial selber gar nicht, was sie haben. Und das ist etwas schwierig. Da muss man leider auch sagen, dass wir in einer Zeit leben, die historischen Themen nicht besonders große Wertschätzung entgegenbringt. Das ist so, das müssen wir leider sehen. Da hat es sozusagen Phasen in unserer Vergangenheit gegeben, die geschichtsbeflissener waren. Geschichte spielt auch in der Schule heute nicht mehr so eine große Rolle. Mag sein, dass es damit auch korrespondiert. Gibt es weitere Fragen, Themen, Meinungen, Anregungen, auch eigene Probleme, die nicht zur Sprache kamen? Oder gibt es von den Referentinnen und Referenten noch etwas, was Sie nachtragen möchten? Da hinten ist eine. Einfach reinsprechen. Hallo. Ich hätte noch eine Frage, und zwar es wurde ja heute auch auf die Bedeutung der Barrierefreiheit hingewiesen. Von Ihnen, glaube ich, war das der Fall. Das fanden wir genauso wichtig und so gut. Wir haben uns dann auch einen Aufzug angeschafft. Wir haben übrigens für diese ganze Aktion, haben wir auch 10.000 Euro eigenes Geld eingesetzt, als wir das Museum da weiterentwickelten. Trotz der Förderung. Und ja, aber das ging dann gut. Und auch, die sind unwahrscheinlich glücklich, wenn die Leute, die sonst gar nicht hier raufkommen können, wenn die plötzlich auch mit in den Kultursprecher reinkommen, wenn sie zusammen mit uns Kaffee trinken können. Oder sich die Dinge erzählen lassen können. Und alles schön und gut. Aber dann kam natürlich so ein gewisses Aufwachen mit dem TÜV. Der TÜV, der verlangt im Durchschnitt 500 Euro an Kontrollkosten pro Jahr. Und das ist gewaltig. Einmal gibt es eine große Prüfung alle zwei Jahre, die ist sehr teuer. Und dann gibt es so eine halbgroße Prüfung, die ist ein bisschen billiger. Und der TÜV verlangt dann auch noch, dass das Unternehmen, das Aufzugunternehmen mit dabei ist. Das kommt dann von Frankfurt angefahren. Also eine extrem teure Angelegenheit. Und wenn das andere Heimatvereine wissen, dann wird kein einziger mehr so ein Aufzug sich anlegen. Also ich denke, wenn wir die Barrierefreiheit in den Museen hier in unserem Land, wenn wir die stärken wollen, bei den Museen, dann müssen wir gerade da ein bisschen helfen. Dass also nicht unzumutbar hohe Kontrollkosten auf den einzelnen Heimatvereinen und Museen lasten. Vielleicht ist das eine Idee, dass wir irgendwas mal vortragen, irgendwo, ich weiß nicht wo, welches Ministerium dafür zuständig ist oder mehr Politik. Aber das geht doch um Barrierefreiheit, da sind sie alle für. Aber wenn es darauf ankommt, dann müssen wir kleine Vereine 500 Euro monatlich jährlich bezahlen. Das kann ich sagen. Herr Schmidt hatte sich noch gemeldet. Gibst du mal das Mikro. Ja, ich habe im Grunde genommen eine Nachfrage vielleicht an Frau Bollmann, beziehungsweise insgesamt auch, also daran richtet sich das auf jeden Fall. Und zwar hatten Sie ja auch darauf hingewiesen, dass in den Heimatvereinen im Grunde genommen eine neue Kompetenz entstehen muss für bestimmte Bereiche. Als Kulturübersetzer auch in der Vorbereitung von, oder in umfassenden Konzepten eigentlich, die Entstehung dritter Orte, in Heimatstuben, Heimatverein, Heimatmuseen. Jetzt haben wir gleichzeitig gehört von Herrn Sonnenburg, im Grunde genommen liegt es aber gar nicht an den Leuten, die in Vereinen sind. Im Grunde genommen sind die Leute schon da, weil die vielfältige Interessen haben, haben Sie auch gesagt. Und das müsste man ja aber trotzdem irgendwie befreien. Wie kann das gelingen, dass wir, also ist das nicht trotzdem so, dass wir eigentlich Strukturen öffnen müssen in den Vereinen, um auch Input von außen hineinzutragen, gezielt, um dann auch die Kompetenz zu entwickeln? Eigentlich liegt es an den Leuten, die vielleicht fehlen. Wir haben hier Beispiele, das sind Leute, die sind aktiv, die schaffen das auch. Möglicherweise müssen wir aber auch Vereinssysteme neu denken, um auch inklusiver oder diverser zu werden, wenn man so will, auf jeden Fall andere Leute da reinzukriegen, noch zusätzlich, um die stillen oder auch sehr lauten, aber ungehörten Hilfewufe aus den Vereinen dann quasi umzusetzen. Kommen Sie ruhig auf die Bühne, Frau Bollmann. Achso, einfach reden, genau. Ja, also es braucht sicher neue Leute, beziehungsweise mein Ansatz war ja auch zu sagen hinterher in dem Gespräch, für manche sind vielleicht die Leute tatsächlich auch schon da, aber das sind bisher noch die Vereinsmitglieder, die sich vielleicht eben nicht so ganz aktiv mit beteiligt haben. Mein Ansatzpunkt wäre immer eher, setzen Sie erst mal die Themen, die Themen, die Sie als Heimatverein oder als Museumsverein machen wollen und vielleicht aber auch mal zu überlegen, was wollen wir vielleicht nicht nur so als, ich will mal sagen, inner circle, vielleicht ja nur kleiner Vorstand oder mit ein paar Aktiven, die ja schon da sind, denn daneben gehe ich mal von aus, da machen Sie schon das, was Sie machen wollen, sondern was können wir vielleicht noch machen? Was sind vielleicht auch Themen, die zu uns passen, zu unserem Haus passen, zu unserem Museum passen, zu unserem Verein passen, die aber über das hinausgehen, was wir bisher gemacht haben. Vielleicht auch Themen, die vor Ort in der Region eine Rolle spielen. Also ein ganz wichtiges Thema, was ich im Moment und sicher nicht nur ich so sehe, was zum Thema Heimat dazu gehört, ist der ganze Bereich Landschaft und von Landschaft kommen wir ganz schnell zu Klima und alle Faktoren, die da jetzt mit zusammenhängen, die eben auch die Landschaft mit bedrohen. Das ist etwas, was Sie sich einerseits historisch mal angucken können, was ist eigentlich in den vergangenen Jahrhunderten in diesen Bereichen passiert und was haben wir auch gemacht? Was ist eigentlich heute da? Und da sind Sie ganz schnell bei einem Thema, wo ich Ihnen, also da würde ich ja schon fast 100% drauf wetten, dass wenn Sie sich solcher Themen annehmen, dass Sie dann auch zum einen in Ihrem Verein plötzlich ein paar, die bisher geschwiegen haben, finden, die dann sagen, oh Mensch, finde ich eigentlich total toll, müssen wir dringend mal machen. Und zum anderen kriegen Sie auch neue Leute. Und gerade mit solchen Themen möglicherweise auch die, die hier immer so händeringend gesucht werden, nämlich die jüngeren Menschen, für die das existenziell ist. sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und dafür den Raum zu bieten zum Beispiel, wäre für mich so ein Aspekt. Also tatsächlich über die Themen zu gehen, über das, was Sie interessiert, was Sie hinterfüttern können mit historischen Fakten und was dann aber auch quasi für die Gesellschaft heute relevant ist in Ihren Orten. und dann, glaube ich, finden Sie auch die Leute, die das dann tatsächlich auch interessiert. Beantwortet das Ihre Frage? Noch nicht ganz? Vielleicht darf ich es noch weiterführen, den Gedanken. Ich denke, es muss auch eine stärkere Bringstruktur an die Gesellschaft herangetragen werden. Also bisher ist es ja so, dass Museen ihre Tore aufschließen und sagen, die Leute sollen zu uns kommen. Aber wenn wir auch rausgehen, also als Verein, ich erinnere mich jetzt gerade an eine Beratung, die wir mal in Ostwestfalen hatten, wo wir gesagt haben, gehen Sie doch raus, machen Sie doch Stadtführung, warten Sie doch nicht, dass die Leute zu Ihnen in dieses kalte Ding drei Treppen hochkommen. Das war unvorstellbar für die und fortgesetzt ihren Gedanken, so ein Verein, der sich so ein Thema nimmt, der kann auch in Schulen gehen, der kann auch naturkundliche Spaziergänge für Familien anbieten, der kann sagen, wie hat sich durch die und die Industrie oder durch das und das landwirtschaftliche oder wasserwirtschaftliche Vorhaben hier unsere Landschaft verändert und wie sah die früher aus. Vor kurzem habe ich jetzt im WDR wieder eine Sendung gehört, wie wenig Kinder heute überhaupt an die Natur herangeführt sind. Ich kann diesen Gedanken gerade mit dem Rausgehen, mit dem Outreach, wenn man so will, sehr gut verbinden und glaube, dass man damit auch ein bisschen Werbung für sein Museum macht, dass man zeigt, was wir überhaupt zu leisten in der Lage sind. Ich muss gerade so Richtung Maßberg an Herrn Rosenkranz gucken. Das zeigt ja, da ist ein großes Potenzial, ein großes Wissen und damit spricht man neue Leute, an die dann sagen, ja Mensch, nicht nur ich habe was davon, ich möchte da mit tun. Da kann ich eigentlich nahtlos anknüpfen, da ist natürlich schon ganz wichtiges Problem angesprochen worden, ist der Verein eigentlich noch die zeitgemäße Form, um sich bürgerschaftlich zu engagieren. Das ist ehrlich gesagt natürlich so, dass sich Lebens- und Arbeitsgewohnheiten, Biografien haben sich verändert, lebenslange Vereinstreue, wie das früher mal üblich war, Engagement auch in mehreren Vereinen über Jahre, das ist etwas, ja, was es zukünftig wahrscheinlich eher seltener geben wird. Das ist eben so, der gesellschaftliche Wandel ist da, wir sind alle mobiler und flexibler geworden und insofern ist da der Verein, der ja auch relativ statisch ist, da eine Form, die dann auch den Gegebenheiten angepasst werden muss. Das heißt, man muss auch schauen, dass man eher die Gelegenheit gibt zu befristeten Engagements, also dass man da auch wirklich dann in Projekten denkt. Es ist angesprochen worden, dass man Themen platziert, also Menschen über Themen für den Verein zu interessieren und nicht so sehr jetzt erstmal zu fragen, wie komme ich an neue Mitglieder, sondern einfach auch Interesse zu wecken über bestimmte niedrigschwellige Angebote. Es geht ja erstmal darum, überhaupt mit den Angeboten des Vereins in Kontakt zu treten und das gelingt natürlich gut über alle jene Themen, die dann auch mit dem eigenen Leben zu tun haben. Das ist ja das, was wir auch immer in der Museumsberatung empfehlen. Stellen Sie Bezüge her zu dem persönlichen Leben der Besucherinnen und Besucher, damit man da sich auch identifizieren kann und das ist ja bei Vereinsangeboten ähnlich. Das muss etwas sein, was eben auch Interesse findet und da bieten sich natürlich auch aktuelle gesellschaftsrelevante Themen wie eben der Klimawandel beispielsweise an. Es sind ja auch viele Vereine im Bereich Naturschutz unterwegs, aber es geht auch, da kann ich natürlich aus unserer Mitgliedschaft sprechen vielfach auch um Ortsentwicklung, wie kann ich Dörfer zukunftsfähig aufstellen, wie kann ich mich für Baukultur einsetzen und ich denke da, das sind ja auch spannende Themen, da kann man dann durchaus auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, die sich auch für solche Themen interessieren und über entsprechende Angebote kann man auch erstmal dann Interesse vielleicht auch für den Verein becken und möglicherweise entsteht dann auch etwas Längerfristiges daraus. Ja, Herr Rosenkranz. Wer hat das Mikro? Ich wollte auch noch was sagen, aber dann haben wir Sie danach auf der Liste. Okay, ja, ich bin Gerd Rosenkranz, ich bin mit Heiner Doppelfeld und Wattweil Pauli im Vorstand und auch der Lerf Steiner von Marsberg. Ich will einmal ganz kurz eingehen auf den Hinweis von Frau Gielhaus. Wir haben als Museum einen ganzen Teil geologischen Schwerpunkt, wir haben als Alleinstellungsmerkmal Kupferwerkbau, den gibt es sonst in der Größenordnung überhaupt nicht. Wir haben etwas jetzt angestoßen seit Jahren, eben ist der Name schon mal gefallen, Geopagrenzwelden. Wir sind im Augenblick dabei, machen das schon seit Jahren, aber intensivieren das jetzt, dass wir vom Museum aus Führungen anbieten in die Landschaft, in die Natur, unter dem Aspekt auch, was passiert mit dem Wasser, was passiert, was ist passiert in der Eiszeit, was droht uns hier und das ist etwas, was sehr belebt. Wir haben also einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, wir machen Wandern, wir haben einen Pfad angelegt mit 14 Stationen um Marsberg herum, der endet am Museum, der beginnt am Museum, man kann dort eine Pause anlegen. Wir haben das Bergwerk drin, wir sind dabei zu vernetzen und die gute Idee, wir da haben, und da kommt jetzt so ein kleiner Dämpfer, auch das kriegen wir nicht so transportiert, die Politik, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, reine, dass wir das jetzt hinkriegen. Ich wollte das einfach nur noch mal darstellen, was man machen kann über die reine Darstellung in einem Museum hinaus, wenn Sie in die Schulen gehen, wenn Sie dort Unterricht halten, wenn Sie erklären und Sie haben so einen tollen Apparat wie den Geopagrenzwert im Hintergrund, eine Einrichtung, die über die Landesgrenze hinweg geht nach Hessen. Vielen Dank. Ja, ich wollte noch mal eine kleine Ergänzung zu den Ausführungen von Frau Dr. Eilers bringen. Ich gebe Ihnen völlig recht, gerade diese projektbezogene Arbeit ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, heute für das Ehrenamt, weil man sich eben tatsächlich nicht mehr lebenslang unbedingt binden will. Ich würde aber ganz gerne eine Lanze für die Vereine brechen und diese Organisationsform des Vereins. Das ist die Basis, demokratische Organisationsform, die wir in Deutschland kennen und ich finde, das muss man vielleicht nur noch mal ein bisschen stärker bewerben. die Mitglieder in unseren Vereinen sind die eigentliche Souveränen eines jeden Vereins. Das ist also eine Form von Demokratie und auch Mitgestaltungsmöglichkeit, die es in dieser Form nur in ganz wenigen anderen Bereichen gibt. Also ich würde das nicht so ohne weiteres aufgeben wollen und finde, das ist eigentlich eher auch ein wunderbares Merkmal von Vereinen. Sie haben, glaube ich, nur einfach sehr lange nicht darauf Bezug genommen und manchmal auch nicht unbedingt vielleicht so agiert, dass man eher dazu neigt zu denken, da gibt es einen Vorstand und der sagt alles, was gemacht wird und wir kleinen Mitglieder können ja hier gar nichts sagen. Dafür muss man vielleicht auch wieder Werbung machen, aber ich finde, das ist eine Form, die in unseren heutigen gesellschaftlichen Prozessen eigentlich ideal dafür geeignet ist, jeden mitreden zu lassen. Wir müssen das nur als Vereine, also ich sage jetzt tatsächlich wir, weil ich auch Vorsitzende eines Vereins bin, nur um das mal zu sagen, ich weiß genau, was Sie alle erleiden quasi. Man muss da, glaube ich, nur immer wieder Werbung dafür machen, dass man da Demokratie leben kann in so einem Verein. Da danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Bollmann. Da kann ich Ihnen nur zustimmen bei diesem Plädoyer für den Verein. Es ging auch eher darum zu sagen, man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann nochmal öffnen, zu schauen, wie kann man sich da auch noch ein Stück weit moderner aufstellen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, es ist immer noch die verbreitetste Rechtsform in der Bundesrepublik, wir haben 600.000 Vereine circa bundesweit und es ist ganz richtig, da passiert eine Menge Demokratiearbeit. Wir sagen ja auch immer, Heimatarbeit ist Demokratiearbeit und das hat natürlich eben sehr viel auch mit dem Wirken in den Vereinen zu tun. Also von daher kann ich das nur unterstreichen. Ich wollte noch mal einen Gedanken von Frau Bollmann aufnehmen, den ich Ihnen nochmal empfehlen möchte. Ich habe Frau Bollmann so verstanden, dass sie Werbung machen wollte, dafür auch Aufgaben wahrzunehmen, die über den eigentlichen, engeren Vereinszweck hinausgehen mit diesem Heimatmuseum 3.0. Also nicht so sehr auf die fachbezogenen Themen zu schauen, sondern auf gesellschaftliche Bedarfe. Also das sind ja häufig dann auch Formen der Einsamkeit, die wir haben, die wir jetzt auch gerade in Corona-Zeiten kennengelernt haben. Nun ist Corona nicht die Zeit, wo man dann sowas überwinden kann, aber wenn es jetzt wieder besser wird, das können Erzählcafés sein, für Senioren, das können Formen der Kreativtechniken sein. Ich muss jetzt an Sarah Lienicke denken, die eine Ausstellung über Do it yourself, über Lust am Selber machen. Es gibt so viele Handarbeitstechniken, die gerade wieder en vogue sind. Es ist sicher möglich, an dem einen oder anderen Fall auch eine Zusammenarbeit mit einem Repair-Café zu machen, wo man einfach Themen des Bewahrens, die ja zum Museum gehört, auch in das Museum reinholt und sagt, und wir schmeißen einfach zu viel weg und es soll nicht alles, was kaputt ist, im Museum landen, aber wir wollen hier eine Initiative unterstützen, die sich für bewahren und wieder weiter nutzen und umnutzen einsetzt. Das sind alles so Dinge, die, wenn man so aufmerksam durchs Leben geht, da stellt sich so viel, wenn man guckt, auch was mit Kindern notwendig ist, mit den Menschen, die neu zu uns kommen, das haben Sie schon selber auch gesagt. Es gibt ein so um reiches, Spektrum an Notwendigkeiten und Bedarfen und ich würde dann sozusagen Ihnen den Mut machen wollen, schauen Sie aufmerksam in Ihre Umgebung. Es sind nicht immer die Fachthemen, mit denen Sie sozusagen punkten können, sondern das Dasein für andere in ihrer direkten Umgebung, die nicht so direkt den Anschluss finden oder die vielleicht nicht die Initiative haben, selber auch was für sich zu tun, die angesprochen werden wollen oder das eben dieses Herausgehen und nicht zu sagen, wir suchen noch einen Schriftführer für unseren Verein. Das ist nicht die Möglichkeit, um neue Mitglieder zu gewinnen. Aber das Rausgehen und das Aufgreifen, ich glaube an der Stelle, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Röhmann, dann sehen Sie da einen wirklichen Gewinn für die Vereine. Und ich glaube, da kann dann auch kein Bürgermeister mehr sagen, was macht ihr eigentlich? Gibt es weitere Fragen? Anregungen, Impulse? Ich habe da vorhin noch ein paar Handzeichen gesehen. Ich hatte das Gefühl, das war noch nicht alles abgearbeitet. Herr Freese. Ich hätte noch so eine strategische Frage. Ein Hauptproblem, was wir ja so haben, haben wir ja gesehen, das ist das fehlende Bewusstsein der kommunalen Ebenen über die Bedeutung unserer Kulturarbeit, unserer Museen. Und das sind nicht nur die Bürgermeister, manche sind sogar sehr fortschrittlich. Aber das ist der Stadtrat oder der Gemeinderat, der da nicht mitzieht. Und die Frage ist so strategisch betrachtet, wie können wir ansetzen, um das irgendwie in unserem Sinne zu verbessern? Was können wir machen? Wenn ein Museum mal ein Event hat, dass dann der Minister kommt oder die Ministerin und dann Begrüßung vorhält, dass die Leute aus der Stadt staunen, wie wichtig so ein Museum von außen aus angesehen wird, kann man da mal drüber so einen Workshop machen, so einen Strategieworkshop. Wie können wir besser ins Spiel kommen, in Richtung, gerade auf die kommunalen Ebenen? Ich kann ja nur Folgendes zu sagen. Ich hatte vor zwei Jahren den Herrn Müntefering da, der hat eine Sonderausstellung eröffnet. Da ist der Bürgermeister, der damalige Bürgermeister, nicht gekommen und hat mir hinterher gesagt, wie kannst du dich denn mit Sozen da oben hinstellen? Da habe ich mich wirklich gefragt, ob der noch alle Tassen im Spindel hat. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so ganz richtig verstanden habe, aber ich glaube, Herr Freese, dass Sie da gerade ja auch einen guten Weg gehen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie sind jetzt ein aktives Museum, Sie begeben sich in einen Prozess hinein, werden neu zeigen, Entwicklung und ich glaube, vielleicht ist der Weg manchmal der, dass man erst etwas in Vorleistung geht und dann kommt auch die Öffentlichkeit und vielleicht auch politische Vertreter, die das alles mehr wahrnehmen. Aber ich glaube, gerade in Ihrem Haus kann sich das ganz gut durch die Neukonzeption entwickeln. Ich denke, zentral ist natürlich auch, wie Frau Schove schon gesagt hat, eigene Aktivitäten entfalten und eine gute Verortung natürlich in der Stadtgesellschaft beziehungsweise im Dorf. Also da wird dann auch irgendwann die Kommunalpolitik nicht mehr daran vorbeikommen. Wenn Sie eine feste etablierte Größe sind und auch wichtige Funktionen übernehmen, dann kann man da natürlich nicht dauerhaft drüber hinwegsehen. Also deshalb ist es natürlich auch ganz wichtig, dass Sie da nicht nur, das ist aber bei Ihnen ja auch gar nicht gegeben, dass Sie nicht nur im stillen Kämmerlein sitzen, sondern dass Sie dann natürlich auch durchaus das Gute, was Sie tun, auch offensiv bewerben. Also da ist natürlich dann auch eine gute Marketingstrategie, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wichtig, damit dann auch jeder sieht, was Sie da im Einzelnen leisten. Manche neigen ja auch dazu, da sehr bescheiden zu sein und sich da zurückzuhalten, aber da soll man auch wirklich offensiv nach vorne gehen und auch immer wieder deutlich machen, welche wertvollen Funktionen man auch am Ort übernimmt. Denn es ist ja wirklich so, das ist eben Daseinsvorsorge, was Sie da betreiben und das muss man auch einfach nochmal so kommunizieren und deutlich machen. Und vielleicht dann auch etwas häufiger, damit dann der Städtetropfen auch den Stein höhlt und damit es dann auch entsprechend dann in der Stadtgesellschaft und in der Kommunalpolitik ankommt. Ich habe da noch ein Handzeichen gesehen dazu. Ja, mein Name ist Nioff. Ich habe 20 Jahre in einem Stadtrat gesessen und war natürlich auch im Kulturausschuss und im Schulausschuss und da fällt mir bei der Gelegenheit ein, Sie haben völlig recht, 50 Prozent der Mitglieder sind meist Banausen, die keine Ahnung von nichts haben. Aber wenn man stattdessen solche Leute mal, wie Sie das gerade in Maasberg haben, in einer alten Schule, den Schulausschuss zur Tagung dahin einlädt, dann ist das schon mal eine ganz tolle Sache, weil die Herren dann die Verwaltung nicht so im Rücken haben und die Sicherheit von Fragen nicht sofort beantworten müssen, die sonst die Verwaltung für sie beantworten, dann stehen sie so ein bisschen im leeren Raum. Oder wenn man den Kulturausschuss auffordert, dass er auch da tagt oder bei Ihnen halt in der Scheune. Das wäre in meinen Augen ein bisschen Bewegung ins Spiel zu bringen, denn die alten weißen Männer, das weiß ich ganz genau von mir selber, die sind also ganz schwer nur zu bewegen und wenn die mal woanders hingehen müssen, statt zu den gewohnten Ausschusszimmern oder Stadtratzimmern, wo sie auch sonst sind, dann sind die schon mal in einer anderen Umgebung und vielleicht lassen sich dadurch ein paar Dinge positiv für die Kulturarbeit beeinflussen, denke ich mir. Ja, die Anschauung in einem Museum zu sein, die hilft natürlich ungemein, um Impulse aufzunehmen, um auch zu sagen, oh, das hatte ich mir aber ganz anders vorgestellt, man trägt ja doch schwer an seinen Vorurteilen und wie viele sind in Wirklichkeit noch nie da gewesen. Das hilft auf jeden Fall. Danke für den Hinweis. Ich wollte eigentlich nur eine organisatorische Aussage auch noch treffen, weil Herr Pieper aus Nieheim eben bedauert hat, dass seine Nachfolgerin nicht dabei ist und ich hatte das eben schon einmal gehört, dass eben Teile aus dem Verein da sind und andere Mitglieder eben nicht. diese ganze Veranstaltung ist Ihnen sicher bekannt, wurde aufgezeichnet und vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, meines Wissens auf dem YouTube-Kanal des Westfälischen Heimatbundes wird eben diese Veranstaltung, alles, was hier in diesem Raum stattgefunden hat, auch noch nachträglich zu finden sein. Also vielleicht ist das eine gute Anregung, um andere Vereinsmitglieder oder andere Museen dazu einzuladen, sich das auch noch einmal anzuschauen in Ruhe und auch das Panel 1 hat hier stattgefunden und wurde eben hier gefilmt. Ja, also das ist richtig, das Ganze wird dann in aufgezeichneter Form dann bereitgestellt auf unserem YouTube-Kanal, das wird dann in wenigen Tagen der Fall sein und auch die Ergebnisse des heutigen Tages auch noch einmal aus den Panels, das ist dokumentiert worden, auch in schriftlicher Form, das werden dann alle Kooperationspartner dann auch noch einmal auf den Webseiten in den jeweiligen Medien zur Verfügung stellen. Sie konnten ja jetzt auch nicht an allen Panels beispielsweise teilnehmen und insofern wird das dann auch noch einmal für jeden, auch diejenigen, die heute nicht mit dabei sein konnten, dann nachvollziehbar sein und das bringen wir dann auch rechtzeitig dann auch auf den Weg. Ja, ich würde ganz gerne jetzt auch noch einmal was von meiner Seite sagen als Projektleiterin der Museumslandschaft des Hochsauerlandkreises. Ich glaube, ich habe viele Jahre lange genug, laut genug gestöhnt und gesagt, dass wir Hilfe brauchen und ich bin total zufrieden mit dieser Veranstaltung. Ich habe eben in der Pause gehört, Frau Michels, ich schaue Sie an, Sie vertreten das Westdeutsche Wintersportmuseum Neu-Astenberg, ein ganz wichtiges Museum mit Alleinstellungsmerkmal. Ich habe eben von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, auf so eine Tagung habe ich lange gewartet. Es ist klar, die Vorbereitung Corona kam dazwischen. Wir sind schon viele Jahre im Gespräch, das hatte ich ja auch gesagt, aber zu hören von den Mitgliedern unserer Museumslandschaft, wie zufrieden Sie damit finden, macht mir auch Mut, dass wir gemeinsam jetzt nach schon 15 Jahren, die hinter uns liegen, in eine neue Zukunft gehen und dass Sie alle das auch wollen. Das macht mich persönlich auch total zufrieden und lässt mich auch sehr motiviert an meinen Schreibtisch morgen zurückkehren. Also ich freue mich darauf, ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben. Ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie beide so offen waren für diese Problematik und dass wir auch ausgewählt wurden für dieses Pilotprojekt. Und gerade für die Museumslandschaft des Hochsauerlandkreises kann ich sagen, mit Marsbeck und Düdinghausen ist dieses Spiel nicht zu Ende. Es gibt ein Folgeprojekt, das Kulturlabor, da haben wir ja drüber gesprochen. Das heißt, wir werden weitergehen in die Qualifizierung und ich glaube, da wird ganz vieles Gutes Neues entstehen. Vielen Dank da auch für Ihre Offenheit. Ich möchte an der Stelle auch noch einmal motivieren mit der heutigen Veranstaltung und dem Qualifizierungsprozess der beiden ausgewählten Häuser. Allein endet unsere Beratungsleistung, Serviceleistung nicht, wenn Sie künftig Bedarfe haben, wenn Sie Fragen haben, sei es zum Thema Museum, sei es zum Thema Verein, dann können Sie natürlich auch in der Folge gerne auf das LWL-Museumsamt und den Westfälischen Heimatbund zukommen, wenn Sie da spezifische Bedarfe und Fragen haben, da sind wir immer für Sie dann auch offen und erreichbar. Das muss ja nicht alles jetzt in der großen Runde sein, aber wenn Sie da Wünsche haben, wo wir Ihnen weiterhelfen können, dann tun wir das natürlich gerne. Ja, wenn ich so in den Raum schaue, dann sehe ich jetzt keine unmittelbaren Wortmeldungen mehr. Wir hatten eigentlich überlegt, hier noch eine kurze Zusammenfassung aus den Panels zu geben, aber ich glaube, die Diskussion hat sich einfach in eine andere Richtung hin entwickelt und wir möchten das jetzt nicht einfach appendixartig da noch dranhängen. Meine Erfahrung aus dem Panel 2, wo ich selber auch war, zeigte, dass es eine sehr lebendige Diskussion gibt, dass ich gespürt habe, wir konnten viele Impulse geben für die Arbeit in den Vereinen, für die fachliche Arbeit, auch für die politischen Rahmenbedingungen. In unserem Fall war es jetzt ein mögliches Zentraldepot, sodass ich glaube, die Tagung hat viele, viele Impulse Ihnen hoffentlich geben können. Jedenfalls zeigten mir das auch die Nachfragen nach diesen Referaten und wie wird die Tagung dokumentiert und auch andere Menschen, die nicht an der Tagung teilnehmen konnten, haben im Vorfeld gesagt, wir würden aber gerne wissen, was da besprochen wird, wie können wir das erfahren, sodass das, was jetzt Silke Eilers und Ulrike Schove schon gesagt haben, ich nur noch mal bestätigen möchte. Ich freue mich, dass Sie heute persönlich zu hierher hingekommen sind, nach Arnsberg-Nehheim, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, dass Sie mitdiskutiert haben, dass Sie alle diese Impulse aufgenommen haben und heimtragen werden, weitergeben werden. Das möchte ich Ihnen ausdrücklich empfehlen. Wir sind für Sie da, wie Frau Eilers gesagt hat, wenn Sie nachgelagerte, individuelle Fragen haben. Ich habe auch gemerkt, nicht alle wissen, dass zum Beispiel das Museumsamt manche Dinge auch fördern kann. Nicht so üppig für kleine Museen, aber wir können etwas fördern. Sprechen Sie uns da bitte an. Wir haben auch Berater, die zu Ihnen rauskommen und Beraterinnen, die zu Ihnen rauskommen können. Alles das ist da. Das steht Ihnen zur Verfügung. Kostet nichts. Rufen Sie uns an. Schreiben Sie uns. Und ich bedanke mich bei allen Referentinnen und Referenten, dass Sie bei uns waren, dass Sie Ihr Wissen weitergegeben haben, geteilt haben mit uns und Ihnen. Ich hoffe, Sie gehen auch gestärkt von dann, wenn Sie nach Heim fahren. dass Sie einen guten Tag mit uns hatten und dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und möchte Ihnen auf Wiedersehen sagen. Applaus 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 Vielen Dank.